So Leute, da wären wir wieder bei Parasite Eve. Seht ihr? P-E steht für Parasite, steht für Eve. Haben wir letzte Woche angefangen, werden wir wahrscheinlich heute auch beenden. Geht darum, dass plötzlich, ähm, plötzlich irgendeine komische Frau in einer Opervorstellung, Theatervorstellung oder so, plötzlich zu einem Monster mutiert und alle Menschen um sie herum gehen in Flammen auf und sterben und so, bis auf eine Frau. Und das ist unsere Protagonistin, die, ah ja ja, und die kann sich wohl irgendwie dagegen wehren, dass sie in Flammen aufgeht und versucht sie aufzuhalten. Und wir haben mittlerweile festgestellt, es hat was mit Mitochondrien zu tun. Das Parasite in Parasite Eve ist eigentlich gar kein Parasit, sondern es sind die Mitochondrien. Ja, Mitochondrien sind ja die, das Powerhouse unserer Zellen. Ja, und wenn man die Energie aus allen Mitochondrien aus unserem Körper freisetzt, dann haben die so viel Power, dass die halt, ja, Dinge machen können, wie zum Beispiel dich zum Schmelzen bringen können, weil die so viel Power haben, ja. Und das basiert wohl auf irgendeiner Real-Life-Theorie, dass es irgendwo in Afrika einen Menschen gab, der irgendwie die Urgestalt der Menschheit ist, quasi das Mitochondriale, die Mitochondriale Eva oder so, keine Ahnung. Und es geht die ganze Zeit um Mitochondrien und der Charakter, den wir spielen, der kann wohl auch seine Mitochondrien kontrollieren. Und wenn man seine Mitochondrien kontrollieren kann, dann kann man so Zaubertricks machen. Und dieser Bösewicht, diese Frau, die sich in ein Monster verwandelt hat, die will halt irgendwie eine neue Menschheit erschaffen, die halt alle so sind, wie sie quasi ihre Mitochondrien befreit haben. Und irgendjemand hat unter dem letzten VOD von Parasite Eve die Mitochondriens gezählt. Wartet, ich schau mal kurz den Kommentar. Es ist auf jeden Fall sehr funny, die Story und so. Es ist so ein bisschen B-Movie-like, aber sehr funny. Dass das Werk eines Terroristen sein könnte. Okay. Wo ist der Kommentar? Hab mithilfe des Transkript versucht nachzuzählen. Wenn ich mich nicht verzählt, verrechnet und nichts übersehen habe, fällt im Video 92 Mal das Wort Mitochondrien. Davon 54 Mal im Spiel selbst und 38 Mal von Keggy und Chad. Ja, so oft kam letzte Woche wohl Mitochondrien im Stream vor. Hab halt original bis eben noch das VOD von vergangener Woche geschaut. Hab miesen Ohrwurm von dem ganzen Bangern im Spiel. Ja, die Musik ist echt stark in dem Spiel. Kommt der Rest vom Spiel auch als VOD? Ja, wir spielen ja jetzt den Rest des Spiels. Und wir sind jetzt bei Tag 4 von 6. Also, Leute. Komm schon, Daniel. Du schmeißt jetzt den Laden hier, solange Baker nicht da ist. Ja, nun, ich bin solchen Dingen nicht sonderlich gut. Was haben sie so, das haben sie super gemacht, Boss. Das sind, by the way, die ganzen Polizisten. Und Baker ist hier der Boss dieses Polizeibüros. Und der ist jetzt irgendwie weg oder tot oder was auch immer. Und jetzt übernimmt der gute Daniel den Laden wohl hier. Was ist letztes Mal mit Baker passiert? Baker war doch mit diesem kleinen Jungen. Und dann sind sie diesem Hund hinterhergelaufen. Und dann hat sich dieser Hund verwandelt. Ist Baker letztes Mal gestorben? Ich kann mich gar nicht erinnern. Fast so schlimm wie die Megamissite aus Resident Evil 8. Ja, das war ja wenigstens was Erfundenes. Aber hier versuchen die so die ganze Zeit so ein bisschen irgendwie auf Real-Life-Basis zu bleiben und damit zu spielen. Wurde er nämlich von einem Hund verletzt? Ja, ja, aber der ist nicht gestorben, ne? Wird nur gebissen, okay. Wahrscheinlich liegt er jetzt irgendwo verletzt oder so. Aber warum hat Yves sich dazu entschieden, die Wache anzugreifen? Um uns loszuwerden? Vielleicht weiß dieser japanische Typ etwas darüber. Du hast recht. Wo ist er überhaupt hin? Soll ich hier keine Musik sein? Okay. Er war auf einmal weg. Keine Ahnung, was mit ihm los ist. Okay. Ja, dann suchen wir mal den japanischen Typen. Ich habe seinen Namen wieder vergessen. Ich habe alle Namen vergessen. Außer Aya. Aya Bray. Maeda hieß der, okay. Ich habe gefühlt alles vergessen. Ja, ich auch. Boah, die geile Musik, ey. Direkt speichern. Das Game hat sehr viele Grafiken aus FF8. Ja, kam ja ungefähr zur selben Zeit raus damals, ne? Die Glanzzeit von Square Enix. Oder waren sie da noch Square Soft? Ich weiß gar nicht mehr. Da haben die einfach jedes Jahr einen Banger nach dem anderen rausgehauen. So, ich denke, er ist in unserer Base. Oder so. Kann ich raus? Das war halt weird so beim letzten Mal. Dass teilweise dir nicht gesagt wird, wo du hingehen sollst. Und dann gehst du auf die Map und gehst einfach alle Gebiete durch. Und hoffst, dass da irgendwas getriggert wird. Gab es nicht in der Manga zum Game? Bestimmt. Ich habe keine Ahnung. Das ist hier mein erster Kontakt mit dem Parasite-Efo-Universum. Und hey, Kuro. Okay, Maeda ist nicht hier. Und ja, mittlerweile wurde die ganze Stadt evakuiert. Und alle sind abgehauen. Deshalb sieht die Stadt jetzt auch so komplett verlassen und tot aus. Parasite-Efo basiert laut Wikipedia aber sprich auf einem Roman. Museum vielleicht. Vielleicht ist er da im Büro. Und analysiert die Mitochondrien von Eve. Äh, von Eve. Ah ja, Bray. Und ja, letztes Mal, was noch kam, ist, dass jetzt so ein bisschen im Raum steht, dass vielleicht der Bösewicht, also Eve, das Monster, wohl ihre Zwillingsschwester ist. Das ist wohl momentan so, wurde so angedeutet, dass die wohl miteinander verwandt sind. Äh, okay. So ein Bänger, ey. Hey, Gossen, vorhin, was geht ab? Oh nein, Jules. Geil, Schnee. Das haben wir nicht mehr. Schnee wurde, Schnee wurde aus unserer Welt rausgenommen. Wurde rausgepatcht. Äh, das Museum ist zu, wie es aussieht. Okay, ist zu. Ich habe verstanden, dass sie ein Ei gelegt hat, also Eve und die Mutter wohl Eier geboren hat. Ja, irgendwie sowas, keine Ahnung. Irgendwie gab es ja diese böse, böse Eve und die hat irgendwie in irgendjemand ein Ei reingelegt und diejenige hat dann irgendwas geboren und irgendwie kamen da, glaube ich, zwei Kinder raus oder so. Keine Ahnung, kommt bestimmt gleich nochmal. Ja, genau, es gab irgendwie eine Organspende, weil es einen Unfall gab, einen Autounfall oder so. Und die Organspende in dem Organ war wohl irgendwie... Eier von dieser Eva. Eva. Ich werde nirgendwo hingelassen. Vielleicht ist da eine Polizeistation irgendwo im Keller oder so unterwegs. Kümmert sich um den kleinen Jungen oder so. Oder im Central Park. Aber was macht er im Central Park? Vielleicht irgendwelche Proben von Eve am Suchen oder so. Nee, ich komme auch nicht in den Park. Juhu, ciao Paul. Ja, gestern vielleicht wirklich einfach im Büro im Keller. Die Map ist auch so fresh, ja man. Diese ganzen Bewegungen, wie du hin und her fliegst. Ich werde wohl heute auch im Spiel ziemlich aufs Maul bekommen. Kann sein, dass wir ein bisschen dann vielleicht irgendwie grinden müssen oder so. Oh, neue Kiste? Nee, da habe ich was reingelegt. Vermisse dieses Squarebanger, ja. Das waren, das waren noch Videospiele. Früher war alles besser. Ja, ja, Tobis ist gestorben. Kann ich auch nicht. Olé, Bobi. Aufgeschlossen, Schatter. Meira! Oh, die sind neu. Damage. Papierfalke, Dankeschön mittlerweile für drei Jahre, Mann. Vielen Dank. Eine MP. Uh. Interessant. Eine komplett neue Waffe. Ha. Ja, die versuchen wir vielleicht als Alternativwaffe, weil ich habe jetzt auf der Main-Waffe, die ich die ganze Zeit benutzt habe, habe ich jetzt Feuer-Damage drauf, wenn wir gegen Gegner kämpfen, die halt ... Seit wann ist meine Pistole eigentlich so stark? Okay. Die M9 ist ja ultra ... Oder ich glaube, das ist die Pistole von TORIS. Das ist ja ein bisschen zu stark. Den Bum-Bam-Bam-Bam-Bam-Bam-Bam-Bam-Bam-Bam-Bam-Bam-Bam-Bam-Bam-Bam-Bam-Bam-Bam-Bam-Bam-Bam-Bam-Bam-Bam-Bam. Das Kampfsystem von P finde ich mega interessant. Ja, es ist ... Also, ich mag ... Ich mag ... Das System mit den Waffen, wie du die Waffen miteinander kombinieren kannst, auseinander nehmen kannst und so. Aber das Kämpfen an sich, ja, ist jetzt nicht so ... Nicht so spannend. Ich bin gespannt, wie es im zweiten Teil sein wird. Wie weit die es ausbauen werden. Ja, wo ist dieser Typ? Wo versteckt er sich? Meine Mitochondrien würden sich jetzt über eine Pizza aufräumen. Willst du auch den zweiten Teil im Stream spielen? Ja, mal schauen. Vielleicht nicht unbedingt direkt nach dem Teil, aber vielleicht irgendwann demnächst. Mal schauen. Der zweite Teil ist ja eigentlich der, den die Leute immer alle lieben. Aber ich wollte jetzt nicht direkt mit dem zweiten Teil anfangen. Vielleicht in der Stadt im Laden oder so. Ja, ich will gleich das nächstes hin, wenn ich hier durch bin. Ich bin toll Dankeschön Für 53 tolle Monate Da ist er Ich hab ihn Natürlich ist er im Labor Unser japanischer Wissenschaftler Hab mir doch gedacht, dass du hier bist Ja, natürlich, haben wir uns alle gedacht Woher wusstest du das? Solche Orte helfen mir, klarer zu denken Hey Maeda, warum hat Yves unseren Bezirk angegriffen? Ich frage mich, warum sich Yves dieses Mal nicht selbst gezeigt hat Ich habe ihre Präsenz gespürt Aber als wir angekommen sind, war sie weg Es könnte ja ein Ablenkungsmanöver sein Ablenkungsmanöver? Wozu? Spermien, genau Gibt es hier eine Samenbank? Oder ein Krankenhaus in der Nähe Die eine künstliche Befruchtung durchführen können? Spermien? Samenbank? Junge, was stimmt mit dir nicht? Wie kommst du da jetzt drauf? Ich wusste, dass ihr Japaner alle pervers seid Facts Äh, nein So meinte ich das nicht Ich vermute, dass Yves Körper nicht mehr lange hält Sie muss sich fortpflanzen Zurzeit sind die Mitochondrien nichts weiter als Parasiten in ihrem Körper Sie versucht also diese ultimative Lebensform zu erschaffen So wie sie es schon in Japan getan hat Dazu das Sperma Davon gehe ich aus, ja Junge Yves macht sich da bricht jetzt in die Samenbank ein Wird jetzt alle Behälter entleeren und wird jetzt gleich in Sperma baden Also wenn wir sie daran hindern sich fortzupflanzen dann wird sie wahrscheinlich sterben Sehr gut Ich glaube ein Arzt im St. Francis Krankenhaus hat sich auf künstliche Befruchtung spezialisiert Lass uns gehen, Maeda Hey, was ist mit mir? Du bist jetzt erstmal der Captain Schon vergessen? Du musst dich um das Polizeirevier kümmern Oh stimmt Ich werde auch mal diesen Mistkerl Dr. Clamp etwas genauer unter die Lupe nehmen Hier, nimm das erstmal Stell dir mal vor das Kampfsystem wäre rundenbasiert gewesen Naja, es ist ja quasi rundenbasiert So ein bisschen So krank aus Jeder hat seinen eigenen Balken Seine eigene Initiative Was ist los? Du bist unheimlich still Äh, ähm Ich frage mich nur warum Daniel nicht mit uns kommt Er muss erst erstmal im Revier bleiben als stellvertretender Captain Er sagt, er kümmert sich um Clamp Außerdem will er Ben sehen äh, bei Ben sein Oh ja, natürlich Clamp ist by the way irgendein Professor der wohl irgendwie böse ist und Ben ist der Sohn von Daniel Maeda Ja? Dieses Wesen, das in Japan geboren wurde Was ist mit ihm geschehen? Das bist du Es ist gestorben zusammen mit seinem Vater dem Forscher Der Forscher ist Clamp und sie ist das Kind Er hat sie mit nach Amerika genommen Er hat sie geklaut gekipment geklaut einfach Wie konnte so ein Monster sterben? Es gab eine Rebellion Die Mitochondrien vom Vater konnten sich nicht mit denen von dieser Japan-Eve verbinden Die Japan-Eve Sie begannen zu zerfallen und der Vater hielt ihren sich auflösenden Körper in seinen Händen fest Daraufhin starben sie beide Auch wenn es ein Monster ist So bleibt es dennoch ein Kind Ah, er fährt auch sehr schnell Es wäre sehr klassisch rundenbasiert aber hab halt kaum was davon gesehen Ich hab gar nicht gedacht Ich wusste nur es hat was von Final Fantasy Ich wusste es hat eine Gunblade Dein Kind, oder? Nee Sie kann ja nicht Sie kann ja nicht die Mutter gewesen sein Weil die Japan-Eve-Aktion war ja irgendwie vor 20 Jahren oder so Und sie ist ja sehr jung Also wahrscheinlich ist sie eher das Wenn, dann das Kind Hier ist es Dieses Krankenhaus Es ist heiß Scheint so als ob Yves hier drin wäre Nee Sie hat doch zu ihm dein Kind gesagt, oder? Was? Du wartest hier Draghi Okay Ah ja Nimm das Majoke Noch ein Glücks-Dingens Das ist eine Glocke die bösen Geister fernhält Behalt es einfach bei dir Okay? Danke Ich werde es behalten Noch ein Glücksbringer Der hat schon mal uns einen Glücksbringer gegeben Hier Hamaya Letztes Mal Hamaya gegeben Jetzt hat er Majoke gegeben Yves feiert jetzt Weihnachten auf der Samenbank Bisschen makabber Hey, Kasu Was geht ab? Oh, Chad Wir haben ja gerade Weihnachten Das ist ja gerade hier Spielt ja zu Weihnachten 1998 oder so Und Yves schafft es gleich ein Kind zu zeugen Ein krass übernatürliches Kind Das wird dann einfach so eine Jesus-Referenz sein Da ist ein Das ist ein Das soll ein Weihnachtsbaum sein? Ich dachte auch das ist irgendwie so ein Schleim oder so Aber jetzt wo du es sagst es könnte wirklich ein Weihnachtsbein sein Ja, es ist ein Weihnachtsbaum Von draußen sah es aus wie irgendein Schleimhaufen Frohe Weihnachten Jesus liebt euch, Chad Aya zu Maeda dein Kind gesagt Also war die Japani von Maeda erschaffen Was? Ist Maeda nicht irgendwie 15 oder so? Noch ein Tool Okay, ja dann Abfahrt würde ich sagen Hier, das ist eine Resident Evil 8 Resident Evil Referenz Chat Da ist ein rotes Kraut Das kann man mit Grün umkombinieren Mal gucken Was hier für nervige Gegner kommen Für mich sieht der aus wie Mitte 30 Anfang 40 oder so Echt? Der sieht aus wie keine Ahnung 21 oder so Maja Oder war das nur mein Spiegelbild? Maja Maja Da komme ich aber nicht weiter denke ich mal Okay, nehmen wir Fahrstuhl Ob man einen besseren Laser bekommt? Ich hoffe Doppellaser So wie Yves Yves hat auch so Doppellaser gehabt Willst du nach unten? Oh nein Die Aufzugsseile Stark Ab in den Keller Ab in den Keller Jetzt Final Fantasy 7 Treppen hochlaufen Ding Dong Schlaf gut Schlaf süß Klein Kein Flo Soll zwicken dir die Füß Der Strom Hat ihr schon geschafft ein Kind zu zeugen? Die redet da so als würde sie mit einem kleinen Baby reden oder so Und gerade ihm so ein Schlaflied singt Yves versucht mich hier unten in eine Falle zu locken Sie hat die Stromversorgung gekappt Oder das war an Aya gemeint und so von wegen Du wirst hier sterben Aya schlaf süß Lass dich nicht von den Zecken beißen an dein Füß Na klasse Der eine Fahrstuhl ist kaputt und der andere ist ohne Strom nutzlos So wie fett aufs Maul gibt es hier Ich würde sagen Ich würde hier einen Safe State setzen Wart ihr schon mal Samen spenden? Ich spende jeden Tag Samen in meine Toilette Keine Ahnung Ich hoffe du genießt deinen Aufenthalt Ja Treppe ist es auch nicht Es ist Weder die beiden Fahrstudio noch die Treppe Die will uns wirklich hier gefangen halten Das wird unser Grab Ne ich will noch nicht Samen spenden Ich glaube man will auch nicht meinen Samen als Kind verwenden für Kinder verwenden Oh da glitzt was Sicherung Bingo Ich spende jeden Tag um drei Uhr nachts Samen Ich habe eigentlich gute Gene Was ist das da Beruhigungsmittel Auf einem Granatenwerfer Bist du sicher dass du gesund bist Also halt körperlich Ich bin halt körperlich gesund Ich habe keine Allergien Ich habe keine Ich habe halt keine körperlichen Einschränkungen Das ist für geile Quallen Alter Was können die Ich weiß auf jeden Fall was ich kann Und das ist der Energieschuss Doch du brauchst eine Brille Ja aber die Brille Brauche ich nur weil ich so viele Videospiele gespielt habe Und meine Augen vierkig gewollt Was bekommen wir wenn man seinen Samen spendet Geld I guess Maja Warte Ich bin es Was hast du denn da an Dir muss doch kalt sein 20 Euro Die im Gutschein Für einmal abmelken Ich meine Wieso nicht Ich bin im Kreis gelaufen Oder Ja Kann man das hauptberuflich machen Wo melde ich mich an Ich meine Wir hatten ja mal hier Bei Achtung Abzocker Einen Typen gesehen Der damit sehr viel Geld verdient hat Indem er seinen Samen verkauft hat Maja Wo bist du Maja Woher der Sperma unter der Achsel aufbewahrt hat Ja Samenspern ist gar nicht so unlukrativ Aber es ist auch nicht einfach zu spenden Da werden wirklich kerngesunde Samenspern dann nur angenommen Zum Beispiel irgendeine psychische Erkrankung Ist da für mir oder sonst was Ist auch schon Ausschlusskriterium Oder wenn man mit mehreren Leuten Sex hat Auch ein Ausschluss Ja ja Und der Typ der in der Sendung Der hat ja Sein Sein Samengutachten Sein Milchgutachten Gefälscht Dass halt dort drin steht Dass er voll gesund ist Und voll der tolle Mensch ist Und der ist perfekt Er ist quasi neue Herkules Deutsche Herkules Und Hat damit halt Geld gefarmt Was ist das für ein Fliegevieh Das ist ein Mensch Das ist ein Mensch Der zu einem Insekt geworden ist Oder so Oder ist es ein Insekt Der zu einem Mensch geworden ist Ich bin vergiftet Ähm Entgiftung Ich habe kurz Die Mitochondrien freigesetzt Ja Ich bin halt in Animation gefangen Was soll ich machen Der hat überlebt Ich habe jetzt auf den anderen gezielt Ich bin tot Stimmt Ich habe beim letzten Mal beim Bosskampf Super viel Heilung verbraucht Ich erinnere mich Man spuckt der andere Ich weiß nicht mehr Auf wen ich zuerst Wenn ich zuerst angegriffen hatte Wer jetzt der Geschwächter ist Ich wechsel mal Waffe Ich bin wieder vergiftet Die Junge sind die nervig Wie langsam die Gun ist Der ist halt ein Granatenwerfer Das war der richtige Nice Die kann ich nicht mehr nehmen Nehmen okay Wünscht dir meine Mitochondrien können das ja nur Ähm Warte ich heil mich mal kurz Und dann hole ich es raus Verteidigung Ähm Wo haben wir es denn Ich trage gerade Das hier Das ist ja irgendwie auch eine dumme Mitochondrien Scheiß Auch nicht einfach eine dumme Ausrede für Zauberkräfte Zweiter Teil Kommt raus Chat Das ist eigentlich Mehrere Leute gibt es wie sie Und es gibt so eine ganze Schule Die so irgendwo versteckt ist Vor der Vor der Gesellschaft Und das ist so eine Schule Und dann geht sie dahin Und dann lernt sie ganz viele andere Und dann gibt es da so einen Typen ohne Nase Der sie töten will Weil er irgendwie ihre Mitochondrien haben will Ähm Ich überlege den Granatenwerfer umzubauen Wie stark ist denn der 45 Der macht schon gut Damage an sich Ich habe halt gerade viel zu viele Waffen bei mir Ich muss halt irgendwelche Waffen wegwerfen Damit ich mehr Platz im Inventar habe Ähm I guess Wir behalten den Granatenwerfer Ich könnte dem Granatenwerfer machen Dass er halt Mehr schießen kann Oder wir Schmeißen den Granatenwerfer weg Und nehmen von dem Granatenwerfer Die Beruhigungsmunition runter Und packen sie woanders drauf Auf die MP oder so Oder auf die Pistole Weil die Pistole ist ein bisschen Pistole Pistole ist ein bisschen stärker Äh Was mache ich hier gerade Warte Die will ich loswerden Die braucht noch einen Slot Die hat keinen zweiten Slot Schlot Keinen zweiten Schlot Ich muss irgendwo erstmal einen zweiten Schlot herbekommen Hier von der MP Nehme ich den Zweiten Schlot runter Kann ich gar nicht Oder das zweite bedeutet nicht Dass es ein Schlot ist Sondern dass es Geschlossen ist Und da nichts mehr rein kann Vielleicht eher so Ähm Na oh mein Gott Ich drücke die ganze Zeit Knöpfe Aber nicht die richtigen So ich will das hier Drüben haben Ja okay Jetzt hat die Pistole Beruhigungsshit Und kann immer noch dreimal schießen Okay Okay Ähm Okay Gibt es hier gar nichts Hier gab es nur Gegner Ne hier ist nur eine Tür Pistole Und die Lava herzlos gehabt Nächste Woche kann ich leider nicht mitschauen Am Freitag Muss Samstag Mein B-Day ready machen Oha Ich laufe wieder zurück Einfach das Geburtstagskind Aber wir sind ja eh heute durch Dann verpasst du das Spiel Nächste Woche Freitag nicht Also ich hoffe Wir sind heute durch Ich mache direkt den Laser Ich mache direkt den Laser Ich mache den direkten Laser Direkten Laser Das wäre so geil Wenn man mit dem Laser Mehrere treffen könnte Warte bis die schießen Jetzt schieß ich zurück Der hat mich überfahren Er hat noch geschossen Äh du hast noch nicht so viel verpasst Ich bin gerade im Krankenhaus unterwegs Hast du heute Höchstdauer Für einen Stream Keine Ahnung Also ich will schon heute Unbedingt das Spiel beenden Komme was wolle Auch wenn ich eigentlich Gar nicht so viel Zeit habe Die nutzt das Sturmgewerbende Shotgun Ob es Secret passt Ähm Mir wurde auf YouTube geschrieben By the way Das Ähm Brauche ich eine Schlüsselkarte Irgendwo habe ich eine Schlüsselkarte Wahrscheinlich übersehen Mir wurde auf YouTube geschrieben Äh Dass man das True Ending Nur bekommt Wenn man ins New Game Plus geht Also wir werden uns wohl Das True Ending Wohl auf YouTube anschauen Man muss halt New Game Autopsie Krankenhaus Krankenhaus Okay das ist ein Schlüssel Wahrscheinlich für den Autopsie Raum Ähm Da es das New Game Plus gibt Und da kriegt man das True Ending Und im New Game Plus Gibt es auch irgendwie Ein extra Dungeon oder so Der ziemlich ziemlich schrecklich sein soll Genau Das was Felix sagt Hey Power Up Was geht ab Wo gehe ich jetzt mit dem Autopsie Schlüssel hin Chrysler Building Was ist Chrysler Alter Merry Chrysler In the Building Ist das der Autopsie Raum? Nö Nö Irgendwo eine verschlossene Tür Die jetzt aufgeht Man hat ja leider keine Karten Hier ne Die Spinte gehen wirklich nicht auf Geht es da noch geradeaus durch? Nö Die Tür hatte ich auch schon mal geöffnet Oder? Nö Die geht nicht auf Hier sieht es aus wie eine Tür Aber die geht nicht auf Tür ist verschlossen Okay hier ist verschlossen Hinten bei der blauen Karte ist verschlossen Ah hier Dieser Schlüssel ist wohl nicht länger zu gebrauchen Ich werfe ihn weg Okay Ich meine man kann ihn auch verstecken lassen Aber ja Man kann ihn auch wegwerfen Ich komme bestimmt jetzt in den Boss Okay hier liegt eine Leiche Ist es der Mann vielleicht? Der Mann wo sie das Baby ausgebrütet hat? Oh mein Gott Nein Scheiße Wieso hat mein Zug gerade abgebrochen? Hallo Hauhauu Hauhauu Lauuuuf Giftheilen Die Grünen sind ja super lästig Die Grünen sind ja super lästig Wieso mache ich so wenig damage? Sind die Feuer immun? Scheiße Jetzt bin ich auch noch geslaut Ich muss kurz Waffen wechseln Ich will Waffen wechseln Und zwar Hier Nö, nö Felix Hab schon Ersatz Alles gut Der Profi Profi-Gamer Profi-Gamer Hab ne geile Piff-Buff Ich musste Medizin wegwerfen Du musst halt immer Platz in deinem Inventar haben Damit du nicht bei Kämpfen Items wegwerfen musst Aber ich will halt die ganze Ich glaube ich muss die Heilt Heilt und verhindert Starrheit Heilt und verhindert Gift Ach die heilen auch noch Leben Aber das steht nicht wie viel Leben Felix weißt du wie viel die heilen? Ich denke mal die werden nicht mehr heilen als Medizin 2 Weil es ist halt schon 90 Es wird wahrscheinlich nicht 90 heilen Ich würde jetzt ansonsten paar Heilungen wegwerfen Ein paar Gift Heilungen hier so Zwei Stück So ich bin level up Was level ich? Ich bin ja immer noch irgendwie für eine schnellere AT Leiste Mehr kann ich nicht leveln Das war's Angriff plus zwei Eieieiei Das schmeckert Ich habe aber irgendeinen scheiß Spink-Schlüssel dabei Fürs Polizeigebäude halt Hab ich es immer noch dabei Tool Okay let's go Neuer Gegnertyp Was ist das denn für einer? Der wirft eine Bombe Oh die fliegt Was geht denn da ab Die bauen es durch den ganzen Raum Hin und her Nein er schießt Er spuckt Und ja Matora Dankeschön Für 24 Monate Zwei Jahre mittlerweile Dankeschön Kuss Wenn gerade eh nur ein Gegner ist Kurz mal ein bisschen Mana verbrauchen zum Heilen Dodge König Es ist mir schon beim letzten Mal aufgefallen Aber ich wollte den Flow nicht stören Warum ist das so ein Smoothing-Filter auf dem Bild? Findest du es schicker? Smoothing? Was meinst du mit Smoothing? Äh... Milizien 2G Ja ich kann die alles mitnehmen Yo Big Raid Huge Raid Was geht ab? Tag Einfach der größte Raid aller Zeiten Killer Äffchen Du warst auch da Aha Was geht ab Mann Dankeschön für den Raid Ich hoffe ihr habt einen schönen Stream gehabt Die Pixel von zum Beispiel Der Font vom Background Jetzt sind alle einander gesmoothed am Rand Ja ja ich hab so ein Filter drauf So ein Upscaler drauf Vincent ist ein guter Du kennst ihn? Auch Nussgrau? Nuss hat mich entführt Die miese Sau Äh ich kann zeigen wie es ohne Filter aussieht Ja Ähm Alles illegal hier So sieht's halt aus Ist auch ganz cool Aber ja So sieht man halt die Charaktere besser Genau Lieber Raid Wie steht ihr zu Mitochondrien? Lieber Raid Wie steht ihr zu Mitochondrien? Seid ihr eher so Fans von Mitochondrien? Oder eher so Nee Hab ich sonst keine Meinung Kraftwerk der Zellen Schon mal darüber nachgedacht Mal die Mitochondrien freizulassen? Und schon mal darüber nachgedacht Dass Mitochondrien eigentlich Eigentlich wie Parasiten sind? Und dass wir Menschen Gar nicht wir selbst sind? Sondern eigentlich nur kontrolliert werden Von Mitochondrien? Denk mal darüber nach Raus aus der EU damit Inventar voll Ich muss was wegwerfen I guess ne Giftheilung Oder ich schmeiß den Spinschlüssel weg Der ist eh vom NYPD Ich kann ihn nicht wegwerfen Ich hab zwei Schlüssel vom NYPD Mit mir dabei Die Jacke Ich werf die Jacke weg Liebe die Schwurblers Doch in dem Game Sicherung 2 Ja ich war bei der Polizei Und ich hab nicht drauf geachtet Dass ich noch Kram im Inventar hatte Den ich loswerden könnte Ja ja sind Key Items Die kann man nicht wegwerfen Die muss ich in der Kiste weglegen Okay jetzt hab ich zwei Sicherungen Weiß immer noch nicht Was ich damit anfangen soll Die hat auch noch was Ja ich werf noch ein Gegengift weg Blaue Karte Ah ok Jetzt können wir weiter Da ist noch eine Kiste Ok Ich kann hier nicht die Schlüssel reinlegen Schade Ähm Ich will halt auch nicht alle Gegengifte wegwerfen Ne Eine Weste ist da drin Uuuuh Die hat irgendwie so einen Anti-Gift-Effekt Die Weste Uuuuh Die ist schwächer Aber die hat so einen Anti-Gift-Effekt Ich wünschte meine Rüstung Hätte mehr Slots Dann würde ich das Auf die Rüstung drauf packen Kann ich mir mehr Slots Auf die Rüstung mit Tools machen Ja aber ich Ich weiß ich hab Tools Aber Ich hab gerade auf meiner Rüstung drauf Dass Ich automatisch heile Und dass ich Ein Platz im Inventar mehr habe Und ich würde das eigentlich Beides gerne behalten Keine Feinplätze Dann scheint Nein Ich überlege gerade Was ich weglegen soll Autoheilung Oder Ein Slot mehr Im Inventar Was ist deine Meinung Zu diesem Instant-Eistee Boah Geil Ja bei Autoheilung Könnte ich sagen Ja Ich Heile mich halt immer selber Und achte immer selber Auf mein Leben Aber das ist schon Schon teilweise Echt geil gewesen Und ich würde dadurch Ich glaub Lieber weniger Platz Oder Aber da muss ich jetzt Erstmal was weglegen Ich muss was wegwerfen Ne Moment Das geht nicht Ich muss dann theoretisch Mit den Tools Ich kann ja die Slots Da unten nicht löschen Das heißt Ich muss eigentlich Das Rübertragen Auf die andere Rüstung Und die andere Rüstung Benutzen Ne Das ist ja super kacke Ich will die andere Rüstung Nicht benutzen Ja ich könnte dann Gegengift wegwerfen Schon Habe ich noch Gegengift Ja Ich würde halt gerne Überschreiben Weil ich habe ja diese Rüstung Schon mehrmals Geupgradet Ich würde jetzt gerne Das hier mitnehmen Die Pluses Und die Autoheilung Aber ich kann halt Nicht beides mitnehmen Ich kann jetzt nur die Autoheilung Mitnehmen Ja Dann ist es wohl so That's the game So Jetzt bin ich im Mund gegen Gift Spiel gewonnen Wohin jetzt Ich habe blaue Karte Ich habe eine blaue Karte Kannst du mir BP Platz holen Ja der Platz ist jetzt nicht so schlimm Mir geht es ja darum Dass ich Ja einige Upgrade Materialien In die Rüstung Reingeballert habe Und diese Upgrades Jetzt leider nicht Übertragen kann Auf die andere Rüstung Weil man kann immer Nur eine Sache mitnehmen Und dann wird die Rüstung gelöscht Ne Wo bin ich gelandet Vincent hat mich hier gelassen Du bist jetzt Im Krankenhaus gelandet Du bist jetzt im Krankenhaus gelandet Und wir sind dabei Die Mitochondrien zu befreien Das ist eine Samenbahn Kegi Das ist trotzdem Mein Krankenhaus Das ist einfach nicht Ein riesiges Gebäude Wo alle Was voller Samen ist Das ist immer noch Ein Krankenhaus Freak Er hat sich nur Samen gemerkt Sperma Dieser Schlüssel ist wohl Nicht länger zu gebrauchen Ich werfe ihn weg Maja warte Lass mich nicht Allein Ja ich weiß Sperma wird hier Eine richtige Rolle spielen Soviel zum Thema Treppensteigen Ich meine In der echten Welt Ist Sperma auch wichtig Es ist das Lebenselixier Was ist das denn jetzt schon wieder Was ist das denn jetzt schon wieder Klingt geil Klingt geil oder Chad Kannst du mal das Bizeps zeigen Ne da muss ich aufstehen Mein Bizeps ist Zu groß für die Kamera Da muss ich aufstehen Ich bin gerade zu faul Sorry Vielleicht ein andermal Ich fand die S wie so Die kann fünfmal schießen Und Ich verstehe nicht diesen Effekt hier Zufällige Was heißt zufällige Feuerrate Ich überlege gerade Ob ich diese Waffe Als Main Waffe benutze Oder Eines der Effekte Auf meine Waffe rübernehme Aber mehrmals schießen Ist jetzt auch nicht so geil Ne Nur die Feuerrate Wäre interessant Fünfmal schießen Ist jetzt nicht so interessant Weil da teilt sich ja nur Der Damage auf Aber ich will halt wissen Was diese Feuerrate bedeutet Was heißt das 1,5 mal Zufällige Feuerrate Erhöht den Schaden Ja, aber Schaden ist ja nicht Die Feuerrate Habe ich überhaupt Auf meiner Waffe noch Ein Slot frei Ja, habe ich noch Ja Ja, wir sehen's Wir sehen einfach Was sie macht Der Mirko Der Mirko muss weg Tschüss Mirko So viel Loot Man Noch ein Tool Okay Wer bist du denn Der hat hinten den Kopf Der hat vorne den Kopf Oh Zufällige Feuerrate Bedeutet Die schießt jetzt einfach zufällig Die schießt jetzt einfach Die Anzahl an Schüssen ist jetzt Random Nein, das wollte ich nicht Ah Er hat den Laser verschwendet Auf irgendeine Scheißkugel Auch Auch wen sie anschießt Ist random Ich kann nicht mehr Über diese Waffe Kontrollieren Boah Cold Moment Einfach in der Luft Kurz bevor sie getroffen wird Google sagt Your fire Add up to 1 von 5 times Your rate of fire But you shoot At random targets Ja Das hat leider die Beschreibung Des Items nicht gesagt Das es random ist Sicherung Nummer 3 Kannst du es rückgängig machen? Nö Leider nicht Nussgrau Was ist denn da los? Dankeschön Für die 5 Subs Hast du eigentlich Den Vincent gezwungen Hier zu streamen Äh zu streamen Zu raiden Oder kennt er mich? Kenn ich ihn? Ich mache immer noch Videos Mit Schnauzer Da ist der Schnauzer Auch sehr männlich Schau mal rein Die Beschreibung macht null Sinn Aber gut Bis zu 50% schneller schießen Ist schon cool I guess Ne Das heißt doch einfach nur Ich schieße öfters Also normalerweise Konnte ich mit der Waffe 3 mal schießen Und jetzt schieße ich 1,5 mal mehr Und nicht schneller Oder? Und mehrmals schießen In dem Spiel Bringt hier gar nichts Oh nein Der Hauptschutzschalter Ist auseinander gebrochen Und einige Sicherungen fehlen Zum Glück haben wir ein paar dabei 2 Ich weiß nicht Ich will da reinkommen 3 Scheinen alle drin zu sein Junge Was ist das für ein Gerät? Wie viele Sicherungen Da drin sind Kabel reparieren Tod Stromversorgung Aktivieren Google sagt So ist es Feuerrate bedeutet hier Die Menge Die du schießt Ja Das heißt Die Waffe ist jetzt einfach Komplett Random Das macht damit jetzt Nicht wirklich mehr Damage Ich habe jetzt einfach Nur keine Kontrolle Über die Waffe Dabei laufe ich Von mir selber weg Ja Ich speichere mal hier Jetzt funktionieren die Fahrstühle Wieder Hier muss ich kämpfen Zufall It's so random Aber passt zu mir Ich bin auch so ein bisschen quirky Und random Dann passt die Waffe eigentlich Ganz gut zu mir Äh ja Aber wir hatten hier noch Verschlossene Tür Nee Die verschlossene Tür Hat sich jetzt von der Seite geöffnet Kann ich jetzt den Fahrstuhl benutzen? Nice Ja die Musik ist banger in dem Game Ich spiel mal das Pepsi Man Spiel Nee Danke Kein Interesse Er hatte gestern einfach Mois seinen Livestream auf TikTok Ja ich glaube Es streamt so gut wie jeden Tag Jetzt sind es auf einmal schon zwei Kinder Maja und ich Joa ok Everyone is here Die werden niemals sterben Äh das Das Anti-Gifting funktioniert gar nicht Ich bin vergiftet Einfach gescammt sehr viele falsche Entscheidungen wurden getroffen sehr viele Ich stall hier ein bisschen ne Oder halt mich mal ein bisschen voll Kann sein dass das vielleicht nur die Resistenz erhöht ist Und ich einfach nur jetzt keine Ahnung Nicht direkt vergiftet werde Sondern irgendwie nur nach Mit ner Wahrscheinlichkeit nur vergiftet werde Naja das ist ein prozentuales Shit wahrscheinlich oder so Oder weniger Giftschaden Ne weniger Das hat er trotzdem nur Ach die ganze Zeit so gemacht Babu Ok warte ich Ich lass mich auch mal treffen Chat Babu Nicht vergiftet Oha Poppy Was hältst du eigentlich von diesen Instant-Eistees Hab noch nicht probiert Dann wird's Zeit Kann ich den Weihnachtsbaum anzünden? Kann ich den Weihnachtsbaum anzünden? Oh no Oh der Grüne ist schrecklich Ah 41 Damage Ich hätte reinlasern sollen Ich lasere den weg Chat Ich lasere den weg Ich lasere den weg Äh Ich hab Hast gelernt Beschleunigte Bewegung und AT-Aufladung Oha Jetzt kommen die richtige Final Fantasy Spells Gleich kriege ich Blitzker Ich weiß nicht wie ich es Wie es äh Wie es mit euch ist Aber ich verschwinde von hier Okay Hau rein Digi Frau Nussbaum Was ist mit ihrer Medizin? Die bringt mir auch nichts mehr Wenn ich tot bin Frau Nussbaum also Alles in Ordnung? Ja danke Eine Krankenschwester ist in dem anderen Zimmer eingesperrt Können sie sie da rausholen? Ja Hast es broken? Okay Hast es auch immer in Final Fantasy Spielen immer sehr sehr geil So einer der wichtigsten Zauber Ich bin level up by the way ne? Wir können etwas verbessern Was verbessern wir denn? Ich weiß nicht was wir besser machen Ähm Ja mehr Mehr Stellere Aufladung Immer schnellere Aufladung Je schneller ich aufladen kann desto Geiler bin ich Und ich möchte ultra geil werden Was ein Scheißraum Was ein Scheißraum Ja ich bin kein Fan Von diesem random Schießen Ja ich bin kein Fan Ich muss sie nicht rein Was ein Scheißraum Was ein Scheißraum Ich bin ein Finder Ich bin ein Scheißraum Deine Das ist toll Ich bin ein Schuss Und ich muss sie schärfen Ich bin ein Verzüger Ich bin ein Schuss Ich bin ein Schuss Stimmt, ich hätte immer Hass probieren sollen in dem Kampf, ne? Hätte ich mal machen sollen. Ultrageil werden ist ein gutes Ziel. Ja, finde ich auch. Dieser Raum, hier war ich schon mal. Mein Körper wird heiß. Ich weiß, dass ich schon einmal hier war. Aber warum? Was habe ich hier getan? Hier hat sie zum ersten Mal die Mitochondrien getroffen. Ja, du musst dich jetzt wieder umbenennen. Von Nusskraut zu Nussbaum, bitte. Oder zu Graubaum? Puh, ich dachte schon, ich gebe jetzt den Level ab. Danke. Junge. Junge. Ich kann mir den Screenshot nicht anschauen. Was ist denn mit ihr los? Evil Nurse. Ich glaube, bei ihr sind die Mitochondrien komplett durchgedreht. Junge. Sie ist happy. Gern geschehen, aber du könntest mir helfen, indem du mir sagst, wo die Türen neben dem Fahrstuhl hinführen. Ähm, zu den Lagerräumen des Krankenhauses. Dort werden unsere Sauerstofftanks unserer Hauptversorgung des Flüssigkeitsstoffs aufbewahrt. Flüssigstickstoffs. Wozu nutzt ihr Flüssigstickstoff? Sperma. Um Sperma zu gefrieren. Woher soll ich das wissen? Ich arbeite lediglich hier in diesem Raum und stehe gerade nur dumm rum. Wie wäre es hiermit? Schnapp dir diese grüne Schlüsselkarte und finde es selbst heraus. Ich bleibe nicht hier, um zu sehen, was als nächstes passiert. Ja, ich meine, Eve ist ja hier, weil sie an die Samenbank will, um ein neues Kind zu zeugen. Alle sind entweder tot oder wurden evakuiert. Ich glaube, ich entscheide mich für letzteres und mache die Biegel. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Und vielleicht wurde der Stickstoff hier benutzt für fürs Einfrieren. Jetzt habe ich kein Mana für Haast. Ich werde sterben, Chat. Ich werde jämmerlich hier drin sterben. Guckt euch an, wie schnell ich bin. Ich sperre den ein. Nein, sie greift den Falschen an. Sie ist dumm. Sie ist dumm. Sie greift den Falschen an. Sie ist dumm. Hast du das schon geil? Äh... Entgiftung. Sperr mal den Typen ein. Oh! Wie schnell. Ich nutze mal kurz die Zeit, hier nicht zu heilen. Wächst ihn weg, Alter. Und jetzt muss ich meine Waffe wechseln. Weil ich kann ihn nicht mit Feuer bekämpfen. Ich, ich, ich kann ihn mit Feuer nicht bekämpfen. Ich, ich, ich kann ihn von Feuer nicht bekämpfen. Bäm, bäm, bäm. Ah, doch. So. So. Ich habe keine Ahnung, wo die grüne Tür war. Ich habe gar keine grüne Tür gesehen. Kommt jetzt endlich der Pipi-Kacka-Talk mit Sperma als Add-on? Äh, nee. Es geht hier nur gerade um Sperma halt in dem Spiel. Um Pipi-Kacka geht es hier gerade nicht. Nur um Sperma. Und Mitochondrien. Äh, kurz wieder rauf wechseln. Aber in so einem Krankenhaus gibt es bestimmt auch sehr viel Pipi und Kacka. Das stimmt. Ab irgendeinem Punkt bin ich ausversehen, wie auf den zweiten Slot ausgerutscht und dort speichere ich jetzt weiter. Äh, grüne Tür. Ach, vielleicht einfach die Main-Tür hier vorne. Bei den Fahrstühlen. Ja, hier. Können Sie mir sagen, warum dieses Krankenhaus flüssig Stickstoff verwendet? Nun, für viele verschiedene Dinge. Warzen für Eisen oder ähnliches. Aber hauptsächlich wird es Forschungszwecke verwendet. Damit beugt man der Degeneration von Spermien vor. Ich hab's euch gesagt. Wir kühlen damit unsere Samenbank. Eine Samenbank? Ich liebe Sperma. Das muss Yves Ziel sein. Wie schalte ich das aus? Sagen Sie es schon. Ich bin vom NYPD. Welche Yves? Nun, es befindet sich ein Ventil im Lagerraum. Damit lässt es sich abstellen. Wieso? Was haben Sie vor? Sie wollen doch nicht etwa die Kühlung der Spermien abstellen. Unsere Samenbank hat für sehr viele Männer sehr harte Arbeit bedeutet. Tut mir leid. Ich habe jetzt keine Zeit für Erklärungen. Es steht unser aller Sicherheit auf dem Spiel. Ach übrigens, auf welchem Stockwerk befindet sich das Forschungslabor? Auf dem 13. Stockwerk finden Sie das Labor. Tun Sie nichts unüberlegtes und denken Sie an die harte Arbeit unserer Spender. Danke. Ich werde mich mal umschauen, ob jemand medizinische Versorgung benötigt. Ja, die armen Männer. Die haben so hart geschuftet. Die haben so hart geschuftet. Und jetzt müssen wir das alles wegwerfen. Ich wollte nur kurz reinkommen und speichern. Wow, zwei Schüsse. Schon bin ich wieder versuchtert. Der Giftgift-Scheiß hat gar nichts gebracht, ey. Vorher waren keine Leute da, aber jetzt komischerweise alles voll. Es sind nur die zwei, die hier eingesperrt waren. Also drei. Die waren ja eingesperrt, die Patientin, die Doktorin und die Krankenschwester. Und das war jetzt wieder die Doktorin, die wir vorhin befreit haben, mein Guest. Ich wünsche mir was. was das für eine harte Arbeit ist. Endlich wird das hier mal geschätzt. Das ist keine harte Arbeit, wenn du in dein Tuch zu Hause reingehst. Die harte Arbeit ist hier das, was die Männer hier machen müssen. Das ist harte Arbeit. Weil die müssen hier in dieser unsexy Atmosphäre malochen. Dieser Schlüssel ist wohl nicht länger zu gebrauchen. Ich werfe ihn weg. Während sie dann in einer Kabine sitzen, wo neben ihnen andere Typen sitzen, die genau das gleiche machen. Das hat dann was von einer Farm, von einer Abmelkfarm. Und das ist nicht so sexy. Und das ist dann schwer. Das ist dann schwer, Anlauf zu bekommen. In Wallung zu kommen. Das ist nicht so einfach. Bestimmt, das ist ein Fetisch. Das gibt für alles einen scheiß Fetisch. 94-Domage! 60, brauche nicht so viel. Gibt es einen Stream beim Sex-Schauen-Fetisch? Ja, sicher. Tja. Und dann, keine Ahnung, dann bist du da mit deinem Partner und dann sagst du sowas wie, du darfst nur kommen, wenn Keggy Bub sagt. Okay, wo geht das gerade hin? Okay, hier ist gar nichts. Ah, die Ventile, klar. Möchtest du ein Gegenstand? Ich kann nur ein Ventil drehen. Ich glaube, ich ziehe mal doch die Kopfhörer an. Kannte einen, der nur Sex haben konnte, wenn Disney-Musik läuft? Das ist unangenehm. Ich will den genau Disney-Musik. Du darfst nicht nur kommen, wenn er Mitochondrien wieder sagt. Ja, da muss ja echt komisches Zeug in der Kindheit passiert sein, oder? Neonima-Turis! Neonima-Turis! Ja, ich will jetzt gleich König sein! So, wir wollen zu 13 fahren, ne? Stockwerk wählen. Ne, das war nicht Disney-Ave. Ich wollte gerade auf Hakuna Matata raus. Junge, ich könnte da... Ich muss ja die ganze Zeit lachen. Imagine, du hast Sex und dann kommt auf einmal Hakuna Matata! Diesen Spruch sag ich gern! Ich muss Yves stoppen, bevor noch mehr Menschen sterben. Ist stets modern! Es heißt, die Sorgen bleiben hier immer fern! Ihr seid wirklich maximal unsexy. Also wirklich. Der Big Boy ist wieder hier. Und den will ich mal in den Laser reinschießen. Scheiß Kugeln! Es sind schon drei Kugeln! Das Gesicht oben drauf. Ich sag so, wie es ist, es gibt so viele weirde Fetische, ich glaube. Wenn meine Partnerin einen Fetisch hätte, wo sie gerne Disney-Musik dabei hören möchte, ich glaube, ich glaube, das wäre etwas, wo ich noch mit klarkommen würde. Öffne schließen zum Forschungszentrum. Es gibt bestimmt schlechtere Sexmusik, ja, ich denke auch. Dein Mental ist voll. Ja, wir legen mal da so eine Geheilung rein, I guess. Da ist ein Grenada-Werfer. Da ist ein Grenada-Werfer. Grenada-Werfer! Ja... Brauchen wir nicht, ne? Ich benutze direkt ein Tool und baller das Ding weg. Dann spiel nächstes Mal ein Disney-Game, dann geht der voll ab. Nee, es wurde nur gesagt, sie kannte eine Person, er kannte eine Person, nicht, dass die Person hier im Stream... Oh, meinst du, von sich selbst gesprochen, aber so getan. Ach so, da war mal so ein Freak, ne, den ich kannte von früher. Der hat immer bei Disney-Musik. Na? Wollte einfach nicht seinen eigenen Fetisch zugeben. Schon wieder der Sänger hier. Ich bin eingesperrt, ich bin eingesperrt. Jo, Damage. Jo, okay. Okay, 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 kann ich bitte jetzt irgendwann hier freikommen? Nein, okay, schade. Dann bleib ich wohl für immer hier gefangen, cool. Ich hab ja Auto halt. Ich hab ja auch noch eine Unterteilung drin, ne? Alles gut. Der hier muss weg. Es heißt, die Sorgen bleiben dir immer fern. Philosophie. Da war mein Auto hier. Kugel. Hier ist halt irgendwie weniger Platz, als es aussieht. Boah, diese Kugeln. Jo, wieso sind die so tanky, diese Kugeln auf einmal? Level Up! Steht dir vor, jemand besteht darauf, beim Sex Leon Machère zu hören? Sie ist ein La-La-La, La-La-La-Ladyboy, La-La-La. Ist so ein Banger-Song. Komm mit mir auf die Copacabana. Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Geht auch noch klar. Ja, mein Problem wäre nicht, dass sie das beim Sex hören möchte. Mein Problem wäre, dass sie das generell hört. Kritt ausweichen. Komm mit mir auf die Copacabana. Was ist das hier für... Chat! Das ist das Sperma-Becken. Da kommen die mal alle rein. Da ist sogar, glaube ich, noch eine Pfütze unten drin. Hier ballern die alle ihre Ladung rein. Und da hat sich gerade Lilith drin gebadet. Äh, Lilith, äh, Eve hat sich da drin gebadet. Und er schafft gleich das neue, super mitochondriale Baby. Komm mit mir auf die Copacabana. Oh, die beiden schon wieder. Ich kann halt nicht mal einen Fokus dann wegmachen. Sondern man muss halt auf Glück hoffen, dass die den richtigen zuerst trinken. Aber das tut sie nie. Denn sie kann sich nicht kontrollieren. Kachbar! Jetzt töte ihn. Das war kein Treffer? Ich treffe die ganze Zeit die Kugel. Warum so horny auf Kamm heute? Ich bin nicht horny auf Kamm. Es geht hier immer noch um Sperma. Wie sind die ganze Zeit hier in... Leute, das ist gerade Plot. Wir sind hier in dieser Klinik nur wegen Sperma. Darum geht es hier gerade. Ich rede gerade nicht einfach über Sperma, weil ich gerade Bock habe auf Sperma. Sondern es geht hier um fucking Sperma. Personal für die Entwicklung künstlicher Spermien. Hans... Hans Klamp? Dr. Klamp? Elementar ist voll. Ich... Ja, und in dem Moment, wo ich das sage, geht es direkt im Spiel wieder um Spermien. Passt hier überhaupt jemand auf? OP-Heilung. Was ist das? Lore, dein Winter ist voll! Oh Mann, ey. Was ist das? Die HLA-Liste. Ben und Lorraines Name stehen auch drauf. Ben ist der Sohn von Daniel und Lorraine ist die Frau von Ben. Frau von Daniel, holy shit. Es handelt sich um die gleiche Liste wie die auf Dr. Klamps Computer. Was hat er nur vor? Dies sind Patientenakten. Mariko Brea. Die Akte meiner Mutter. 23. Dezember 1977. Also vor 11 Jahren. Äh, 21 Jahren. Patientin Mariko Brea. Wurde aufgenommen mit Maja Brea, ihrer Tochter. Nach einem Unfall. Ja, genau. Und dann haben die irgendwie... Äh, Organe transplantiert, um die beiden zu retten. Und in diesem Organ war irgendwie... ...irgendwie ein Ei von Eve drin. Patienten wurden nach einem Herzstillstand für tot erklärt. Patientin. Die nächste Seite fehlt. Sie muss irgendwo anders sein. Okay, die Mutter ist wahrscheinlich im Krankenhaus noch gestorben. Melissa Pierce. Das muss diese Melissa sein. 23. Dezember 1977. Melissa ist diejenige, die sich in Eve verwandelt hat. Melissa war diese Opernsängerin. Notaufnahme. Operation erfolgreich. Nach sechsmonatigem Krankenhausaufenthalt entlassen. Benötigt fortlaufend weitere Medikationen unter Aufsicht des Krankenhauses. Okay, die haben... Die haben irgendwas aus der Mutter von ihr oder aus Maja irgendwas rausgenommen und transplantiert in Melissa. Das heißt, dass Majas Mutter oder Ayas Mutter die damalige Eve war, die Japan Eve war. Melissa und Maja wurden am selben Tag ins Krankenhaus eingeliefert und beide wurden operiert am... Nein, das kann nicht sein. Was ist das? Was kann man nochmal von sich abgeben, Chat? Die Niere, ne? Die Niere kann man abgeben, ohne zu verrecken, oder? Und... Maja... In Majas... Genen oder so, war diese Eve-Gene. Weil... Weil... Die Mutter von Maja Eve war. Und durch die Transplantation... Weil Maja am Sterben lag und die hat ihre Organe dann gespendet quasi. Wurde... Eve... Übertragen auf Melissa, I guess. Was ist das? Aufzugs... Ich dachte, da liegt ja so ein Stück Niere. Was ist das? Eine Niere. Geht's in Tokyo Ghoul auch darum? Ist das auch so? Dass Kaneki-kun... Ähm... Nur solche Kräfte hat, weil er... ...Transplantation bekommen hatte? Dieser Schlüssel ist wohl nicht länger zu gebrauchen. Sie... Tero... ...Sii... Tero... ...Nah... ...Deda... ...ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba... ...tö-ra-ta-ta-ta-ta... Banger Song. Kampfjets bereit machen zum Abflug. Ziel Central Park. Denkt dran, keine unnötigen Angriffe. Erfasst den Feind von der Luft aus und bleibt in Alarmbereitschaft. Manhattan ist praktisch menschenleer. Warum nicht einfach ganz Manhattan wegbomben? Kannst du das Gitarren-Solo machen? Auf gar keinen Fall. Nein, Lynch. Wir haben noch keinen Befehl vom Präsidenten zum Angriff erhalten. Zurzeit können wir nur nach dem Vermissten aus dem Park suchen und die Stadt warnen. Geile Geräusche, Alter. Der Mond! Der stürzte ab! Im Mond sind Mitochondrien drin! Er und eine Ghoulin hatten einen Unfall und sie ist gestorben. Dann hat er ihre Organe bekommen zum Überleben. War das direkt am Anfang oder war das später irgendwie so ein Plottest? Ich habe damals die ersten zwölf Folgen geschaut. Also quasi den ersten Part, der damals rauskam. Ich habe ihn damals zum Release geschaut. Und nach den ersten zwölf Folgen habe ich dann entschieden, nicht weiterzuschauen. Da dachte ich mir, wenn es irgendwann weiterläuft, werde ich es nicht weiterschauen. Gute Entscheidung. Ja, ich denke auch. Ich fand die ersten zwei Folgen auch nicht so geil. Erste Minute oder so, jetzt kann ich mich gar nicht daran. Ich kann mich nur daran erinnern, dass er auf jeden Fall irgendwie nach Hause kam und so übelst Hunger hatte. Ich kann mich an gar nichts erinnern, außer dass er die ganze Zeit rumgeheult hat, dann so zu Hause war, die ganze Zeit irgendwie geheult hat, dann irgendwie Fleisch aus dem Kühlschrank gefressen hat und am Ende der letzten Folge saß er auf irgendeinem Stuhl in einer Arena oder so. Und da war da irgendein komischer, perverser Typ. Oh nein, ein leeres Gefäß aus der Samenbank. Sie hat das Sperma getrunken. Ich liebe, wie die Kamera gerade einfach über Kopf ist, oder? So etwas vermisse ich, Mann. So dumme Kameraeinstellungen. Die gibt es heute gar nicht mehr. Okay, wir sind auf dem Dach oder so. Bosskampf, ich habe nicht gespeichert. Was ist das? Ein Gigabrain. Der hat auf dem Rücken einen Rucksack und der Rucksack sieht aus wie ein Gehirn, aber das ist eigentlich eine Spinne. So ein Feuerball, Jüngchen. Feuerball. Gedodged. Lass mal Hass baddern. Abfahrt! Analyse. LP unbekannt. Ich bin, ich bin fest. Ich kriege die ganze Zeit Damage. Tot. Mehr Infos kriege ich nicht. Außer er hat irgendwie viel Leben. Boah, der Kampf ohne, ohne vernünftige Reichweite wäre ja Katastrophe. Auf meiner M16 ist halt super viel Reichweite drauf. Und die ist schon hier für den Kampf irgendwie gefühlt viel zu wenig. Meine Reichweite, aber wenn ich jetzt irgendwie nur Waffen hätte mit einer beschissenen Reichweite, dann oh die Shit. Jetzt kommt nett. Feuerball. Bei Nier fand ich es immer geil, wenn die Perspektive plötzlich anders war. Ja, sowas gibt es heute leider sehr selten. Kann ich mich? Nee, ne, ich muss mich mit Items loslösen. Es soll ein Frauenkörper vorne sein. Ich erkenne halt kaum, was vorne ist. Ja, es sind Titties. Titties. Boah, genau perfekt. In der Mitte. Oh, neuer, neuer Arena. Ich könnte halt hier einen Laser um die Ohren schießen. Der hat mich eingesperrt. Der hat mich eingesperrt, Chad. Ich komm hier nicht raus. Der hat mich befreit. Aber irgendwie auch random, ne? Dass sie irgendwie kein... Keine Vorstellung bekommt, wer sie ist. Keine Cutscene bekommt, was es ist oder so, ne? Sondern einfach, die jetzt einfach da ist. Da fehlt. Da fehlt. Da fehlt. Was macht Hass eigentlich? Ich bin schneller. Ich laufe schneller und mein Balken lädt sich schneller auf. Da ist kein Spinnnetz mehr. Ich konnte immer noch nicht laufen. Aber wie ich sehe, ist Hass nur sehr kurz. Wirklich sehr, sehr, sehr kurz. Vielleicht drei Aktionen kann ich mit Hass machen, wenn ich es vorbei bin. Ich bin halt gerade mehr am heilen und dodge als kämpfen. Ja, vielleicht kriegen wir nach dem Kampf gleich irgendwie Lore. Boah, ganz knapp. Boah, imagine. Ich hätte keine Waffen dabei gehabt, die Reichweite haben. Das wäre so schrecklich. Hab's. Kannst du dann mit Schlagstock? Ja, theoretisch kann ich auch mit Schlagstock, aber... Okay, sie stützt ein. Da. Ja, ich hab Heilung 3 bekommen. Einfach 280 LP oder so halt. Ne Glock. Stark. Die Menschen Inventar voll gewesen. Ich hätte die Glock nicht mitnehmen können. Ja, einfach wie. Grabe, komm. Da ist wieder Scheiß-Iver, Alter, mit ihrem Gesang. Du hast diesen Ort also gefunden. Du willst die Spermien benutzen, um das ultimative Wesen zur Welt zu bringen? Chloris-Käpfchen. Die erste Rebellion fand vor einigen Jahren auf einer weit entfernten Insel im Osten statt. Japan. Das Land der Wunder. Das Land der unendlichen Grenzen. Das Land von Anime. Dort unterlief meiner Schwester ein schwerwiegender Fehler. Schwester. Ich stehe höher in der Evolutionskette als meine Schwester. Ich werde diesen Fehler nicht begehen. Du bist nicht meine... Du hast es wohl endlich kapiert, hm? Nein! Ihr kläglichen Organismen seid auf Maschinen angewiesen, die die ganze Arbeit für euch erledigen. Stopp! Schwester? Ich glaube, er ist geplatzt. Du warst nun Zeuge der Grenzen der Menschheit. Bitte, nicht weiter. Und wenn ich keine Lust dazu habe, was dann? Wirklich schade, dass wir uns nicht verstehen konnten. Der Jet. Er wird ins Dach krachen. Ich muss hier weg. Oh nein. Ich kann da nicht runterspringen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich muss den Boss nochmal machen. Ich glaube, ich habe es geschafft. Game over. Lutscht mir doch die Eier. Die Tür, wo du hergekommen bist, konnte ich nicht. Da war eine unsichtbare Wand. Ich konnte nicht wieder runterlaufen. Dann müssen wir diesen aufregenden Boss wohl nochmal machen, Chat. Das sah so aus, als wäre sie da jetzt runtergesprungen. Weil da war ja so ein Wagen, so ein Fensterputzwagen. Und ich dachte, die ist da runtergejumpt. Aber so eine Scheiße gab es doch bei Metal Gear, ne? So eine ähnliche, dumme. So, ob hier noch Gegner kommen. Was? Was? Nee. Was? 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 Oh! Was? Diese Scheißkugeln. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal die Cutschen schauen, ne? Dann kann ich skippen. WDF Axel, Dankeschön für 10 Monate. Soll ich mal Dingens probieren? Beruhigungspatronen? Vielleicht ist ihre Schwäche Beruhigungspatron. Dann hab ich sie schneller down. Bostheim oder wie? Ein zweites Mal. Oh mein Gott, das Gefäß der Samenbank. Jemand hat's ausgegurgelt. So, ich hör mich nochmal schnell. Dann wechsle ich mal die Waffe. Mal zum Testen. Vorgespult. Ok. Oder ich tank einfach das Spinnennetz. Dann geht's auch schneller. Scheiß auf Spinnennetz. Ja, aber schade, dass wir zu ihr keine Lore bekommen haben. Wer oder was das ist hier. Ist das mehr Damage als mit der B16? Ne, ne? So, ein Feuerball. Junge, ich baller komplett rein. Bäh, steht voll drin in der Wixe, Digga. Faser 1. Ja, Laser trau ich mich nicht. Weil Laser halt so 80% meiner Mana verbraucht. Und ich brauch meine Mana halt zum Heilen. Also ja, ich hab noch Items, die könnte ich zum Heilen benutzen. Aber ja, hier. Boahoo! Ja, ok. Es nimmt nicht 80%, es nimmt alles weg. Bäh, uah! Wäh! 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 Jetzt renn doch nicht weg. Jo, das war ja nur ein Sinelspritzer. Guter Damage. Ich bin immer noch gefreezed. Okay, das war's. So. Klein Game, ja. Krasser Boss. Ja, beim ersten Mal ging er gerade länger. Aber jetzt weiß ich ja, was er macht. Und hab die Spam-Strat gefahren. Wuhuuu. Wann noch Damage Run? Äh, niemals. Ja, ihr bestand jetzt gar nicht einfach rum und hast reingeballt. Ja, ich hab halt weggetankt. Ich hab auf meiner Rüstung halt Auto-Heal drauf. Und jedes Mal, wenn ich wenig Leben hatte, wurde halt ein Item automatisch verbraucht. Beim letzten Mal hab ich halt ohne Items gespielt und hab halt mit meiner Mana gearbeitet. Diesmal hab ich einfach reingetankt. So, ich mach mal nochmal hier einen Speicherspunkt. Speich- Speicherspunkt. Weil ich wollte jetzt nicht wieder so sparsam nochmal den Kampf machen, weil, ja. Also da rechts kann ich nicht. Hier oben kann ich auch nicht. Ich hab auch vorhin versucht, ins Loch einzuspinnen. Geht halt auch nicht. Da muss man dann an einer bestimmten Position stehen für das Loch. Ein Licht. Diesmal kam der viel schneller. Ja, ich komm halt nicht zur Rampe, ne. Diesmal kam der irgendwie viel schneller. Vielleicht muss ich mich dahinter verstecken oder so. Hier hinter verstecken. Das Drehteil hab ich gerade auch mehrmals angeklickt. Vielleicht muss ich den richtigen Winkel anklicken. Ich weiß halt, ins Loch reinspringen wäre halt so voll obvious, ne. Aber... Okay, jetzt ist auf einmal das Geräusch vom Jet weg. Ich hab den Jet ausgemacht. Ne, hä? Diesmal geht's! Ich war ja vorhin auch bei dem Gerüst. Also da, wo ich das erste Mal Game Over gegangen bin. Da war ich auch beim Gerüst, weil das so obvious aussah mit dem Gerüst. Aber... Dann kam trotzdem... Okay, sie lebt noch. Oh nein, die Bremse! Ich war nur zu spät, ja. Geil. Geiles Game einfach. Junge, wir kämpfen einfach mit dem Fallen. Ja, wie der Boss einfach... Der Boss hat einfach so ein bisschen Slapstick-mäßig so reingeschrückt. Guck dich an. Ha! So ein Arschloch. Hier drüben, Aida. Ah ja. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Eve ist mit der einer Spermeprobe entkommen. Danke, dass du mich gerettet hast, Daniel. Du kannst studieren, so viel du willst. Aber du musst doch andere Dinge drauf haben, Mann. Kein Mädchen will mit dir zusammen sein, wenn du so tickst. Boah. Was, bitte? Ich? Daniel ist auf dem Revier. Alles in Ordnung? Das ist es. Ja, ich habe einige Dinge über Clamp herausgefunden. Aber... In der Vergangenheit wurde ein Arzt aus dem Krankenhaus gefeuert, weil er eine Patientenakte herausgegeben hat. Dr. Clamp. Flow, official. Dankeschön für den Raid. Was geht ab? Grüße! Grüßi! Hallo! Willkommen im Stream! Willkommen im Stream, wo ihr sehr oft das Wort Mitochondrien und Sperma hören werdet. Eine Akte? So etwas wie die HLA-Liste? Diese Leute haben quasi Zugriff auf fast alles. Ich habe noch andere Informationen. Folgendes habe ich von Warner gehört, der Melissas Spuren folgte. Wurde es gerade von einem beliebten Rapper geradet. Rap mal was vor. Ich kann auch rappen. Ich habe auch einen Song, der sehr beliebt ist. Wasserkocher an! Beutel rein! Geiler Apfeltee! Sauf dir ein! Wasser... Ne, fuck. Ich habe den Text vergessen. Wasserkocher an! Beutel rein! Geiler Apfeltee! Sauf dir ein! Marke Tee, Kanne! Vitamin C! Das Beste vor jedem! Marimekadré! Bitch! Ist schon released. Schon vor Jahren. Nee, ist kein Spotify. Gibt es nur auf YouTube. Vor Jahren schon. Irgendwie 2018, 2019. Ist ein alter Klassiker von mir. Ja, mein aktuellster Song ist Veggie Hack. Das ist mein aktuellster Song. Nicht noch älter? Nee, ich glaube, der Apfeltee-Song kam, glaube ich, so 2019 rum. Zu meiner Mario Maker Hochzeit. Ich glaube, das war so 2019 rum. Sie wurde mehrmals gesehen, wie sie zu verschiedenen Anlässen spät nachts in das Museum ging. Yves? Sie ist in das Museum gegangen? Wir müssen dorthin. Wir müssen dort ankommen, bevor das Wesen geboren wird. Hätte 16 oder 17 gedacht. Stimmt, das muss ja vor der Switch gewesen sein. True. Das muss ja vor der Switch gewesen sein. True. Dann ist es doch. Dann ist es 2019 zu spät. Nee, stimmt, 2019 kam bestimmt sowas eher wie Mario Maker Hochschmerz. Es ist gar nicht mal so schwer. Und wenn die Japano-Level kommen, dann ist es vorbei. Bye-bye. Das kam wahrscheinlich so eher 2019, ne? Brück dich, wir kommen da schon hin, Kumpel. Genau. Brückt euch, Chad. Wir kommen da schon hin. Und Margin, danke schön für 33 Monate. Oh, jemand hat hier im NYPD aufgeräumt. Geiler, was geht ab. Ich habe gehört, dass der Käpt'n das Leben von Ben gerettet hat. Shiva war sein Partner, als er noch ein Anwärter war. Oh, no. Muss schwer für ihn gewesen sein, auf sie zu sch... Oh, no, Chad. Das war der Boss vom letzten Mal. Das war dieser Hund, der sich verwandelt hat. Das wussten wir ja gar nicht vorher, dass das Bakers Partner gewesen ist. Baker musste auf seinen eigenen Hund schießen. Ah ja, Detective Warner hat neue Informationen. Ja, wo wart ihr vor acht Jahren, Chad? Wo wart ihr vor acht Jahren? Ich war hier. Und hab legendäre Lines geschrieben. Vor einiger Zeit wurde ein Arzt aus diesem Krankenhaus gefeuert, weil er Patientenakte verkaufte. Und Melissa wurde mehrmals dabei gesehen, wie sie zu später Stunde ins Museum ging. Yves. Klemmt, dieser Bastard. Ich wusste doch, dass er was damit zu tun hat. Wir teilen uns auf und durchsuchen die komplette Stadt. Yves und Klemmt müssten sich bald treffen. Wir müssen uns beeilen. Es wird zu spät sein, wenn die ultimative Lebensform erst mal geboren wurde. Also sie kann wahrscheinlich ohne Klemmt nichts mit dem Sperma anfangen. Und sie braucht jetzt Klemmt, der ihr das Sperma einführt. Ich hab wahrscheinlich YouTube geguckt und damit dich. Vor acht Jahren hatte ich noch Lebensfreude. Hast du auch immer noch. Okay. In meinem Zimmer hab ich deine legendären Lines gehört. Vor acht Jahren hab ich meine Ausbildung begonnen. Junge, bist du schon 50 oder so? Ich geh ein bisschen nach neuen Infos herumschnüffeln. Hab ein Walkie-Talkie mitgebracht, damit wir in Kontakt bleiben können. Oh, fucking Walkie-Talkie. Junge, ich hab... Jaso und ich haben schon gesagt, wenn wir irgendwann mal zusammenziehen sollten, wir holen uns auch Walkie-Talkies. Damit wir dann zwischen den Zimmern reden können. Ich zähl auf dich, Herr Wissenschaftler. Wow! Wir werden uns aufteilen, um nach Yves zu suchen. Wenn ihr irgendeine Spur findet, ruft sofort Verstärkung. Bleibst du nicht hier, Daniel? Um Papierkram zu erledigen, machst du wohl Witze. Was werden wir tun? Lass es uns wissen, wenn es etwas Neues gibt. Oh ja, alles klar, verstanden. Der geht jetzt Japan-Animation schauen. Evolution! Tag fünf. 2005. Was ist mit 2005? Ausbildung beendet. Was für beendet. Junge, ich dachte, du bist nur ein paar Jahre älter als ich, Nussgrau. Bist du irgendwie 5,40? Und Drakon, Dankeschön, für elf Monate. Du hast schon mit 16 deine Ausbildung angefangen. Einfach als Baby schon Ausbildung angefangen. Auf Englisch heißt es Liberation, also Befreiung. Viel cooler. Komisch, dass sie das zur Evolution umbenannt haben. Chinatown ist neu. Was kriegen wir hier für einen Banger? Jetzt kommt der Maul zur Tungbanger. Boah, Chat. Alter. Gestern Nacht habe ich ja noch bis sehr spät noch mein Video geschnitten. Und immer mal wieder hier so auf der Suche nach Musik, ne, fürs Video und so, bin ich dann irgendwie da drauf gestoßen. Und das ist ja so ein Banger. Was hattet ihr von chlisischer Propagandachat? Der ist so stark. Und diese komischen Quietschgeräusche gleich wieder. Oh, Junge. Da werde ich doch freiwillig Komponist. Junge. Und dann gestern Nacht ist man auf Dauerschleife gegönnt. Einfach ein Banger. Sieht sick aus. Ich habe das Inventar nicht geleert. Lass schnell abbauen. Bevor ich noch, bevor ich jetzt wieder in ein Loch stürze und dann nicht mehr rauskomme. Lass kurz zurück. Mauter, Junge. Ja, ich weiß nicht, Felix, wie wichtig sind diese Hamayas, Mayorkas? Wie wichtig sind die? Da steht ja die ganze Zeit Glücksbringer. Besonderer Glücksbringer, hilfreicher Glücksbringer. Also jetzt ohne großartig zu spoilern. Soll ich sie liegen lassen oder soll ich sie lieber mitnehmen? Ist das nicht der ehemalige Führer von China? Ja, irgendwie 1920 oder so. Keine Ahnung. Behalten. Okay. Falsche Tür. Hallo? Was hier? Konnte ich was reinlegen? Hier. Okay. Ja, Schrott weg. Hä? Wo kann ich da was reinlegen? Ich kann immer nur ein Item reinlegen. Oder muss ich mit dem Boy reden? Boy? Mach dir keine Sorgen. Ah ja, ich kümmere mich um alles für Tores. Ihr belasst mir jetzt die Optimierung der Ausrüstung. Wir machen das jetzt auf meine Art. Keine Genehmigung nötig. Aber es wäre nett, wenn du mir für eine Optimierung diese Waffensammelkarten vorbeibringen würdest, wenn du welche findest. Ich werde wahrscheinlich nicht so gut sein wie Tores, aber du kannst auf meine Arbeit vertrauen. Also, was darf es nicht so gut machen? Ausrüstung verstauen. So, das kann weg. Das kann weg. Nicht nachladen. Dumm, batz, dumm, batz, dumm, batz, dumm, batz, dumm, batz. Bewegen. So. Schlagstock benutze ich nie, ne? Aber vielleicht brauche ich das mal. Warte, bevor ich abgebe. Was ist die Glock? Was kann ich mit der Glock machen? Krack, krack, krack macht die Glock! Ja, die ist stärker als meine Pistel. Aber meine Pistel hat halt die Betäubungsmunition. Die könnte ich aber auf die draufpacken, theoretisch. Ich sage nur minimal stärker. Aber ja. Habe ich noch Tools bestimmt, ne? Ich habe keine Tools. Okay, dann lasse ich die Pistole noch, bis wir Tools finden. Und lege den anderen Scheiß rein. Äh, Gegenstadt verstauen. So. Den Spinschlüssel. Den Lagerschlüssel. Und die ganzen Heilungen hier. Amin, ich kann sie auch mitnehmen und... Ja, ich mache mal ein paar weg. Ich kann sie auch unterwegs theoretisch wegwerfen, wenn sie mich stören. Jetzt habe ich P-Heilung. Zwei, drei Stück. Drei Stück. Nehmen wir drei P-Heilungen mit. Drei P-Heilungen. Eine G-Heilung. Ein bisschen Medizin. Ja, reicht schon. Äh, ja. Und Waffensammelkarten oder so habe ich noch nicht bekommen. Kommen wahrscheinlich jetzt. Ab jetzt. Und hey, der Kader. Was geht ab? Eigentlich müsste ich hier mein FBI-Wappen bei dem Spiel auch immer aufsetzen, ne? Bin hier auch ein Cop. Mein Gamepad ist ausgegangen. Zum Glück hier und nicht im Kampf. Aber wo ist mein Kabel? Kabel! Kabel! Mein Kabel ist weg. Das ist komisch. Ich spiele das hier mit einem PS4 Gamepad, weil das eine PS5 Gamepad ist immer an der PS5 dran. Ich habe immer keinen Bock um zu koppeln. Und das andere PS5 Gamepad hat einen Drift. Ich habe es noch nicht repariert. Keine Zeit gefunden. Also bin ich wieder back to the roots zu PS4. Ist das Kabel vielleicht hinter deinem Ohr? Benutzt ihr das PS4 Gamepad eigentlich recht gerne am PC? Ja, ich mag das PS4 Gamepad auch eigentlich immer noch sehr gerne. Auch wenn das PS5 Gamepad sehr nice ist, gehört das PS4 Gamepad ja auch immer noch zu meinen Favorites, was Gamepads angeht. Aber ich benutze es halt nicht mehr, weil Kabel. Alles ist ja mittlerweile mit USB-C. Und dann habe ich keinen Bock hier mehrere verschiedene Kabel rumzuliegen zu haben. Und benutze halt dann aktuelle Gamepads. Pi. Plus zwei. Pi. 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 Ich benutze das noch nicht, weil neues Gebiet. Vielleicht kriege ich jetzt neue Rüstung. Bevor ich jetzt wieder alles in eine Rüstung reinballere. Aber jetzt kommen schon Gegner. Ja, alles. Jo, was ist das denn? Die haben Böller am Schwanz. Ist das jetzt schon das Gebiet, Felix? Was so komplett katastrophal war? Okay, meine Waffe ist hier eine komplett beschissene Entscheidung. Die sind komplett gegen Feuer immun. Ne, kommt noch. Junge, was sind diese drei Schüsse, ey? Crazy. Cray, cray. Ich weiß nicht, ob bestimmt kann man bei Gamepads irgendwie das Ladeloch umändern, irgendwie umbauen, was Neues reinlöten oder so, dass da ein USB-C ist oder so. Ich habe zwei PC-Controller und beide hat das irgendwann Wackelkontakt bekommen. Oder ein Micro-USB-Anschluss ist so. Ja, ich hasse auch den Anschluss. USB-C ist halt so ein nice Upgrade. So ein viel, viel besseres Kabel. Und vor allem PS4-Gamepads sind bei mir irgendwie alle nicht kaputt gegangen, ne? Sondern funktionieren halt immer noch. Also eins ist kaputt gegangen, aber aus anderen Gründen. Sekiro war eine harte Zeit, sag ich mal. Ich hatte halt zwei PS4-Gamepads. Das andere, das erste davon ist halt Sekiro passiert. Gift, stark. Ich habe Anti-Gift-Rüstung. Bei dem einen ist halt wie gesagt Sekiro passiert und das andere benutze ich halt immer noch. Und bei allen anderen Gamepads, die sind bei mir immer alle so schnell kaputt gegangen. Sei es ein Drift, sei es irgendwie ein Wackelkontakt oder so, ne? Aber PS4 ist bei mir irgendwie so richtig robust immer gewesen. Ich weiß nicht, ob ich da zufällig immer genau die Richtigen erwischt habe. Dass die nicht kaputt gegangen sind, I don't know. Mein Leben magischerweise auch noch. Nach acht Jahren. Außer eins. Da gab es einen Unfall bei der letzten Valkyra auf ganz schweren God of War. Oh man. Ist dir so ausgerutscht beim Schwitzen, oder? Genau, genau. Ist mir ausgerutscht. Beim PS4-Controller ist doch eher das Problem, dass der Anschluss so weit unten liegt. Da drückt der Controller beim Laden auf das Kabel und man macht den langsam kaputt. Äh, ich hab heute nie beim Liegen geladen. Also ich hab den mal, wenn ich geladen habe, hab ich den auch in der Hand gehalten zum Spielen, ne? Ich hab keine Ahnung. Ist halt nicht kaputt gegangen durch irgendwas. PS5 hab ich schon drei Gamepads und zwei davon haben Drift. Xbox Gamepads hab ich irgendwann aufgegeben zu kaufen, weil die bei mir auch immer nur so ein Jahr gehalten haben. Da war ein Speicherpunkt. Bei welchem Boss in Sekiro ist das denn passiert? Bei einigen. Es war aber auch eine schwere Zeit. In der Zeit sind einige Dinge kaputt gegangen. Nicht nur während Sekiro. Ich glaube bei mir war der finale Blow für das Gamepad der Affe. Das war glaube ich der finale Blow. Ich sitze gerade alleine bei meiner Stammbad draußen mit einer Rhabarberschorle und schaue Kegi-Stream. Social Life durchgespielt. Ja, Parasite Eve, da kann man doch nicht einfach socializen. Das geht nicht. Ist zu geil, das Game. Das war so, ja auch zur No-Deaf-Zeit. So, keine Ahnung. Das war eine Zeit, wo ich eine sehr kurze, eine sehr kurze Lunte hatte. Sag ich mal. Und dann, ab irgendeinem Punkt musste ich mich abbremsen. Und hab dann angefangen, mich zu kontrollieren. Diese scheiß roten Kugeln sind so kacke. Kannst du dir vorstellen, Daxus 1-Randomizer-No-Deaf zu machen? Äh, es gab schon mehrere Streams. Äh, die Sekiro-Streams, äh, also Sekiro habe ich komplett außerhalb des Streams gespielt. Also die ganzen Gamepad-Weitwurf-Versuche, die sind alle außerhalb vom Stream stattgefunden. Ja, aber du hast es nie geschafft, ja. Aber ich habe das schon mehrmals probiert, ja. Deshalb heißt es Shadows Die Twice, ja. Deshalb ist ein Gamepad irgendwann gestorben und dann hatte ich ein anderes. Aber das war auch echt ein doofer Wurf, Chat. Wisst ihr, ich habe zu der Zeit, anstelle irgendwie mein Problem anzugehen und zu sagen, hey, du wirfst Gegenstände beim Spiele spielen, du machst Dinge kaputt beim Spiele spielen, vielleicht solltest du damit aufhören. Und dann habe ich mein Denken ausgetrickst und gesagt, hm, anstelle, dass ich damit aufhöre, werfe ich es einfach in eine sichere Ecke. Und habe es dann, wenn ich auf der Couch saß, immer ins Kissen reingeworfen. Immer ins Couchkissen reingeworfen. Und das Ding ist, bei dem Moment, wo es halt kaputt gegangen ist, da habe ich nicht das Couchkissen getroffen, sondern halt einfach nur die Couch und das ist mies abgebounced von der Couch und ist durch das ganze Zimmer geflogen. Kann ja quasi nichts schief gehen, ja. Das ist ein weiches Kissen, ne? Und ich hätte theoretisch beim, als es abgebounced ist und durch die ganze Wohnung geflogen, durch das ganze Zimmer geflogen ist, ich hätte auch meinen Fernseher treffen können oder so meinen Fernseher kaputt machen können, aber das ist zum Glück nicht passiert, ey. Ja, sich selbstverlassen juckt. Hauptsache nichts anderes geht kaputt. Moderne Probleme brauchen moderne Lösungen. Ja, und diese ganze Wut von wegen Dinge irgendwie werfen oder auf Tisch schlagen, auf Tastatur schlagen. Eine Tastatur habe ich auch damit kaputt gemacht, weil ich draufgehauen habe. Das alles mündete darin, das war für mich dann wirklich der Punkt, wo ich abbremsen musste, als der Monitor kaputt gegangen ist. Das war das Schlimmste. Aber da ist nicht der Monitor kaputt gegangen, weil ich ihn geboxt habe oder weil ich was reingeworfen habe, sondern das war im Stream auch. Das war, glaube ich, bei Dark Souls 3 oder so. Da bin ich irgendwie gestorben oder so beim No-Dev und habe das Mikrofon so weggestoßen. Dann hat das Mikrofon in den Monitor gerammt. Und das war halt das Teuerste. Der Monitor hat keine Ahnung wie 200 Euro gekostet. Man dachte mir, holy shit. Ich habe gerade 200 Euro verbraten, weil ich wütend bin. Das kann so nicht weitergehen. Ab hier ist jetzt Schluss. Gibt davon, glaube ich, noch einen Clip. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich es hier im Stream nicht gesagt habe. Mir ist es passiert und mir war es in dem Moment auch so unangenehm und so peinlich. Ich habe es im Stream nicht erwähnt. Ich habe es erst am nächsten Tag oder übernächsten Tag, also beim nächsten Stream erst angesprochen. Weil in dem Moment, wo es passiert ist, war es mir so unangenehm und so peinlich, dass ich hier sitze, erwachsener Mann, und werde bei einem Spiel so wütend, dass ich einen fucking Monitor kaputt mache. Das war mir so unangenehm. Aber ja, es ist halt passiert. Dazu muss man stehen, ne? Ah ja, es ist hier. Wir gehen in die Kanalisation. Oh, da ist noch eine Kiste. Es sieht nach verfaultem Fisch aus, Fleisch aus. Ich gehe nach unten und sehe mich mal um. Sag Daniel Bescheid. Nein, noch nicht runter. Ich will die Kiste. Ja, ja, warte. Hier, nimm das. Narita, Narita Boy. Schon wieder Glücksbringer. Kam deshalb die Cozy-Meter? Wir hatten mal eine Cozy-Meter. Sei bitte vorsichtig. Tja, ich kann auch looten. Nachdem der Monitor kaputt gegangen ist, die No-Devs gingen ja immer noch weiter. Ich habe dann versucht, mich zu kontrollieren. Dann ging erstmal die Hand auf den Tisch-Hau-Meter. Die ging dann erstmal. Das war die nächste Meter. Da war nicht mehr irgendwas werfen, kaputt machen, wegstoßen. Da war dann auf den Tisch-Hau-Meter. Auf den Tisch-Hau-Meter war dann die Meter, wo jedes Mal, wenn ich auf den Tisch gehauen hatte, die Kamera immer kurz ausgegangen ist. Weil das Kabel immer so ein bisschen gewackelt hatte und dann ist die Kamera aus und wieder an. Beziehungsweise was? Jetzt hast du alle drei Glücksbringer. Bedeutet, du bekommst ab jetzt besseren Blut. Oh, ist das so? Steht das dabei? Ne, ne? Okay. Ne, es war immer flache Hand. Aber jetzt mache ich nicht mal das. Nicht mal mit der flachen Hand haue ich drauf. Ich bin, ich bin, ich bin ein neuer Mensch. Es wird nichts mehr geworfen, es wird nichts mehr kaputt gemacht. Fliegescheißer. Jetzt wird nur noch geschrien, ja. Schrei ist okay. Da mache ich nichts kaputt. Die können mich blind machen. Oh mein Gott. Ich habe doch nichts gegen blind. Und das ist auch gleichzeitig Gift? Moment. Okay, ist weg. Ich glaube, das ist doch blendendes Gift oder so. Ich könnte eigentlich meine Wumme wieder rausholen, ne? Meine Wumme. Hehehehe. Oh Junge. Die bleibt einfach stehen. Beim Waffen wechseln. Okay, ne, die Entgiftung macht das nicht. Ich dachte, mit der Entgiftung kann ich meine Augen heilen. Okay, ich habe die fürchterlichsten Gegner im ganzen Spiel gefunden. Oh. Ich habe die schlimmsten Gegner gefunden. Oh. 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 іт. Sobald ich einmal getroffen bin, erstmal weg laufen und warten, bis der Statuseffekt weg ist. Boah, das verbraucht echt viel Mana, aber ist auch eine Big-Heilung, stimmt, jetzt gehen die Sachen von selbst kaputt hier an der Stuhl, oh, jetzt habe ich eine Heilung bekommen für die Augen, okay, B-Heilung, Blindheilung, ich hatte by the way beim Boss ein Level ab, ne, alles in AT-Leiste, alles in die AT-Leiste, ist das jetzt hier, ähm, Dingens, äh, Lost Wutz, Reichweite, okay, ich muss aber sagen, diese, 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 diese Energie, diese Wut in mir bei Videospielen, irgendwas zu werfen oder kaputt machen, die kam auch dieses Jahr so ein bisschen, so ein Stück raus, und dann habe ich aber zum Glück frühzeitig gemerkt, das war bei Nine Soul, dieses dumme Drecksgame. war so kacke, ja, also es ist, es ist schon ein gutes Spiel an sich, aber die Laufwege zu den Bossen teilweise sind so scheiße, die haben auch einiges wieder gepatcht und besser gemacht, weil das Triggernde für mich persönlich war halt, die Bosse, wenn, also die Bosse sind halt sehr schwer, und du stirbst halt, wenn du halt den Boss noch nicht kennst und den lernen musst, dann stirbst du bei den Bossen so innerhalb von zwei Sekunden. Dann stirbst du innerhalb von zwei Sekunden, stirbst du, ähm, und musst dann irgendwie so zwei Minuten hinlaufen, aber nicht zwei Minuten hinlaufen, weil der Weg so lang ist, sondern, weil die Ladezeiten zwischen jedem Screen irgendwie so, keine Ahnung, so fünf, sechs Sekunden lang sind. Das ist ja so ein Metroidvania und du wechselst da sehr oft Screens und dann sitzt du da die ganze Zeit bei jedem Screen und musst so fünf, sechs Sekunden warten. Das hat mich so wütend gemacht. Und dann habe ich festgestellt, so beim Spielen, ich verfalle in alte Muster, ich werde gerade einfach nur wütend, macht es mir überhaupt Spaß? Und dann habe ich gesagt, nee, das macht mir keinen Spaß. Und dann habe ich sie installiert. Mittlerweile haben die das wohl gepatcht, dass zwischen den Screenwechseln so keine krasse Ladezeit mehr ist, aber ja. Für viele war das Game ja richtig krass. Für einige war es sogar krasser als Hollow Knight und so. So für Hollow Knight-Fans teilweise war es so krasser als Hollow Knight selbst. Das ist ein sehr, sehr schrecklicher Dungeon. Das ist ein fürchterlicher Dungeon. Aber wie es aussieht, das Blenden stackt nicht. Also wenn du schon im Blend-Status bist und nochmal getroffen bist vom Blenden, dann stackt das nicht. Ja, ich weiß, ich kann auch weglaufen, aber ich will nicht weglaufen, weil... die geben mir Erfahrungspunkte. Ich will halt nicht irgendwie alles skippen und dann am Ende Probleme haben und grinden müssen oder so. Ja. Es ist gerade wirklich Lost Woods? Also ist das wirklich einfach so ein Labyrinth? Alles sieht hier gleich aus. Ich hasse Lost Woods in den Spielen. Die nervigste Scheiße, die Zelda erfunden hat. Wieso haben das Spiel übernommen? Ey, so einmal okay, zweimal... Ja, muss jetzt nicht unbedingt sein, drittes Mal... Boah! Und dann kommen andere Spieler und denken sich, ja, das ist so ein cooles Element bei Zelda. Lass uns das übernehmen. In Sea of Stars gab es das auch. Wieso habe ich gewartet, wenn ich jetzt schießen könnte? Dann endest du... Genau, und ich will nicht so enden, wie du in dem Spiel. Dass ich am Ende dann zu unterlevelt bin. Es sieht einfach nur alles gleich aus, okay? Es ist kein Lost Woods. In wenig Zeit was. Boah, aber die neue Heilung schallert richtig rein, man. Die ist crazy. Level up! Gen-Heilung. Benutze PE, um langsam LP... Oh! Über Zeitheilung. Aber dann hätte ich wenigstens gerne irgendwie eine Karte bekommen oder so. Ich habe jetzt Angst, irgendwelche wichtigen Items zu verpassen. Dann bin ich voll. Ich habe eine Waffe bekommen. Ähm... Hier gibt es, wie gesagt, eine mega geile Wumme. Ist das die? Die hier? Die M2033? Ja, das ist die. Okay, nice. Die hat ein sehr kleines Magazin. Nicht so geile Reichweite, aber sehr hohen Damage. Und die hat irgendwas drauf. Ähm... Was ist das? Ergänzt Säure der Munition. Ist Säure geil oder was? Nee, wait. Doch nicht die Waffe? Ähm... Was habe ich hier? Die ist auch neu, glaube ich. Äh... Hier ist auch noch eine andere mit Säure. Ich habe schon zwei mit Säure gefunden. Wo kommen die alle her? Aber vielleicht könnte ich damit Feuer wegmachen. Vielleicht ist Säure ja geiler als... Die hat leider halt eine beschissene Reichweite. Und die hat jetzt keinen random Schuss mehr. Jetzt kann ich wieder richtig zielen. Ich habe keine Tools, oder? Nee, keine Tools. Was ist so geil an der Wumme, die hier versteckt ist? Weil das Gamescom schon Silksong Cope aufgefüllt? Nee. Als ob auf Gamescom irgendwas Relevantes, Interessantes angekündigt wird. Gamescom ist, sagen wir mal, jedes Jahr nur die Aufwärmung von irgendwelchen bekannten Sachen schon. Eine Shotgun! Okay, immer wenn ich geradeaus gehe, komme ich in der Sackgasse an. Aber ich bin nicht sicher, ob ich immer geradeaus gegangen bin. Ich bin, glaube ich, am Anfang einmal kurz abgebogen und dann nicht mehr geradeaus gelaufen. Äh, und danach nur geradeaus gelaufen. Aber anfangs bin ich, glaube ich, abgebogen. Aber starker Dungeon! Not bad! Ich habe es gefunden. So, aber ich... Sollte ja... Wenn, dann die Shotgun finden, oder? Und mitnehmen am besten. Ich komme hier nicht runter. Ist die Shotgun da auf der anderen Seite? Vielleicht? Wieso sehen die Seawas so unfassbar elegant aus? Elegant? Jetzt rechts. Ja, ich wollte rechts gehen, um da rauszukommen. Wieso elegant? Inwiefern elegant? Ja, eben mit so schicken Straßenlaternen und der Brücke. So. Er war ja schon draußen. Okay. Juuu! Scheißvogel. Dieser dumme Scheißvogel. Moment, das ist doch die Shotgun. Ist auf jeden Fall irgendeine Shotgun. Stupid, hein. Ich habe jetzt echt sehr viele Waffen! Und jetzt hole ich gleich noch eine Waffe. Okay, ich hätte auch eine große Heilung machen können. Ich brauche langsam irgendwie Tools, damit ich die Waffen auseinandernehmen kann. Andere Richtung, ja ich will die Kiste hier erstmal holen. Ja, ich sollte mal hier die ganzen Dinger benutzen, äh, P-Heilung oder so, Verteidigung plus, ja, ich baller mal meine, meine Rüstung mal hier voll. Toni, Foni, danke schön für 39 Monate, von Hai, was geht ab, Atrax, wie läuft's, was machen Sachen, Schau dran, was ist das denn, achso stimmt, das konnte ich auch machen, die konnte ja nicht nur, Piuiuiu, wir müssen jetzt auch in so einem scheiß engen Raum, Warum, ne? Das sind schreckliche Gegner. Fuden, was isst du so geiles? Ich glaube ich, was geht ab. Hallo? Was passiert hier? Ende. Bärlach-Omelette. Vier Stück! Okay, Chat. Ich arbeite mal wieder mit dem Lasern. Die Gegner machen hier eh alle nicht so viel Damage. Ich brauche hier nicht so viel Mana. Dann kann ich auch ein bisschen Mana verbrauchen, um mal jemanden wegzulasern. Boah, ist das alles schrecklich hier! Ich will nicht weglaufen! Ich habe in Säure drauf gemacht. Letztendlich so ein Statuseffekt. Die machen halt auch nicht mal irgendwie wirklich viel Schaden. Die sind einfach nur bodenlos nervig. Schieß doch jetzt! Bei denen bin ich viel weggerannt. Ja, das war das Problem. Wieso du dann unterlevelt warst. Du hättest bestimmt hier 5 Level gemacht oder so. So, und hier kommt jetzt die legendäre Shotgun. Also muss jetzt hier eine Toilette kommen. Ja, ist halt wirklich so eine Zubat-Höhle hier, Mann. Aber die Zubats im Pokémon sind wenigstens nicht so nervig. Noch weiter hoch? Oh, hier ist keine Kiste. Felix, hier ist keine Shotgun. Der ist eine Sackgasse. Zubats sind nicht nervig. Was hast du gesoffen? Ja, wenn ich Pokémon gespielt habe und ich war in dieser Zubat-Höhle, dann kam die. Ich habe einen Angriff gemacht. Die waren halt tot. Dann kam der nächste Zubat. Ich habe einen Angriff gemacht. Zubat war tot. Kommt Fußstrahl. Die kam doch eh nie dazu, irgendwie anzugreifen. Die waren doch meistens irgendwie so 6 Level unter deinem Pokémon. Pikachu Donner blitzt. One-Hit. Kegi hat beim Pokémon-Spielen eh nur Starter benutzt. Als Kind nicht, aber später ja. Da war eine Chest? Im dunklen Gang? Echt? Moment, da ist eine Chest. Hier ist es in dem Gang. Hey Paul, MC, was geht ab? Machst immer noch Musik? Da ist ja nur mit einem Pokémon gespielt. Ja, anfangs ist Komino-Scheiße. Also wieso soll ich jetzt irgendwelche Zubats und irgendwelche Zickzacks und Schmicks-Max mit mir führen? Wenn die geilen Pokémon alle später kommen. Doch runter? Sagt nichts gegen Zickzacks. Ja, Zickzacks war die kleine Hure, die alle VMs nur gehabt hatte. Weil beim Kampf hat man doch das scheiß Ding nicht benutzt. Nochmal runter? Du Bastard, du Schwätzer. Aber dann bin ich wieder draußen. Nee, noch nicht. Danach bin ich draußen. Doch, ich bin jetzt wieder draußen. Ja, ich weiß. Bei Pokémon ist das... Nee, bin ich noch nicht. Bei Pokémon musst du immer alle Pokémon sammeln. Du musst alle Pokémon entwickeln. Du musst alle Pokémon leveln. Und wenn du nicht so spielst, dann ist es wie bei Elden Ring mit Beschwörungen. Dann hassen dich alle. Junge, bin ich dumm? Ja, wie es aussieht. Ist das vielleicht gerandomized? Die ist jedes Mal woanders. Aber ich habe hier eine Shotgun. Das ist die nicht? Die ich hier habe? Was hat denn die Shotgun so... Gehen wir mal von dieser Richtung jetzt. Was macht denn diese Shotgun so besonders? Dass man sie haben möchte. Die Wumme heißt M870. Schaden. Viel Schaden. Ich will viel Schaden haben. Das klingt ganz geil eigentlich. Aber laufe ich jetzt das ganze Ding nochmal durch? Die ist in so einer Sackgasse. Da oben ist halt auch noch eine Kiste. Hier geradeaus komplett bin ich schon durchgelaufen. Da mache ich hier. Google halt. Du musst ja für mich googeln. Das ist so. Im Stream ist das so. Der Streamer spielt und der Chat googelt. Man muss Radfratz holen und dann Starter freilassen, sonst ist man kein wahrer Trainer. Ne, man muss ja im Wald die ganze Zeit im Kreis rumlaufen, bis Pikachu kommt. Dann Pikachu nehmen und dann den Starter wegwerfen. Da ist sie. Die steht hier. Sie steht hier versteckt. Ähm. Okay. Und die ist jetzt richtig crazy. 49 Damage macht die. Und die hat irgendeinen Effekt. Streuung trifft mehrere Ziele. Oh. Die hat jetzt noch zwei Slots übrig, ne? Also wenn ich ein Tool bekomme, könnten wir was drauflegen. Irgendwas drauflegen. Ähm. Wie z.B. Random Schüsse. Ähm. Ne, ich könnte halt dann das Plus hier, von dieser Waffe das Plus rüberholen. Diese 11, 8, 4. Könnte ich komplett rüberholen. Oder ne, bei Waffen konnte man glaube ich immer nur eine Sache rüberholen, ne? Dann könnte ich die 11 Damage oder so rübernehmen. Aber ich habe keinen Tools. Aber ein Inventar voll mit Waffen. Ja, Streuung klingt geil. Parasite Eve Sewers Map. Ja, ich fahre jetzt die ganze Zeit hier in dem Bereich. Aber ja, so habe ich auch den Bereich hier auch gecheckt, dass er so funktioniert. Und die Shotgun lag gerade hier bei der 17. M 870. Ja. Und wie läuft es, meine kleinen Mitochondrien? Du meinst deine kleinen Spermien. Heute sind wir keine Mitochondrien. Heute sind wir Spermien. Ähm. Da ist ein Tool bei 19. Ja, 19, da komme ich jetzt hin. Oh, jetzt hört sie nicht als Spermien. Voll süß. Oh, jetzt hört sie nicht als Spermien. Das ist eine kleine Leiter. Möchte ich anmerken. Du kannst hier Koop hochklettern. Zu zweit einfach Leiter klettern. Nebeneinander, nicht untereinander. Damit dir keiner unter dem Rock gucken kann. Ach ja, mein Inventar ist voll, by the way. Ähm. Kriege ich da noch eine Waffe? Ich habe noch nicht genug Waffen in meinem Inventar. Oh, ich habe hier Angriff plus 1. Warte, ich verbrauche das mal. Dann habe ich nur Platz. Auf die 870. Ein Schlagstock. Was sind diese Effekte? Stiehlt Gegenstände, aber halbiert die Angriffskraft. Hier ist es. Irgendjemand hat letzte Woche mich die ganze Zeit versucht zu guiden, dass ich mit dem Schlagstock Dinge klauen kann. Das war eine Lüge. Also eine halbe Lüge. Man braucht halt den richtigen Schlagstock. Und nicht den vom Staat. Ist dann für New Game Plus wahrscheinlich geil, ne? Wenn man dann bei manchen Bossen, die man jetzt schon besiegt hat, dann Dinge holen kann. Moment. Hat die Waffe andere Munitionsart? Moment. Wie viele Upgrades ich der Waffe geben kann? Jo, stimmt. Die ist ja insane. Die kann 6 Upgrades haben. Bruh. Die ist ja komplett OP. Ähm. Das ist... Schleim. Ja, die war auch gut versteckt. Das sind doch die schleimigen Überreste der Zuschauer aus dem Central Park. Geile Katzen. Mhhh. 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 Lecky. Mhhh. 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 Kommt jetzt ein Bosskampf oder was? Runde Speicherpunkt? Mhhh. 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 Geile Monate. Ok, doch kein Boss. Er ist einfach so ein Pupp Boss. Nein, das ist äh... Menschenmesser. Das sind Menschen, die ja so zu Schleim geworden sind und jetzt zusammenkommen. Ich muss den Schleim aus dem Auffangbecken bekommen, bevor er die ganze Stadt infiziert. Ne das sind keine spermien. Also das waren mal ganz, ganz, ganz früher spermien. Ja, wir sind ja Menschen, aber... Eva hat die Spermien. Okay. Ich mach mal hier einen Speicherstand. Okay, wie die beide gleichzeitig gehen. Jo, der hintere wird ja gerade auch anvisiert. Weißt du, dass so weit geht, die Streuung. Jo, 100! Lilski! Ja, den Koko kennen wir schon. Aber jetzt kommt der Doppelpack. Das ist Krog und Dog. Oh nein. Oh nein. Äh... Diese ganze Beheilung, Digga! Ja, ich muss so speichern. Zwischendurch mal. Weil, natürlich, ich bin ein God-Gamer. Ich brauche das eigentlich nicht. Aber ne, man weiß nicht, was passiert. Und das ist für den Streamflow halt ein bisschen angenehmer. Ich baller mal die Reichweite hoch. Baller meine... Baller meine... Hatte der Kroko nicht auch Feuerschwäche gehabt? Keine Ahnung. Ich hab ja kein Feuerwehr mehr drauf auf der Waffe. So, das müsste jetzt hier ein Tool sein. So, was packen wir denn zuerst auf unsere geile Womme? Dann... Ich könnte First drauf packen. Kann ich das nicht? Ne, ich glaub, Schlagstock geht nur mit Schlagstock, ne? Äh, ich bin grad im falschen Menü, lol. Fünf Schuss verringert den Angriff halt. Ja, ja, deshalb... Ich bin jetzt nicht unbedingt darauf aus, jetzt mehrere Schüsse zu machen. Äh, zwei ist an sich okay. Wobei, man muss sagen, auch wenn dann die... Der Damage natürlich auf die fünf Schüsse aufgeteilt ist. Dann hab ich ja fünfmal ne Chance zu krippen. Ne, ach, Zufall auf gar keinen Fall. Ich geh nicht wieder auf Zufall. Okay, man kann leider nicht den Stock benutzen. Ich hätte gerne vom Stock die Fähigkeit gehabt. Aber dann will ich ja gar nichts. Ich will kein Feuer drauf haben. Ich will keine random Schüsse drauf haben. Ich will nicht Betäubung haben. Keine Säure. Ich will die Waffe eigentlich elementlos haben, damit ich sie überall benutzen kann. Ja, I guess wir übernehmen die Stats hier. Die hier. Naja, wir übertragen die. Es waren doch alle drei Statpunkte. Ich dachte, man überträgt nur eins. Aber gut. So mach ich alles richtig. Zack. Und jetzt macht die schon 61 Damage. We love to entertain you. Junge, jetzt wird komplett rasiert. Die hält sich gar nicht an der Leiter fest. Lüge. Wieso geht die so langsam? Moment, hätte ich an den Ventilen drehen müssen? Ich gehe nochmal runter. Es tut mir leid. Wieso nimmt sie jede Stufe einzeln? Nein, 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 nein. Das wollte ich nicht. Ich wollte nur vorbeilaufen. Wieso ist das Wasser eigentlich gar nicht animiert? Merke ich gerade. Sonst war das Wasser immer animiert. Okay, die Ventile kann man nicht drehen. Das war wirklich einfach nur für das Tool hier runterklettern. Man klettert sich hier runter, bekämpft zwei Krokos und dann kriegt man ein Tool. Das ist Kanalwasser. Das bewegt sich nicht. Wir hatten ja sonst überall auch in den ersten Seaways, vorhin hatten wir Wasser. Und da war immer so ein kleiner Effekt auf dem Wasser, dass es so aussieht, als würde es sich bewegen. Das ist Ur-Kanalwasser. Das hatte ich so oft in der FF7 gehabt, mit der Leiter dauernd hoch und runter. Ja, generell bei so alten Spielen. Munition. Hier kann ich speichern. Moin, Meister! Daniel, was geht? Wollte nur Bescheid geben, mir geht es noch gut. Ich hoffe, bei dir läuft da auch alles. Ja, hau rein, Digi. Kanal-Assertion. Oh, da stand was. Fuck. Ich habe was gedrückt. Pumpe 1. Es hat nicht genügend Strom zur Verfügung. Deaktivieren. Ja, gerade ein Triggerfinger. Pumpe 2. Pumpe 2 geht. Pump it up! Eeeh! любой Junge das ist alles menschliche Masse, ne? Das ist quasi einfach so ganz viele zermatschte Menschen. ok ich glaube gar keine pumpe funktioniert hier oder ja ich glaube es hat sich ausgepumpt mensch ist quasi das muss ich aus menschen ich kann hier nicht lang ich denke jetzt kommt der schleimboss hier nein das problem ist wenn ich das ding hier an klicke dann kommt es nicht direkt dass fans das menü sondern ich denke ich habe es nicht getroffen also drücke ich nochmal aber währenddessen kloppt dann schon das menü auf und ich drücke schon den ersten die erste auswahl ok boss bei den gerenderten hintergründen habe ich immer das problem wo ich drücke und wo ich laufen kann ja als man bei manchen spielen ist es nicht so gut dargestellt bei manchen spielen ist es ein bisschen besser das wird ein gewaltiges chaos verursachen also hier finde ich das noch sehr gut also hier ist es überschaulich junge da wurde ein mies gekocht bei dem soundtrack konami code in die chat kennt von euch jemand konami code auswendig habt ihr so ein krasses gedächtnis dass euch die scheiße immer merkt äh maulwurf so jetzt streuung boom geil habt ihr gesehen alle drei getroffen ich bin blind fucking konfustrahl ich meine ich könnte die heilung die die items benutzen die blind heilen aber ich habe die befürchtung dass es hier einen boss geben wird der das spammen wird und bei einem boss das zu heilen wäre es gleich ganz nett als bei so random federmäusen da kann ich ein bisschen rumlaufen und warten bei einem boss wäre es geil wenn ich das heilen könnte wie zb vorhin mit der mit dem spinnenboss da habe ich auch die ganze denn im dungeon dieses äh diese items bekommen um starre wegzumachen und dann kam der boss dann die ganze zeit starre gespand wie 60 damage nicht um 260 damit geschlägt hoch hoch runter runter links rechts a b start hoch hoch runter runter links rechts links rechts b a also ich glaube auch dass es eher b a als a b Oben, unten, oben, unten, links, rechts, links, rechts, B, A, S, nee, das ist falsch. Up, up, down, down, left, right, left, right, B, A, Start. Zwei, fünf verschiedene Konami-Codes. Bei diesem Fledermaus-Geräusch denke ich immer im ersten Moment, es fliegt eine Mücke um mich herum. Level up. Banger kommt, Banger-Alarm. Alles in der T-Leiste. Smelly hatte den richtigen. Hey Niko, was geht ab? Ich wünsche, die Musik würde im Kampf weiterlaufen. Yo, ein Tausendfüßler. Boom. 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 Okay. Doppelt-Geräusche. Scheint irgendwie ein besonderer Boss, äh, ein besonderer Boss, äh, ein besonderer Gegner zu sein. Ein Mini-Boss oder so? Boah, die 81 Damage schallern so geil rein, ne? Ja, das schallert so geil rein. Was ist, er teilt sich auf! Boah, geil, Alter. Boah, geil, Alter. Boah, geil, Alter. Ich hab ne Rüstung mit einer Fähigkeit drauf, die Gift verhindert. Überfahren. Okay, jetzt geht's ab, Chat. Fast rein. Boom! Kopf. Äh, ich hab was für den anderen avisiert. Oh, ich bin eben nicht mehr schnell. Ja, ist doch okay. Jo, ich hab in der Luft beide getroffen! Hä? Wie cool war das denn? Äh, kann ich alle mitnehmen? Nee, Medizinbereich nicht. Ähm. Äh, viel zu cool. Das gleiche Game wie letzte Woche. Ich hab's ja noch nicht durchgespielt. Aber heute Abend ist es durch. Ich bin hier falsch. Wo war grad der Bosskampf? Ich dachte, der war in dieser Richtung. Äh, ja, das Japano-Level kommen. Das ist vorbei, vorbei, vorbei. Äh, äh, hier Reichweite. Ja, keine Ahnung, wieso ich das als Vorwurf vorgelesen hab. Sorry. Wo war denn hier der Boss grade? Nee, ich richte an. Ich hab ein Mario Maker Level 2 für dich. Äh, danke, I guess. Aber ich werd's nicht spielen. Sorry. Wo geht's denn hier noch lang? Ich hab jetzt mehrere Wege. Ich weiß nicht, was hier richtig ist. Ich schwöre, ist auch kein Japano-Level. Auch wenn's kein Japano-Level ist. Polizia. Deine Vintar ist voll. Ich baller mal ne Heilung raus. Tor! Okay, wir haben einen Tor-Schlüssel. Der Schleim bewegt sich in Richtung... Museum! Du brichst grad sein Herz. Ich bin heute ein Heartbreaker. Ich hab das eigentlich so eingestellt, dass ich kein CD-Wechsel machen muss, sondern dass das automatisch passiert. Ich hab halt keine Ahnung, wie man bei Retro-Arc-CDs wechselt. Neue Disk laden, vielleicht? Virtuelles Disk-Fach öffnen und aktuell geladen Disk entfernen. Wenn Inhalte pausieren, wenn das Menü aktiv ist, aktiviert... Ich weise keine Änderung mehr. Neue Disk laden... Ja, ich kann theoretisch ein Safe-State setzen. Ich spiele mal einen anderen aus... Disk auswerfen, eine neue Disk vom Dateisystem auswählen und eingelegen, das wird das Fach schließen. Die ist eine veraltete Funktion. Es wird stattdessen empfohlen, die Multidisk-Titel über... Ja, genau das hab ich gemacht. Multidisk-Titel über M3U-Wiedergabelisten zu laden. Das hab ich gemacht. Die die Disk-Auswahl mit den Optionen Disk auswerfen einlegen... Vielleicht einfach dann das hier. Die aktuelle Disk aus der Liste der verfügbaren Abbilder wählen. Die Disk wird geladen, wenn Disk einlegen ausgewählt wird. Okay. Okay, nice. Du hattest kein CD-Wechsel? Hast du es über Mulator gespielt oder hast du es auf der Playstation gespielt? Okay, weird. Also ich hatte auch zwei Versionen runtergeladen gehabt und bei beiden Versionen hatte ich so zwei Discs gehabt. Also zwei ISOs, zwei ROMs, zwei... Keine Ahnung, du weißt schon. Okay, man kommt immer an der seltenen Seite raus. Ich dachte, das sind zwei verschiedene Wege, aber das ist dasselbe. Oder wolltest du mir damit einfach nur sagen, bei dir kam wann anders der Wechsel? Was freest du, Keggy? Äh, Retro-Arc mit dem... ...einem Chor da. ...Beatle, mit dem Beatle-Core. Woo! Schnell weg! Schnell weg! Okay, stirbt. Junge, der Damage ist so geil, ey! Okay, der Damage ist so geil, ey! Okay, der Damage ist so geil, ey! Ich heil mich mal kurz. Ich musste nicht wie du manuell wechseln, mehr nicht, okay. Kein Dankschön nötig, was? Inventar ist voll. Äh, ich könnte auch einen Schlagstock bei der Wege weglegen, ne? Gleich weiter. Ich hab' wahrscheinlich super viel liegen gelassen, oder? Ich hab' das Gefühl, ich hab' super viel dort geskippt. Ich dachte, dein, äh, Prügel ist angewachsen. Äh, ne, ich hab' nur einen zweiten Prügel, einen Wechselprügel. Oh, hier bin ich ursprünglich hergekommen. Dann hätte ich nur festgestellt, dass hier die Treppe nicht aufgeht. Und, ja, kritisch ausweichen. Und wär' dann andersrum gelaufen und dann wär' ich bei derselben Stelle gelandet. Und hätte dann das Tor, den Torschlüssel bekommen für hier. Der Stock ist später wichtig für den sechsten Dungeon. Ich hab' ja einen zweiten Stock. Äh, ja, I guess. Wir gehen ins Museum, ne? Ich hätte gerne mehr von der U-Bahn-Musik, aber hey. Ein bisschen Schleim bekämpfen. Museum ist mein Bruch gewesen, freu' dich. Oh, no. Hier kommt jetzt der schlimme Part, wo Felix abbrechen musste. Felix, der Dead God. Der Typ, der in Isaac Dead God ist. Er hat einfach das Unmögliche geschafft. Und dann hat er hier aufgegeben. Kultur geht immer, ja. Ein bisschen Bildung. Da ist Clamp. Wer ist das? Wer ist da? Ich sag' nicht genau, was dran. Okay. Felix, wirst du zugeben, was dich gebrochen hat, auch wenn Kegi jetzt locker hier durchkäme? Ich würd's schon gerne wissen. Ich mach' jetzt extra einen anderen Save-State. Ich steh' zu meinem Versagen. Boah, männlich. Macht mich schon ein bisschen geil. Alter, da Vinci. Hier wurde was geklaut. Das sind bestimmt die Ur-Spermian von Mitochondrien Adam. KandoTV, bist du betrunken? Alles, was ich von dir lese, verwirrt mich. Bist du irgendwie high gerade oder so? Ist alles in Ordnung bei dir? Was möchtest du von mir? Hey! Die Dinosaurier sind wieder erwacht. Die Mitochondrien können so viel, ne? Crazy. Boah, das war ein Double-Treffer. Ein Double-Treffer. Schade. Single. Die bewegen sich halt so viel, ne? Oh, nice. Bewegen sich so viel teilweise. Ich will mich positionieren, damit ich irgendwie beide treffe, ne? Aber er ist überdosiert an Mitochondrien und Sperma, okay. So viel Sperma. Ja, die Waffe ist OP. Die ist geil. Die ist geil. Ich hätte sie vermisst, hätte ich sie nicht gefunden. Auch wenn ich sie dadurch nicht hätte kennenlernen können und hätte nie gewusst, dass sie existiert. Ich hätte sie trotzdem vermisst. Wie zur Hölle sind diese Dinosaurier hierher gekommen? Sie will die Dinosaurier wieder auferwecken mit der Mitochondrien-Chat. Ja, was lege ich weg? Ja, was lege ich weg? Ah, guck mal, den anderen Stock kann ich nicht mehr weglegen. Man muss immer mindestens einen Stock dabei haben. Bist high unbetrunken? Ja, dann kannst du dich ja ausnüchtern, I guess. Kriegst ein 24-Stunden-Timeout, kannst dich ausnüchtern. Woanders, aber nicht hier im Chat. Und wir sehen uns wieder, wenn du wieder bei Sinnen bist. Ja, ein kleines Nickerchen machen, vielleicht ein bisschen Wasser trinken. Hier. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Oder übermorgen. Ähm. Ich weiß nicht, was ich wegwerfen soll. Ich hab zu viele Waffen dabei. Vielleicht ist da auch nur Scheiße drin. Dass mir nicht gezeigt wird, was da drin ist. Dann könnte ich wenigstens entscheiden, ob ich das mitnehmen will. Theoretisch kann ich ja was reinlegen und dann wieder rausholen, wenn es mir nicht gefällt, ne? Das ist ja eine Kiste. Also ich lege zum Beispiel jetzt die... Die... M203 rein. Da ist ein Tool drin. Nice. Was packen wir drauf auf die Waffe? Ich glaub, ich hab nichts, ne? Wir können halt drei Schuss vielleicht packen. Aber dann würde ich einfach nur mehr Munition verschwenden. Äh, verschwenden, verbrauchen. Für denselben Damage. Ich glaub, das lohnt nicht. Ich weiß nicht, ob später noch interessante Effekte kommen. Aber ich glaube... Also drei Schuss bringt mir jetzt nicht so viel. Die Lähmung. Ja, ich weiß nicht, wie das mit der... Ob Betäubung... Auch ein Element ist. Ob Säure ein Element ist. Dass jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt gegen einen Gegner kämpfe, der immun gegen Säure ist. Mache ich dann automatisch weniger Damage bei ihm? Oder kann ich einfach nur den Säure-Effekt bei ihm nicht aus... ähm... Aktivieren. Und genauso mit der Betäubung. Wie ist es dann mit der Betäubung? Wenn ich jetzt gegen Gegner kämpfe, die resistent gegen Betäubung sind. Mache ich dann... Weniger Damage? Oder kann ich ihn einfach nur nicht betäuben? Und Schottlot! Dankeschön! Für 14 Monate hier. Spermejäger, Junge. Dankeschön. Ich denk mir die ganze Zeit... Wieso seh ich die Nachrichten nicht? Der ist auf meiner Bloglist. Stark. Betäubung weiß ich nicht genau. Okay, Säure ist auf jeden Fall ein Element. Ja, ich hab Angst, die Waffe kaputt zu machen. Ich will die halt nicht kaputt machen. Was ist eigentlich das blaue Element hier? Das ist neu irgendwie. Bei Betäubung ist ja das hier. Was ist das blaue? Das kenn ich noch gar nicht. Frost, okay. Ich weiß aber auch literally nicht, was Betäubung überhaupt macht. Ergänzt Beruhigungsmittel der Munition. Also was das bedeutet. Wenn ich jetzt versuche, die Gegner zu beruhigen. Keine Ahnung. Davon wirst du high. Quasi MGS. Das bringt mir halt bei den Kämpfen hier nichts. Okay, das war die Waffe da drin. Ja, ich glaub, die können wir auch drin lassen. Oder ich lass ne Heilung zurück. B-Heilung. B-Heilung. Ja, ich guess ich leg ne B-Heilung zurück. Das heißt, ob man einen Pazifisten-Run hier machen kann. Was stand da? Ist abgeschlossen. Okay. Ja, wahrscheinlich, wenn ich jetzt zurückgehe, kommen jetzt überall Dinosaurier. Wir machen jetzt ein kleines Dino-Crisis hier. CyberDog VR 47, Alter. Dankeschön für 49 Monate. Äh, 49. 19. Dankeschön. Weißt du schon, wann du morgen ungefähr streamst? Äh, ich denke 12 Uhr so ungefähr. Wird ein kurzer Stream. Geile Sprünge. Junge, der Damage. Die stehen perfekt. Ah, er drutscht. Der springt rein, lol. Opfer. Äh, wir fangen morgen recht früh an, der Gäste zu 12 Uhr und ich hab keine Ahnung, was wir morgen machen. Und ich bin dann so bis 16 Uhr online. Okay, Felix hat das Spiel abgeschrieben. Gebrochen wegen den springenden Gegnern. Er mochte die nicht. Wann kriege ich eigentlich einen Doppellaser? Probier mal die Genheilung. Die hab ich noch gar nicht probiert. Wie stark die ist. Machst du dich über mich lustig? Nein. Oder haben die dich wirklich gestört, die springenden Gegnern? Boah, der Double Hick. Ja, die Genheilung ist not bad. Boah, reingejumpt. Kann man mit dem, äh, äh, Tool die Pluswerte verschieben? Ja, hab ich schon gemacht. Äh, und auf den anderen Waffen ist, glaub ich, ist, glaub ich, nicht wirklich relevantes Plus. Dass ich jetzt dafür den Tool verschwenden will. Ähm, wir haben hier plus 1, 2, 1, 2, 1, 1, 0, 2, 0, 0, 2, 1, 0, 2. Ich mein, wir kriegen genug Tools. Ich könnte, dann hab ich auch Platz im Inventar, I guess. Äh, aber dann, nee, die nicht. Weil da ist die Beruhigungspistole, äh, Munition drauf. Dann, ich glaub, ich würd die Glock dann nehmen. Würde eine von den zwei Säurenwaffen verschwenden. Ja, ich hätt jetzt gedacht, die Glock, weil die gibt zwei Reichweite und ich will mit der Shotgun mehr Reichweite haben. Weil die Säure, die gibt halt null Reichweite. Und die gibt auch null. Ich hab immer Angst, die falsche Waffe kaputt zu machen, ne? Hab ich noch die richtige ausgerüstet? Okay. Musik bis jetzt, kein Moment scheiße. Es funktioniert nicht, aber ich bin mir sicher, dass es wieder gehen wird, wenn ich den Alarm deaktiviere. Es gibt einen Alarm? Äh, Diswap, ja, haben wir gerade gemacht. Tiere! Okay. Wie viele Tiere verstecken sich? Was? Also der Hase, der Hirsch hier vorne, oben links der Vogel, links ist irgendein Affe gewesen, fünf, das hier links, in der Mitte war irgendwas. Ich glaube, rechts war noch irgendwie so eine Schlange und so ein Käfer. Klar, irgendwie so acht Stück oder so? Das war neun, oder? Auch links fünf, rechts vier. Ja. Geile Belohnung, 15 Munition. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Ah, er springt weg. Ich habe ihn wieder auf den Boden geholt. Damage schallert aber auch so krass rein, ne? Heilung drei. Also die Gegner machen viel Damage, ich mache viel Damage. Einfach alles geil. Das geht zurück. Zum Glück habe ich dir von der Wumme erzählt, wa? Ja. Das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste an diesem Run. Ach du Scheiße. Offensichtlich will jemand dass ich dieses Gebiet nicht betrete. Oh, er lässt mich wirklich nicht. Ich dachte, das ist jetzt ein Bosskampf. Das muss ein Rätsel lösen. Was war die Nahrungsquelle des ersten Organismus, der von 3,9 Milliarden Jahren lebte? Selbstgesteuerte Photosynthese. Sperma! Dann war es Sauerstoff aus dem Meer. Nein? Dann war es wohl Stickoxide aus Vulkanen. Aber er lässt mich trotzdem nicht durch. Ja! Wie habe ich wegschwänzelt? Es gab da noch keinen mehr. Ja, ich habe mich mit der Timeline ein bisschen vertan. In der menschlichen Timeline. Aber wie schnell der auch zusticht und wie viel Damage der macht. Also Museum ballert schon gut rein, ey. Bei dem mache ich auch nicht so viel Damage gerade. Aber reicht! Level up! Entfernt alle negativen Status weg. Okay, jetzt kann ich alle komischen Highlight-Items wegwerfen. Jetzt habe ich sogar Medizin. Mehr Reichweite, nice. Und Lille Bausk, Dankeschön für 42 Monate und hi. Kuss zurück! Noch mehr Dinos. Ich rotte die Dinos ein zweites Mal aus. Jetzt hat er sich noch wegdreht. Ist ein bisschen geil, dass ich hier so jetzt die mehrfach treffen kann, aber es ist schon auch irgendwo ein bisschen nervig, wenn die Gegner so viel sich bewegen, dass du dann dich perfekt positionierst und dann rennen die wieder weg und dann triffst du doch nur einen. Wenn ich das mal so sagen darf, die Barriere ist einfach OP-Fähigkeit, quasi der Easy-Modus. Ich komme bisher ganz gut ohne die klar. Ich habe die schon ein paar Mal benutzt, aber bisher komme ich ganz gut klar. Da geht es auch nicht lang. Jetzt kann ich nach oben oder nach unten. Dass es so beleuchtet, ist das wichtig? Checken wir mal oben ab. Die kleinen Springer, Alter. Boing, boing, boing. Ich habe auch Hass schon lange nicht mehr benutzt. Buh, buh, buh. Schade. Komm schon. Ah, zwei. Ah, er geht weg. Zwei. Drei. Scheiß Zunge, Mann. Na, Mann, ich habe Schrott mitgenommen. Kurze Heilung reindrücken. Das Game gefällt mir sehr gut, was ich bis jetzt sehe. Ja, es ist echt sehr nice. Also wirklich. Ich habe auch gedacht, ich werde viel mehr Probleme haben, weil so alt und alte Spiele sind teilweise ein bisschen unfair, dass ich einige Probleme haben werde. Aber bisher bin ich echt sehr gut durchgekommen. Okay. hier ist nichts. Also bisher meiner Meinung nach auf jeden Fall sehr gut gealtert. Warte, was war das für ein Geräusch? War das erfolgreich damals oder eher ein Hintenjam? Bei uns kam der Teil ja nicht mal raus. Wir haben nur den zweiten Teil bekommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und keine Ahnung, ob das ein Erfolg war. Also ich als Kind kannte es auf jeden Fall. Okay, jetzt haben die Panzerungen das ist jetzt die Stelle, die Felix gebrochen hat. Gepanzerte Gegner. Nee, ich mache immer noch Damage. Nice! Scheißes Ratten, Alter. Junge, jetzt bleibt doch mal stehen. So, Level ab und wow! Vierer Medizin. Junge, das wird sich gleich direkt gespritzt. Ich habe durch diesen Teil und den PSP-Ableger durchgespielt. Es gibt einen PSP-Ableger? Okay, die kam jetzt von der Decke irgendwie runtergejumpt hier. War das irgendwie nur ein Port oder war das irgendwie ein komplett neuer Teil? Ich dachte, es gibt nur zwei Teile. Und beide sind PS1. Noch mehr Frost. Junge, wie viele Waffen ich mittlerweile habe. Nächste Rätsel. Die Mitochondrien erzeugen ATP. Adenosyntrophosphat innerhalb der Zellen. Wie viel Energie entspricht das? Das war das hier. 200.000 Volt pro Kubikzentimeter. Hast du mir gemerkt? hat Dr. Clamp erzählt. Glaube ich. Meine Kinder war ja Jack and Dexter. Erster Teil? Der erste Teil war geil. Ich habe bestimmt ein Wikipedia-Artikel. Entweder Eve oder Dr. Clamp hat das letzte Woche erzählt. Den 200.000 irgendwas. PSP ist quasi Teil 3 von Parasite Eve. Nennt sich The Third Birthday. Ist ein sehr cooler Shooter. kein Rollenspiel noch. Schade. Schade, schade, schade. Also das Spieler ist auch gar nicht mehr Parasite Eve oder was? Das heißt einfach nur Third Birthday. Okay, hier ist irgendwas vorbeigeschleimt. Nach unten. Hier kamen die Freaks hier runtergerollt. Hier kamen die Freaks runtergerollt durch das Gitter und haben mich angegriffen. HTP darüber habe ich viel in der Ausbildung gelernt. Lieblingsfach? Das waren 200.000 Grad wegen der Selbstentflammung. Ja, da hieß es auch irgendwie Energieentladung, dass die 200.000 Volt oder so haben und deshalb können die sich dann entzünden. Ich kann hoch oder runter gehen. Geh mal runter. Runter könnte vielleicht ein Shortcut sein zum Speicherpunkt. In Winter ist voll In Winter ist voll In Winter ist voll In Winter ist voll Ist das so Biaco Oh Na Na dann Das ist ja echt ärgerlich. Komm hoch Ich mach dir Platz Okay, jetzt bin ich hier hinter Hab Hab actually nie Jakon Daxter gespielt aber alle Ratchet & Clank Games Ich weiß nicht wie der zweite Teil ist ob der ähnlich ist aber der erste Teil ist sehr anders als Ratchet & Clank Der erste Teil ist quasi Mario 64 oder so und dann ab dem zweiten Teil kam ja so voll Action dazu und so dann war es auf einmal halbe GTA aber für Kinder Boah starker Poster auf dem Boden Wandteppich Hey Seidig was gelap In Eilung In Eilung Ey mittlerweile habe ich so viel Leben wir bräuchten schon Heilung Nummer 4 Ok Nächste Indem die Mitochondrien die Sauerstoff als Nahrungsquelle nutzen die Sauerstoff als Nahrungsquelle nutzen in den Körper aufgenommen wurden und mit dem symbiotisch Zusammenleben hat das Bakterium eine enorme Energiemenge erworben Was war die Folge? Alterungsprozess langsame zelluläre Reproduktion Zellzerstörung durch Überlastung Alterungsprozess Hatten wir auch letztes Mal gehabt Habt mir alles gemerkt Chat Hier Ist so viel Platz Jemand hat den Affen umgeworfen Der Dick Schädel zahlt sich an Ey Ich habe einfach nur ein großes Gehirn Wie milliere es haben denn? Ich habe einfach nur eine göttliche Ich habe einfach nur einen Zeug Jus... Jus des Bananen... Jus... Jus des Bananen? Eiffelturm! Wie meinst du Hobby-Hausländer? Äh, das war ein Joke. Wegen... Wir haben hier Donnerstag im Stream, haben wir einen Bingo-Abend. Äh, im Jahr 1987 veröffentlichte Cain und Wilson eine Theorie, die besagt, dass der Mensch von der mitochondrialen Urmutter, Eva, abstammt. Welcher Organismus ist mit der mitochondrialen Urmutter gemeint? Äh, eine afrikanische Frau. Boah, ich hab so gut aufgepasst! Holy shit! Das war nicht passiv-aggressiv gemeint. Äh, nee, ich hab das nicht passiv-aggressiv gemeint. Also wir haben wirklich Donnerstags immer, gucken wir Rosins Restaurant und dann haben wir immer ein Bingo-Feld. Oder was heißt immer oft ein Bingo-Feld. Äh, wo es darum geht, ob Frank Rosin etwas auf einer anderen Sprache sagt. So was wie Bonjour! Boah! Boah! Drei Hits! Und die Bingo's verfolgen mich. Auch wenn ich irgendwo im Real Life eine Ente sehe. Bingo! Es ist abgeschlossen. Äh, wo ist das? Ähm... Hier vielleicht? Oh, ich glaub... Ah, okay. Ich glaub, der Weg nach unten ist ein Speicherpunkt. Weil hier kommt jetzt ein Bosskampf. Ein Pterodaktyl. Das ist hier der grüne Chat. Das ist hier der grüne. Äh, aus... In einem Land vor unserer Zeit. Petri. Petri Schnabel. Ich bin blind. 300! Oh, Chat! Ich glaube, dieser Energieschuss skaliert mit der Anzahl, wie viel Mana ich habe, oder? Je mehr Mana ich verbrauche, desto mehr Damage macht er, ne? Und ich war gerade full Mana und ich hab ihm schon länger nicht mehr den Energieschuss eingesetzt. Die letzten paar Level. Und ich hab jetzt bei den letzten Levelungen einiges an Mana dazugewonnen. Und dadurch hat er jetzt einfach fucking 330 Damage gemacht. Und dadurch hat er jetzt einfach fucking 330 Damage gemacht. Mit sind wir stark? Eirodaktyl, ne das ist doch das Pokémon. Okay, jetzt kommt er einfach nochmal. Als normaler Gegner. Okay, ich dachte das ist ein Bosskampf. Mana voll tanken lassen und dann wieder abfahren. 300 Damage. Ja, dann war das gar nicht mal so cool, dass ich ihn one-hitted habe. Ich dachte das ist wirklich irgendwie so ein krasser Boss oder so und ich one-hitte den einfach. Fehlkräfte haben sich weiterentwickelt. Wiederbelebung. Hä? Ich kann mich jetzt einfach wieder selbst wiederbeleben? Ich fand das schon weird, dass man sich mit Items wiederbeleben kann, wenn man stirbt. Und jetzt kann ich mich mit Fähigkeit wiederbeleben? Wie funktioniert das dann? Wiederbelebung, wenn Lebenspunkte null erreichen. Wenn ich dann genug Mana habe oder was, dann aktiviert sich das von alleine? Das hatte ich nicht. Ja, wahrscheinlich weil du nicht so weit gelevelt hast dann, ne? Hattest du noch Dinge gehabt? Äh, Medizin? Hattest du das noch gehabt? Achso, du meinst so als Schutz quasi. Wenn man dann während der Zeit stirbt, dann wird das aktiviert. Na, könnte auch sein, ne? Du musst die Feuer benutzen, ja. Ich dachte vielleicht so wie bei den, man hat ja auch das Item beleben. Das wurde auch automatisch getriggert. Das ist so ähnlich dann. Äh, okay. Scheint auf jeden Fall einiges an Mana zu nehmen. Ich habe so viel Heilung, ne? Und gleich kommt wieder so ein Cerberus und dann habe ich keine Heilung, ne? Ähm. Ja. Ich muss die Waffen loswerden. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, aber die Waffen brauche ich eh nicht. Die bringen mir mit den Tools auch nichts. Benutzen werde ich sie auch nicht. Ich habe so viele Waffen. Ich brauche einfach nichts davon. Junge, das ist so riesig hier. Solange die Tore geschlossen sind, komme ich hier nicht weiter. Ich brauche nur die geile Shotgun, mehr brauche ich nicht. Abgesperrt. Hä, hat gerade jemand die Tür abgeschlossen? Oh, oh. Ähm. Ich glaube, die 200, die war auch nicht so geil. Uh. Chat. Chat. Eine Rüstung mit drei Slots. Sui, Schutz. Eine Rüstung. Ne, die hat nur zwei Slots. Das sah gerade so aus, dass die drei Slots. Ne, die hat nur zwei. Ja, wir können, sobald ich Tools bekomme, können wir theoretisch Auto-Heal drüber werfen. Und dann kann ich die andere benutzen. Aber ich brauche erstmal ein Tool. Sowieso wurde ich hier eingesperrt. Ist das ein DOS-Spiel-Emulator wegen der Grafik? Ne, PS1. Oder ich muss da drüber klettern. Über die Scherben. Durchs Fenster gehen. Das ist cool mit den Füßen. Sie klettert jetzt da so rüber und schneidet sich die Hände auf oder so. Wenn ich abrutsche, dann bin ich weg vom Fenster. Mal sehen. Sieht so, als ob ich nur von hier aus dahin komme. Auf den Kopf drauf? Runter gehen. Okay. Okay, ich dachte, sie springen jetzt irgendwie auf den Dino-Kopf. Geschafft. Sei bloß vorsichtig, Spongebob. Moin. Jungs. Wie die mal rumsgedäddeln, ey. Bin ich schon an der Stelle gewesen? Felix? Wo du nicht weiter gekommen bist? Oder wo du abgebrochen hast? Tag fünf ist echt groß, Mann. Mal schauen, wie groß Tag sechs wird, ey. Letzte Woche haben wir auch in den ersten drei Tagen so hauptsächlich Lore bekommen. Und jetzt die ... Wir machen mal einen One-Hit, okay? Letzte Woche, die ersten drei Tage des Spiels waren hauptsächlich Lore. Und eher wenig Gameplay und diesmal kommt sehr wenig Lore, aber sehr viel Gameplay. Sehr große Dungeons. Wenig Dialoge. Jungs, der Damage ist grad nicht fair. Ich hab grad meinen ganzen Mana verbraucht. Spielst du heute fertig? Äh, das war der Plan. Aber ich hab jetzt ein bisschen Angst. Das ist ein sehr langer Stream. Wir sitzen hier bis vier. Ist der sechste Tag größer als der fünfte? Also jetzt von der Länge her. Abgeschlossen. Felix sagt nichts mehr. Er ist geflohen. Er ist bestimmt bei dem grünen Dino gestorben, den ich One-Hitted hab. Und dann war er richtig wütend. Hat den Stream verlassen. Nee, aber viele geile Cutscenes. Okay. Geile Cutscenes sind geil. Ich hab sogar alles gehört wegen Wireless Headset. Oh, er hat uns auf Toilette mitgenommen. Komm. Der mag uns so sehr. Der hat Angst, was zu verpassen, wenn er weg ist. Er nimmt sogar dein Headset mit. Bracon. Wieso willst du ihm beim kacken Händchen halten? Ich hab seine Animation gecancelt. Trotzdem schießt er. Das ist, glaube ich, das größte Museum weltweit. Boah, blind gemacht. Okay, dann kriegst du halt Energieschuss ab. So. Und BC, Dankeschön für 14 Monate. Einmal. Achso, ich bin immer noch blind. Schau so. Meine Mana heilt sich mittlerweile auch so schnell wieder voll, ne? Crazy. Das ist das einzige Museum auch mit lebenden Dinos, das stimmt. Das muss groß sein. Tag 6 ist sogar recht kurz, okay. Wir gucken uns dann auf jeden Fall noch das New Game Plus an. Also ich werde es nicht spielen, aber wir gucken uns diesen Dungeon an, der da so schrecklich ist. Und auf jeden Fall das True Ending. Boah, der sieht nach Boss aus. Chrysler! Fucking Chrysler. Ne, ich glaube da ist der Boss. Ich glaube, das ist der Safe Room. Ja. Mal sehen, wo ist der Alarm? Erstmal speichern, ganz wichtig. Oh nein, Felix konnte beim Boss nicht mehr weiterkommen. Hallo? Das Problem von Felix war der Boss. Oh no. Der war bestimmt, das war klar gar nicht am Gameplay. Er ist einfach nur so gruselig. Felix konnte nicht weiterspielen. Das ist er. Und der ist aktiviert. Deaktivieren. Das ist noch eine Kiste. Tool? Wie wäre es mit einem Tool? Ich würde ein Tool nehmen. Ein Tool wäre jetzt echt sehr cool. Sieben Schüsse. What the fuck? Okay. Ah ja. Ah ja. Katzi? Darf man Tipps geben? Wieso? Spiel ich gerade so schlecht? Ist doch alles gut. Ich komme doch gut voran. Oh, er übernimmt den T-Rex. Das ist jetzt ein T-Rex mit einer menschlichen Ummantlung. Oh. Das ist ja richtig widerlich. Ich fass es nicht. So kontrolliert sie also leblose Körper. Und ausgerechnet hier. Das ist doch Wahnsinn. Aber ist schon ein Smart von ihr. Dass sie nicht einfach nur so random Menschen kontrolliert. Sondern dass sie fucking Dinosaurier nimmt. Nicht schlecht. Das ist ja richtig. Boah, das überkreuzt. Scheiß, kleinen Freaks, ey. Ich habe nicht aufgepasst. Können Sie noch einmal erklären, wie sie Leute kontrolliert? Äh, Bitochondrien. Sie kontrolliert irgendwie diese fleischige Menschenmasse. Und dann wickelt sie diese fleischige Menschenmasse um Totes herum. Und dann kontrolliert sie das Tote. Und wieso sie das kann? Wahrscheinlich, weil sie ihre Mitochondrien freigesetzt hat. Und Superkräfte hat. So wie Aya. Ja auch. Aya hat ja auch Superkräfte. Jo, gute Nacht, Alka-Chan. Wieso dreht sie sich weg? Ich muss sagen, mehr Damage wäre nicht schlecht. Ich würde gerne mehr machen. Mühe, zu wenig. Ich will mehr. Wenn ich hier so gegen langweilige Dinos so lange brauche... Nee. Brauch mehr. Meckern auf hohem Niveau. Ich weiß, das fehlt noch ein bisschen Wumms. Das muss richtig schallern. Das ist schon ganz gut, aber... Das ist nicht befriedigend. Mann, ich wünschte, ich hätte auch Mitochondrien. Du hast Mitochondrien, aber du musst sie freisetzen, damit du Superkräfte bekommst. Aber du läufst halt dabei, Gefahr in matschige Matsche zu werden. Zu werden oder zu... Ja, zu in Flammen. Und wie mache ich das? Das habe ich keine Ahnung. Ich glaube, du musst nach Afrika. Zu der mitochondrialen Mutter, Urmutter. So, und jetzt kann ich den Fahrstuhl benutzen. Oh, ich bin raus. Man muss dafür Sperma klauen. Nein. Okay, er ist ganz nach oben. Mh... Das muss aber auch echt gut riechen, ne? Das muss richtig schmackofatzig riechen. Völlige Heilung. War ich schon mal hier? Ich war schon mal hier. Hä, wo muss ich hin? Okay, hier sind Monster reingeflogen. Sie konnte den Fahrstuhl ohne Alarm nicht benutzen. Äh, während der Alarm anders nicht benutzen. Jetzt... Kann ich den Fahrstuhl benutzen und... Kann jetzt wieder dahin fahren, wo ich jetzt die letzte Stunde komplett durchgelaufen bin. Wenn Bens Mutter Parfüm benutzt hat, dann riecht es nicht so schlecht. Wenn Bens Mutter ist gerade schleimige Masse. Leckere, schleimige... Okay, leckere. Leckere also. Wird gegurgelt. Wird gegurgelt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich schon mal hier war. Ich hab das Gefühl, ich bin überlevelt. Ich krieg keine Level-Ups mehr. Die geben nicht mehr genug Erfahrungspunkte. Hier war ich, glaube ich, noch nicht. Ich denke, ich bin hier richtig. Oder nicht. Hier war ich, glaube ich. Scheiße, ich bin im Kreis gelaufen. Hä, wo muss ich denn hin? Ja, bald krieg ich bestimmt nächstes ein Spell-Folier. Ich hab den Alarm deaktiviert, aber es lässt sich nicht öffnen. Ich werde dafür einen Schlüssel benötigen. Safe in dem Raum, wo ich den Alarm deaktiviert habe, da gab es noch einen Schlüssel. Aber ich hab keine Ahnung, wo der Raum war. Ich weiß nicht mehr, wie ich da hingekommen bin. Nee, ich war in der Eingangshalle und da war er nicht. Ich denke mal, das ist die Tür, durch die ich gehen muss. Ja, stimmt. Hier war der Dicke. Ja, stimmt. Ich bin von Jos ursprünglich gelaufen. Der Super-OP der T-Rex, Felix hat er nicht geschafft. Der wird gigastark sein. Der Alarmraum war in der Richtung. Dann bin ich hier durchgeklettert. Dann bin ich hier durchgeklettert. Wie sie aufatmet. Wie sie aufatmet. Okay, fliehen bringt nichts. Ich muss die töten. Sonst komme ich da nicht weiter. Seine Handlanger? Oh nein. Das ist ein Boss mit Eds. Oh nein. Wieso klebt Kleber eigentlich nicht in der Tube? Weil die Mitochondrien der Tube, die werden nur beim Kontakt zu Sauerstoff aktiviert. Okay, sie klettert kein zweites Mal rüber. Aber hier ist doch noch der Fahrstuhl. Okay, ich finde nicht mal mehr den... Ich finde nicht mal den Dingensmeer. Ich finde nicht mal mehr den Raum, wo ich den Alarm deaktiviert habe. Ich bin auch gerade verwirrt. Ja, irgendwo musste ich den Schlüssel finden. Und ich habe den wohl irgendwo übersehen. Ich weiß nicht, ob der in dem Alarmraum war. Und hätte dort noch irgendein Regal öffnen müssen? Oder durch das Deaktivieren des Alarms hat sich jetzt irgendwo anders eine Tür geöffnet? Die Bildschirme... Aber wie komme ich da hin? Ich finde den Weg nicht mehr. Ich bin noch hier durchs Fenster geklettert, aber ich kann nicht mehr durchs Fenster klettern. Und jetzt bin ich noch mal schon. Vielleicht steht auf der braucht jemanden. Ich kann Amongst nicht nur die Einladung haben. Ich kann nicht mehr übernehmen. Ich kann nicht mehr überlegen. Wie bist du denn die ganze Zeit weggelaufen, Felix? Das bringt ja irgendwie gar nichts wegzulaufen. Weil ich will ja trotzdem durch den Raum durch und dann spawnen ja immer wieder die Gegner. Also ich muss jetzt quasi noch mal alles durchlaufen und hoffen, dass ich irgendwo den Weg finde. Weil zurückgekommen bin ich ja auch nicht durch das gläserne Fenster. Hier ist das gläserne Fenster. Hier bin ich raus. Und dann bin ich... Am Anfang kann ich jetzt auf die Treppe hoch. Am Anfang eine Treppe? Aber was bringt mir das? Ich habe die komplette Orientierung verloren. Ja, ich habe auch null Orientierung in diesem Museum. Das Gebäude ist so wird aufgebaut. Ja, dann bin ich genau hier, wo ich gerade war. Da ist jemand drin. Ich glaube, ich habe es gefunden. Dr. Clamp, keine Bewegung. Ihre Hände hoch, sodass ich sie sehen kann. Maeda? Hi, Aya. Ja, es gibt etwas, was ich ganz dringend testen muss. Ähm, darf ich meine Hände jetzt wieder runternehmen? Bist du ganz allein hierher gekommen? Ähm, nein, Daniel hat mich auf halbem Weg begleitet. Okay, wo ist er? Ähm, naja, er wollte etwas im Krankenhaus nachschauen. Er sollte auf dem Weg hierher sein. Oh. Es gab in letzter Zeit keine Brandopfer. Also ich, äh, wie dem auch sei, ich habe Wayne gebeten, das hier auf dem Revier herzustellen. Bitte benutze es. Was ist das? Ich habe keinen Platz im Winter. Ja, äh, ich werde es später erklären. Aber ich glaube, dass das eine gewisse Wirkung gegen Eve und die von ihr kontrollierten Kreaturen haben wird. Danke dir. Ich schaue einfach mal, was passiert. Maedas Pistole. Ein Damage. Okay, scheint wohl gleich wichtig für den Kampf zu sein. Äh, ich schenke ihm eine Waffe. Oder so. Hier, ich schenke dir das hier. Den Granatenwerfer. Ich bin auf einige Ergebnisse gestoßen. Ja. Es gab hier zum einen diese Blutprobe mit dem Namen, im Namensetikett Maya im Gefrierschrank. Der Name meiner Schwester? Und? Naja, der Forschungscode lautet Eve. Eve? Dann ist Eve in Wirklichkeit also es scheint aus Leberzellen hergestellt worden zu sein. Er hat sie in der Vergangenheit gezüchtet. Was meinst du damit? Was meinst du damit? Wofür? Ich weiß es nicht. Es gibt keine weiteren Daten dazu. Dr. Clam scheint sie seit Jahren gezüchtet zu haben. In letzter Zeit hat er wohl Forschungen über künstliche Spermien durchgeführt. Für Eve natürlich. Für Eve? Ähm, ja. Ja, er wollte die Mitochondrien der Spermien extrahieren. Und somit neue Spermien erschaffen. Spermien ohne Parasiten. Spermien nur mit dem Zellkern. Spermien ohne die Mitochondrien? Ja, er hat das Sperma, welches er hier geschaffen hat, mitgenommen und es ins Krankenhaus gebracht. Dort führte er künstliche Befruchtungen an denjenigen durch, die sich freiwillig für diese Experimente zur Verfügung gestellt haben. Dann, für was war dann diese HLA-Liste? Dr. Clamp! Ihr primitiven Wesen werdet nie, niemals die Größe meiner Forschung verstehen können. Dr. Sie als Anführer dieser Machenschaften sind hiermit verhaftet. Ich kapiere gar nichts. Also wenn ich das richtig verstanden habe, äh, der hat die toten Leberzellen, also die Zellen aus der Leber von der toten Maya genommen und daraus dann einen neuen Menschen gezüchtet. Und das ist Melissa, also die Eve, gegen die wir jetzt kämpfen, die Böse. So hat er sie erschaffen, I guess. Was sie getan haben. Damit kommen sie nicht so einfach durch. Haben sie das verstanden? Haha! Sie sind einfach nur erbärmlich, Brea! Warum begeben sie sich auf die menschliche Ebene herab, indem sie bedeutungslose Gesetze von sich geben? Gesetze sind bedeutungslos. Haben sie das verstanden? Ich vermute, sie haben ihre kleinen Freunde noch nichts gesagt. Ihre Mitochondrien haben ganz besondere Kräfte. Es ist... Ist das nicht so, Aya? Aber bedauerlicherweise haben sie immer noch die Gestalt eines menschlichen Wesens, nicht wahr? Sie können sagen, was sie wollen. Ich bin lediglich hier, um sie zu verhaften, Dr. Clamp. Ich werde nicht zulassen, dass sie sich bei Eve einmischen. Ist das klar? Haben sie das verstanden? Aya, pass auf! Jo! Daniel greift mal wieder ein. Es gibt mal wieder eine Schelle von Daniel. Ausgenockt, Junge! Daniel, danke. Ich habe das Skalpell nicht gesehen. Gerade noch rechtzeitig. Warum hast du nicht geschossen? Du hättest sterben können. Ich weiß. Es schien einfach nicht richtig. Es fühlte sich eher an wie... Keine Sorge, ich habe noch Beleben im... in meinem Inventar und ich habe auf meiner Rüstung automatisch heilen. Ich werde wiederbelebt. Er ist wieder bei Bewusstsein. Drauftreten! Alle drei! Daniel Dollis. All zur Rettung. Wie? Detektiv Dollis. Warum haben sie mich nicht erschossen? Was? Ich weiß, dass sie mich hassen. Was wollen sie damit sagen, hä? Natürlich hasse ich sie. Wegen ihnen ist Lorraine... Lorraine? Also hat es ihr Junge wohl geschafft zu entkommen. Daniel? Äh, sie. Ich hätte sie schon vor langer Zeit töten sollen. Eines Tages werden sie dafür bezahlen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Was haben sie denn nun vor, Doktor? Ich werde es lieben. Ich warte auf die Geburt des ultimativen Wesens. Ihr werdet es lieben, Leute. Die Mitochondrien werden von der Mutter weitergegeben. Aber wissen Sie? Man kann auch eine minimale Menge an Spuren vom Vater finden. Laut Eve konnte ihre Schwester in Japan ihr ultimatives Ziel nicht erreichen, weil die Mitochondrien von Seiten des Vaters anfingen zu rebellieren. Damit Eve dieses Mal erfolgreich sein kann, kreierte ich Spermien ohne die männliche Mitochondrien-DNA. Diese Schöpfung war ein Erfolg. Eve erwartet in Melissas Körper nun ein Kind. Sie ist schwanger? Wie ist das möglich? Jesus. Das ultimative Wesen ist Jesus. Es ist gerade Weihnachten. Verdammt, Eier. Wir müssen Eve töten. Worauf warten wir? Ihr Menschen seid schwach. So dumm. Ihr seid hier hereingeplatzt und dachtet vielleicht, ihr könnt alles auf eure Weise regeln. Aber die Dinge werden sich nun ändern. Ich werde es nicht zulassen, dass ihr Eve weiter stört. Eve, kannst du mich hören? Du brauchst nicht länger zu warten. Ich bin bereit. Wovon zum Teufel reden sie da? Daniel, mal jeder lauft. Junge, wie schnell sie aus dem Fenster gejumpt sind, Junge. Keine Sekunde gezögert. Direkt aus dem Fenster. Junge, während sie noch sagt. Die sind schon weg. Ich verstehe die Kraft ihrer Mitochondrien und verhindert es, dass sie brennen. Warum? Warum bleiben sie hier und versuche mich zu retten? Ich bin Detektiv und es ist mein verdammter Job. Und außerdem bin ich ein Mensch. Oh shit. Das ist ihr Job. Wie ich schon sagte, Menschen sind erbärmlich. Kleinen Schlüssel. Kann ich hier nur eine Waffe geben? Ich habe keinen Platz im Inventar. Ich habe hier noch einen Granatenwerfer. Viel Spaß damit. Der kokelt jetzt einfach vor sich hin. Okay. Oh Junge, so lange diesen Weg hier gesucht. Okay. Dann kommt jetzt, I guess, der Dino. Jetzt kommt der Boss. Ich habe mir Lager vorher anders vorgestellt. Also unten kann ich auf jeden Fall speichern. Und I guess, der Dino ist dann einfach links durch. Ja, der Dino. Ja, mal schauen, ob das bei mir besser klappt. Das klingt ja so, als hätte ich einige mehr Level gemacht als du. Vielleicht ist das gar nicht so schlimm. Das ist jetzt quasi der eigentliche Endboss, ne? Bei Kapitel 6 ist er super kurz und easy. Zack, zack, zack. Jetzt kommen wieder normale Gegner. Gib mir den Boss. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich werde gemobbt. Oh mein Gott. Shit, die ärgern mich. Ja, ich bin auch gespannt. Ich gehe gleich rein, mache direkt Laser One-Hit. Maximaler Disrespect. Das Compute-System funktioniert. Du hast oben den blauen Balken. Sobald er voll ist, kann ich agieren. Das ist quasi wie so ein Final Fantasy. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal Final Fantasy gesehen habe. Sobald der Balken oben voll ist, kann ich eine Aktion auswählen. Entweder schießen oder Items benutzen oder zaubern. Dies, das. Ach, das wart ihr, das wart ihr, das Chat. Die da rumgehüpft sind. Wo ist dieser dumme Dino? Geht's zum Labor zurück? Ich glaube, die ganze Zeit falsch. Ich hasse das Museum. Jetzt kommt wieder der Schubskreis. Oh! Ja, ich habe ihn nicht wieder. Völlige Heilung. Ja. Stellt alle Lebenspunkte wieder her und entfernt Status-Effekte. Okay. Einfach alles. Reicht ja nicht nur, dass ich vollgeheilt werde. Auch noch Status-Effekte alle weg. Völlige Heilung. Crazy. So, ich habe Punkte. Ich habe tausend Bonuspunkte. Wo kommen die alle her? Was benutzt du, dass ich das? Sieben Punkte in Damage reinzudrücken. Ja, wieso nicht, ne? Wieso nicht, ne? Hey, Diabelle. Hey, Tobu. Habe ich was verpasst? Alles. Wie weit bist du eigentlich circa im Game? Kann man das abschätzen? Äh, keine Ahnung. Das ist mein erstes Mal. Gibt er mir einen Schlüssel? Liegt es Ihnen wo ein Schlüssel? Vom Labor aus hoch. Ich habe halt immer noch nicht den Schlüssel, ne? Was ist das hier eigentlich? Für die eine Tür. Oben. Kommt hier ein Drache? Kein Drache. Was ist das denn hier jetzt? Was soll das denn? Ich bin vergiftet. Mach ich mittlerweile... Ah, ne, bei dem mach ich eh nicht so viel Damage. Ich will die, äh... Ich will eigentlich dreistellig machen. Aber bei dem wird es nicht klappen. Vielleicht bei normalen Gegenden kriege ich dreistelligen Crit hin oder so. Ja, jetzt... Ich habe jetzt sieben Damage-Punkte hier reingeballert. Vielleicht mache ich ja jetzt. Ah, hier ist der... Hier war der Alarmraum. So easy kommt man hier hin. Hier sind auch keine Regale. Vielleicht ein Schlüssel sein könnte. Was ist mit Melissa passiert? Wo ist sie? Dieser Raum, wo ist das? Was ist mit Melissa passiert? Das hast du noch nicht gesehen, ne. Ich habe vorhin die Monitore angeklickt, als ich das erste Mal hier drin war, aber es ist nichts passiert. Man muss wohl ganz links in die Ecke gehen und da die Monitore anklicken. Ja, die scheint wohl schwanger zu sein. Gleich kommt das ultimative Wesen raus. Hey Annie, du warst bis jetzt immer noch in der Zugfahrt, während in... auf der... auf... in... neben... So, und hier ist die Tür, wo ich immer noch keinen Schlüssel habe. Ich habe Schlüssel von Clamp bekommen. Wann habe ich den Schlüssel von Clamp bekommen? Ach ja, stimmt. Ich habe ihm ja das Ding... Ja, stimmt. Der hat mir den Schlüssel gegeben. Ich bin dumm. Natürlich. Natürlich. Ich habe ihm doch den... äh... den Granatenwerfer in die Hand gedrückt. True. Reicht das bei ihm? Safe, oder? Nee. Reicht mich aus. 300... Also wenn ich mit 300 Damage den Typ nicht töten kann, dann kann ich wahrscheinlich auch den Boss gleich nicht one-hitten. Wo sind wir? Im Museum. Magst du Dinosaurier? Da ist ein Dinosaurier. Guck mal, er fliegt. Gehunger. Gehunger. Halbwegser Kottel aus Final Fantasy VIII. Ich hab so viel Munition, ey. Äh, wieso kann ich hier lang? Wenn der Weg ja nach oben ist. Okay. Einfach nur ein Shortcut oder so, I guess. Bitte noch, nicht noch ein Kart, bitte nicht. Vor 25 Millionen Jahren stieg der Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre an. Warum? Photosynthese durch Bakterien. Ich hab ein Tool bekommen. Nice. Perfekt noch vom Boss. Hm. Die Pistole hat Beruhigung drauf. Brauchen wir bestimmt nicht, ne? Scheiß auf Beruhigung. So, jetzt kann ich endlich die Rüstung benutzen. So, das ist auf jeden Fall eine bessere Rüstung. Perfekt noch vom Bosskampf bekommen. Nice. Aber wie es aussieht, sind Rüstungen, haben Rüstungen nicht so viele Slots. Also wie es aussieht, ist zwei schon sehr viel. Keine Ahnung, ob später oder was ist später jetzt? Im letzten Akt, ob gleich irgendwie noch eine super seltene Rüstung kommt, irgendwie mit vier Slots oder so. Da steht schon jemand. Das ist so wie bei alten Zeichentrickfilmen, wo du schon vorher siehst, dass sich das gleich bewegt. Der hat den Links. Der sieht schon so aus. Ja, wir können hier nochmal safe staten. Was, der lebt? Nein. Als ob. Wie wäre es, wenn man Barriere schon lange nicht mehr benutzt? Null Damage. Barriere ist weg. Junge, er hat Barriere so viel Mana verbraucht. Crazy. Jo, wie viel Damage der macht. Junge, er chargt nur. Junge, er hört auch auf zu chargen. Okay, Chat, wir machen jetzt hier den Finisher. Scheiße. Er hat nur seinen Kopf weggefinisht. Jetzt mache ich mehr Damage. Und der kann wahrscheinlich nicht mehr chargen. Ja, okay. 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 Aber wieso stirbt er nicht? Finally. Alter, der Raid hat einfach den Boss getötet. Wie habt ihr das denn geschafft? Ich sitze schon den ganzen Stream an diesem Bosskampf. Ich bin seit 5 Stunden hier und versuche diesen Bosskampf zu besiegen. Ihr raidet rein, er ist tot. Krass. Dankeschön für den Raid, Katja. Und Hallöchen. Hallo. Ach komm, ist das der Boss gewesen? Felix? Erlösung, befreit von mitochondrischer Kontrolle. Er und sein Chef T-Rex. Also den hast du dann noch geschafft. Ich habe ihn getötet. Wieso kommt er wieder? Er schmeißt mich einfach nur runter. Urg. Urg. Ja, die unausweichbaren Angriffe waren echt scheiße. Wahrscheinlich braucht man für den Hass durchgehend. Mein Körper fühlt sich so an, als ob er gleich verbrennen würde. Nee, ich brauche keine Munition. Gib mir Heilung. Ich habe gerade sehr viel Heilung verbraucht. Sehr viel verbraten. Okay, der kommt zu T-Rex. Der König des Dschungels. Der hat echt große Arme für den T-Rex. Der T-Rex, der mit menschlicher Fleischmasse umwickelt ist. Ekel auf der Parasit. Wir können mal mit Analyse anfangen. LP unbekannt. Und mehr kriege ich nicht raus. Danke. Analyse auch komplett irgendwie useless, dieser Scheiß-Skill. Oh, der macht das auch noch nicht. Ja, Doppel-Hit. Chat, konnte damals T-Rex Feuer spucken? Ist das Cannon? Das Cannon, ne? Diese Kontakt-Damage, Junge. Ja, okay. Triff mich halt zehnmal. Jetzt hab ich da nicht safe bin. Ich bin tot. Ich lebe. Okay, ich muss mich jetzt selbst heilen. Ey, wieso trifft mich das die ganze Zeit? Boah, holy shit. Was macht der? Was macht der? Was macht der? Kas, ich bin auf. Der macht so viel, so viel Damage, das ist crazy. Ja, auf einmal macht das so viel Damage. Vielleicht muss ich die Mutterwaffe rausholen. Okay, ist tot. Die M8000. Junge, Junge, Junge. Der ist crazy stark, ey. Zum Glück habe ich sehr viel Heilung gesammelt. Ich meine, auch ohne Heilung hätte ich das wahrscheinlich geschafft. Aber ja, dann hätte ich auf jeden Fall länger gebraucht. Weil ich hätte die ganze Zeit meine Mana verbrauchen müssen zum Heilen. Okay, was ist das für eine Waffe? Dual Wield? Gut. Zwei Befehle bei Angriff ausfühlen. Oh. Kegi über Felix, okay. Ja, Felix hat... Wahrscheinlich bei Felix war das Problem, dass er halt die meisten Gegner geskippt hat. Nicht die meisten Gegner, aber viele Gegner geskippt hat, weil er ja geflohen ist, I guess. Und dementsprechend dann etwas unterlevelt war. Und ich habe ja... Ich bin nur einmal geflohen. Und es hat mich nicht mal was gebracht. Ich muss halt wieder zurück. Ich habe ja jeden Kampf mitgenommen. Ich habe alles getötet. Ja, ja, ich will es auf jeden Fall usen. Ich brauche überhaupt kein Tool gerade. Ähm... Aber ich bin ja immer noch hier. Was hat er mir gedroppt? Hat er mir was Schlüsselmäßiges gedroppt? Ja. Chat! Wieso habe ich den überhaupt getötet? Bin ich jetzt hier fertig? Kann ich da einfach gehen? Ach, im vierten Stock diese schleimige Schleimwand. Wahrscheinlich ist die jetzt weg, ne? Genau. Die menschliche... Die menschliche Wand ist weg. Weil du ein blutrüstiger Psycho bist. Okay, chill. Nee, die Wand ist immer noch zu. Im Alarmraub sagt man dir, wo Eve ist. Nee. Da wird nur gesagt, wo ist Eve? Und das war's. Ich denke mal, die ist hier hinter oder so. Vielleicht wurde was im Raum vom Dino gedroppt. Vielleicht wurde was im Raum vom Dino gedroppt. Nicht true. Das Museum will aber auch kein Ende nehmen, ne? Ich dachte halt vielleicht, weil man jetzt ihn getötet hat, ist die schleimige Masse oben dann weg oder so. Aber hier hat sich nichts... Das hat mir nichts gebracht. Ich habe einfach nur einen fleischigen Fleisch-Dino getötet. Und das war's. Und das war's. Ich will nicht mehr in diesem Museum sein. Nein. I guess... Irgendwo gibt's noch eine verschlossene Tür, die jetzt... Ich mit Clems Schlüssel öffnen kann. Ein YouTube-Video mit Guide. Kannst du dich einfach schreiben. Einfach auf welche Etage ich, welche Tür gehen muss? Das Museum ist wirklich schrecklich. So, die sagt da nichts und sie ist im vierten Stock. Ja, wahrscheinlich hinter dieser Wand. Hinter dieser schleimigen Wand, die ich aber nicht aufmachen kann. Du musst zurück zu dem Raum, wo du in die erste Etage gedroppt bist. Gedroppt? Das Museum ist wirklich schrecklich. Das Museum ist wirklich schrecklich. Ich kriege noch ein Level ab, okay. Ja, ich gehe gerade zu dem Triceratops-Kampf. Ich wollte mich da nochmal umschauen. Bin ich hier durchgegangen? Das geht nur wieder zurück. Der hat mich einfach hier runter ge-eatet. Und dann kann ich mich nicht mehr hier umschauen. Ich habe dir sogar den falschen Link geschickt, stark. Okay, ich muss einfach nur wieder zurück, da wo der Triceratops mich runtergekriegt hat. Wieso auch immer. Dann triggert eine Cutscene. Okay. Okay. Wieso auch immer. Ich habe mir einen T-Rex schwerer vorgestellt. Der war auch schwer. Der hat mir komplett aufs Maul gegeben. Können wir bitte, können wir bitte endlich dieses dumme Museum beenden? Ich habe genug von diesen scheiß Dinosauriers. Ich war vor diesem Museum, weil ich habe ich Dinosaurier geliebt, war ein großer Dinosaurier-Fan. Ich glaube, je nach hasse ich Dinosaurier. Zum Glück sind die alle ausgestorben, diese Drecksviecher. Sagt das nicht. Ich finde, du gehörst ins Museum. Ich finde, du sollst die Schnauze halten. Ich glaube, ich bin wieder runtergegangen, oder? Okay. Aber wenn ich jetzt, halt, wenn ich ja jetzt noch zu ihr komme, sie soll doch, sie wird doch wahrscheinlich der Endboss sein. Also besteht letzte... Eva ist auf der anderen Seite. Also besteht gleich letzte Kapitel einfach nur aus Cutscenes und Endboss. Jo, tschau, Poppy. Eve. Boah. Ist die geil. Das ist so ein Thron oder so. Das ist der Elden-Thron. Da sind mehrere Babys drin. Mehrere ultimativer Wesen drin. Es ist ein Wunder, dass du es überhaupt soweit geschafft hast. Hm. Du willst mir also zu meiner Niederkunft gratulieren? Was hast du vor, Eve? Hm. Vielleicht kannst du mir helfen, dies zu beantworten, Arya. Sie hat vier Arme, wie unsere Waifu, Rani. Warum gebären Menschen? Hm. Maya. Warum ist sie jetzt eigentlich weiß? Äh, sie ist schwanger. Deshalb. Boah, das ist ein geiler Sound. Das ist ein richtig geiler Bonk-Sound. Richtig schön metallischer Bonk-Sound. Kniergern. Ja. Raid. Nagangen Lulu. Alter, Paul. Alles in Ordnung, Aya. Aya. Daniel. Maeda. Ihr habt es heil rausgeschafft. Ja, es war ganz schön knapp. Hast du diese hässliche Mama gesehen? Das waren alle aus dem Central Park. Oh, ich habe es direkt zugeschrieben. Es tut mir so leid, Daniel. Ja, es hat sich nun herausgestellt, welche Tabletten Melissa eingenommen hat. Was hat sie genommen? Sie wurde behandelt mit Immunsuppressiva. Immunsuppressiva für was? Warum? Danke, dass wir diese Szene noch bekommen, Junge. Ja! Folgendes ist passiert. Melissa unterzog sich einer Transplantation, als sie noch ein Kind war. Transplantation? Welche Art von Transplantation? Ja, es scheint, als hätte sie eine Niere deiner Schwester bekommen. Nachdem Maya bei einem Unfall ums Leben gekommen ist. Eine Nierentransplantation? Also hat Melissa Mayas Niere? Ich habe Immunsuppe gelesen. Deine Mutter und deine Schwester waren Organspender. Was? Wirklich? Das wusste ich gar nicht. Die Organe deiner Mutter konnten nach dem Unfall nicht transplantiert werden. Mayas Niere wurde in die junge Eva transplantiert. Ach nein, ich meine die junge Melissa. Sie hatte Nierenversagen. Dann ist die Niere von Eve in Wirklichkeit Mayas Niere? Der Assistent bei der Operation war, äh, war, ihr könnt es euch sicherlich schon denken, unser gemeinsamer Freund Dr. Hans Klamp. Klamp wollte damals Arzt werden. Wir alle wissen, wie es dann weiterging. Die bei der Operation anwesenden Ärzte waren alle überrascht und geschockt und wurden panisch, als sie merkten, dass die Niere vor Hitze glühte. Dann ist Eve... Es fällt mir schwer, das zu sagen, aber das Original befand sich in Maya. Eve tötete das Gehirn des Wirts, züchtete die Niere und erhielt so ihre eigenen physischen Körper. Das ist also mit Melissa passiert. In ihrem Fall wirkte die Immunsuppressiva wie ein Katalysator. In Japan hat Eve ein Mädchen befallen, das sich einer Transplantation unterzog. Eine Niere-Transplantation, um genau zu sein. Und sie nahm dieselbe Immunsuppressiva. Und das alles damit Eve einen Uterus hat, um ein befruchtetes Ei einzupflanzen. Um Organe zu transplantieren, ist es wichtig, dass der HLA-Typus übereinstimmt. Sie leben symbiotisch mit anderen Zellen, also es ist nötig Immunsuppressiva einzunehmen. Und die Abwehrkräfte zu kontrollieren und einen Abstoß, um zu verhindern. Als sie von Eve kontrolliert wurde, merkte Melissa, wie sich ihr Körper veränderte. Aber sie bekam endlich die Hauptrolle in der Oper. Wäre sie zu einem Arzt gegangen, hätte er ihr gesagt, dass sie die Rolle aufgeben soll. Um einen Abstoß, um zu verhindern, nahm sie weiter diese Medikamente. Und nachdem sie so viel zu sich nahm, sie war so schwach, dass Eve ihren physischen Körper übernehmen konnte. Und so transformierte sie sich in Mitochondria Eve. Oder besser gesagt, Parasite Eve. Oh shit, der Titel-Drop. Also ist Maya die tatsächliche Eve. In Wahrheit sind es Mayas Mitochondrien. Kino. Roger, starten der Operation, Sir. Endlich, die Zeit ist gekommen, unsere Macht auszutesten. Jetzt kommen so Mekas einfach. Nicht so voreilig, Lynch. Es hätte nicht so weit kommen dürfen. Ja, jawohl, Sir. Verzeihen Sie mir, Admiral. An alle Kampfjets, formieren. Wir haben den Befehl zum Angriff erhalten. Operation starten. Ziel, Freiheitsstatue. Freiheitsstatue? Helikopter Team 1 wird sich nun auf Plan 2 vorbereiten. Team 2 gibt sich auf die Suche und der Rest wird sein Bestes geben, um einen weiteren Vormarsch zu verhindern. Team 3 visas in Schwarzer communication zu gewinnen. Was? Ist sie sicher? Die Marine ist auf dem Vormarsch. Was? Die wird alle so sterben. Das können wir nicht zulassen. Es wird sich nur das mit den Jets wiederholen, was wir gestern gesehen haben. Die Stadt brennt einfach. Er wird zu einer Kugel? Jetzt kommt so eine Druckwelle und alle verbrennen. Nein, Lorraine, Lorraine kann kein Teil von diesem Ding sein. Dieses riesige Kreatur oder nein, diese Zelle. Dort wird Eve so also gebären. Wo wird sie gebären? Ja, diese riesige Kreatur wird als Schutzbarriere für das ultimative Wesen dienen. Das ist ja bis zu einer Kugel als Schutzschild. Jo, Gummischild. Gummimauer. Boah. Miesestes Weihnachten ever. Lorraine. Schaut, ein Hubschrauber kommt. Alle ducken. Zieht eure Köpfe ein. Die müssen jetzt einfach Manhattan wegmuten. Anders geht's nicht. Die da stehen, Junge. Detektiv Burea vom NYPD, richtig? Ma'am, es ist meine Pflicht, Sie zum Flugzeugträger zu begleiten. Bitte folgen Sie mir. Sie begleiten zu dem was? Willkommen an Bord der USS Enterprise. Wenn man mir gesagt hätte, dass Biologie so krass ist, hätte ich besser aufgepasst. Ja, hätte man die Lehrer damals einfach für uns in der Schule Parasite Eve gespielt. Dem Flagschiff und dem ganzen Stolz der Marine. Ich bin Admiral Williams, der Kommandant dieses Schiffes. Tut mir leid, dass Sie so kurzfristig kommen mussten. Hey, Sie bringen Aya besser nicht in Gefahr hier. Was fällt Ihnen ein, mit dem Admiral so zu sprechen? William, ist schon in Ordnung. Lynch, schließlich hat er recht. Was? Was meinen Sie? Detective Burea, Sie sind die Einzige, die von hier nicht in Brand gesetzt werden kann. Ich bitte Sie, in unseren Hubschrauber zu steigen und diese Kreatur zu vernichten. Wartet, Aya kann kein Hubschrauber fliegen. Kein Grund zur Sorge. Wir steuern den Hubschrauber von der Enterprise aus. Des Weiteren wird sie von anderen Hubschraubern diskutiert. Sie wird kein Problem haben. Boah. Und was soll sie dann machen? Sie muss also aus einer Distanz feuern, aus der sie nicht angegriffen werden kann? Leider muss die Hellfire-Rakete aus nächster Distanz abgefeuert werden. Dadurch hat Eve weniger Chancen, sie abzufangen. Die Hellfire-Rakete. Und wir können nicht so nah ran, weil wir dann alle verbrennen würden. Digga, ihr könnt alle nicht da dran ran, weil diese Kugel da, die da in der Stadt sitzt, einfach dicke, fette Laser schießt. Nun, ich werde es tun. Niemals, du wirst nicht dieses ferngesteuerte Ding steigen. Jo, kid, gute Nacht. Unser Schicksal liegt in ihren Händen, Detektive Aya Brea. Aya Brea. Daniel, der Admiral hat recht, du weißt das auch, nicht wahr? Dieses schleimige Monster, das ist nicht Lorraine. Tu es auch für Lorraine, Aya. Warte, Aya, bitte nimm das. Noch ein Glücksbringer? Jetzt hör schon auf, Mann. Wir haben keine Zeit für dein Hokus-Pokus. Ja, natürlich. Aya, sei bitte vorsichtig da oben, okay? Natürlich. Mir passiert schon nichts. Boah, das wird jetzt richtig, richtig wild. Richtig geile Action hier auf einmal. Die Hellfire-Rakete, der kann nur aus nächster Nähe getroffen treffen. Boah, wie sie das sitzt, Alter. Maja. Ja, jetzt wird es halt wirklich zu resi. Boah. Sick-Animation. Ich glaube nicht, dass Hubschrauber so schnell sind, oder? Die sind echt schnell. Die Kreatur ist in sich weiter. Zur Formation 2 wechseln. Ja, Mann. Da muss ein cooler One-Liner kommen am Ende. Hasta la vista, Baby. Was passiert hier? Durch den letzten Kampf konnten wir diesen Angriff vorausahnen. Wir fliegen nicht ohne Grund in dieser Formation. Was meinen Sie damit? Wir werden Ihr Schild sein, damit Sie überleben, diese Kreatur anzugreifen. Oh, Leute, die opfern sich. Was? Nein, ich werde das nicht tun. Ohne eure... Wir befinden uns gleich im Schussweite. Bereit machen zum Angriff. Na schön, bitte entfernt euch von mir. Jetzt! Es ist unsere Pflicht, an Ihrer Seite zu bleiben. Außerdem sind wir bereits in Sichtweite. Die Zelle ist schon befruchtet. Wir wollen die sprengen. Einmal durch. Das ist Wahnsinn! Seit Heiligabend lasse dein Fluch auf mir. Warum ich? Warum passiert das ausgerechnet mir? Ich verstehe das nicht. Aber das interessiert mich jetzt nicht mehr. Denn Eve, ich bin die Einzige, die dich endgültig vernichten kann. Maya, ich werde dies beenden und dich in Frieden beruhen lassen. Mitochondrient, mein Arsch, sagt sie jetzt an. Crazy. Die Statue! Die Statue! Herr Bericke ist gefallen. Wir haben es geschafft! Gut gemacht. Das war ausgezeichnet. Kehren Sie zur Basis zurück, Breyer. Nein, es ist noch nicht vorbei. Wo ist der One-Liner? Der ist ja noch nicht fertig. Sie lebt ja noch. Schleimig, jedoch vitaminreich. Ah ja, komm zurück, sofort! Es ist zu gefährlich, um zu bleiben. Kommen Sie uns unverzüglich zur Basis zurück. Wir planen. Aber, Fortschritt speichern. Okay. Möchtest du vielleicht speichern? Nö, ich packe das auch so. Ich will mich speichern. Einfach, nö, ich packe das auch so. Die Versetzung, ey. Nö, will ich nicht. Nö, mach ich nie. Ja, Aya, bitte. Ich muss dir etwas geben. Vergessen Sie es. Sie hat den Funk bereits abgeschaltet. Seine Jungfräulichkeit kann er bei sich behalten. Okay. Die Versetzung, okay. Ja, die Übersetzungsmod ist echt gut gelungen. Finde ich auch. Ich hätte gar keine Beine. Das unten sind auch Hände. Also, was du es! Maya. Maya, das ist sicher der Name meines ersten Wirts. Lass mich raten, deine Schwester. Das kleine Mädchen. Du hast die Fähigkeit, dich zu einer höheren Spezies zu entwickeln. Warum stellst du dich auf die Seite dieser todgeweihten Menschen? Die Menschheit ist nicht todgeweiht. Wenn meine Mitochondrien die Fähigkeit haben, sich zu entwickeln, werden sie sich entwickeln, um dich zu besteigen. Oh mein Gott, was lese ich. Es ist spät. Dich zu besiegen. Äh, beseitigen. Ha, ich liebe deine Art von Humor, meine Kleine. Warum töten die Menschen? Menschen töten andere Lebewesen und sie töten sogar ihre eigene Art. Wir haben unsere Gründe und du bist Grund genug für uns, um zu töten. Ha, alle Organismen haben so etwas wie ein Territorium. Dieses Territorium wird vor natürlichen Feinden geschützt. Aber bisher hatten Menschen keine natürlichen Feinde und somit keine Grenzen. Das hat es ihnen ermöglicht, so weit zu gedeihen. Ihr Wesen seid der Ansicht, dass euer Wohlstand aus eurer Geschichte resultiert. Aber ihr irrt euch. Wir, die Mitochondrien, haben in den Menschen gelebt und haben es euch erlaubt zu gedeihen. Sie hatten Punkt, Chad. Was? Wir Mitochondrien haben euch die perfekte Umwelt für uns erschaffen lassen. Menschen haben sich auf ihre Zivilisation verlassen und den Bezug zu ihrer angeborenen physischen Fähigkeiten verloren. Siehst du es nicht? Dieser perfekte Plan? Was? Dann behauptest du, dass Menschen wurden um der Mitochondrien willen am Leben erhalten? Ihr Menschen wart lediglich ein Fortbewegungsmittel für uns. Wie meinst du das? Gefäße, um uns in jene Zeit zu transportieren, in der die Mitochondrien wieder frei sein würden. Hashtag Free Mitochondrien. Aber wie du siehst, wird das Gefäß nicht länger benötigt. Die Mitochondrien werden ab sofort zu menschlichen Wesen werden und ich werde diese Welt regieren. Es ist schon alles im Plan. Diese miesen Mitochondrien. Es geht los. Ja, okay. Okay. Die Mitochondrien. 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 Stimmt Defense da und deshalb hat es so viel Damage gemacht. Wenn die grabbt, dann geht die Defense runter. Ich bin gedocht. Geiler Song. Sie grabbt? Noch nicht. Sie grabbt. Boah, der Grab. Sie hat mich verwirrt. Also wenn die Defense da ist und sie schafft dann nicht nochmal zu... Ich war draußen, ich war draußen. Lüge, Lüge, Lüge. Das gibt eine Rüge. Ja. 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 Wieso steigt meine Mana nicht mehr? Ja. 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 Ich werde dir eine Katastrophe meiner Macht geben, eine Kostprobe, aber genug von diesem Nonsens. Sie sagt einfach Nonsens, sieh zu und lerne, was Evolution wirklich bedeutet. Besteigen! Ich habe keine Ahnung, wieso meine Mana nicht mehr gestiegen ist gerade. Das war gruselig. Ist das jetzt das Wesen? Ist es jetzt geboren schon? Jetzt steigt Mana wieder. Ja. 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 Das war's für heute. Ich meine sie ist nicht mehr schwanger, I guess sie ist jetzt geboren, das ist jetzt das ultimative Wesen. Defense down. Vergiftet. Okay, das trifft mich immer. Wie sie sie auch trotzdem trifft, sie ist so krass beim Aimen. Kann das sein, wenn man fällige Heilung benutzt, dass danach Mana nicht mehr steigt für eine Zeit? Kann das sein? Weil mein Mana steigt wieder nicht. Das letzte Mal war es auch, als ich die volle Heilung benutzt hatte. Dann ist es auch nicht mehr gestiegen. Ja, vielleicht muss ich jetzt was anderes einsetzen, dann gehts wieder. Nee, es ist einfach... ...stuck. Ich... ich verstehe es nicht. Nein, du kannst unmöglich unser natürlicher Feind sein. Nein! Was hat die eigentlich für riesige Möpse? Nein. Sie schmilzt. Junge, die Szenerie. Mit dem Kopf da hinten. Jetzt checke ich das jetzt. Es muss einige Mitochondrien gegeben haben, die eine andere Art von Evolution durchgemacht haben. Diese haben nun gegen dich gewonnen. So, das war Lorraine-Shit. Die Mitochondrien von Lorraine haben sich... haben sich gewährt. Es ist noch gar nicht vorbei. Ich dachte, das war gerade Kapitel 6. Was kommt denn jetzt noch? Was kommt denn jetzt noch? Ich habe keine Heilung mehr, Chad. Was kommt denn jetzt noch mit den Kursen? Was kommt denn jetzt noch mit den Kursen? Ich habe ja keine Heilung mehr. Die Kursen sind gar nicht. Ah ja, ich glaube es nicht. Ah ja, geht es dir gut? Ah ja, geht es dir gut? Ah, du wirst großartig, Ah ja. Das zeigt mal wieder, dass nur mein Partner so etwas zustande bringt, oder? Ja, ah ja, ich bin erleichtert, dass du es heil zurückgeschafft hast. Warum zur Hölle musste Yves das alles an der Freiheitsstatue austragen? Wegen dem Ozean und was er symbolisiert. Das Meer ist die Mutter allen Lebens, deshalb wollte sie dort gebären. Crazy. Wenn es euch nichts ausmacht, würde ich gerne etwas Zeit für mich selbst haben. Admiral Williams ist auf dem Weg hierher. Okay, reiß die Tür auseinander. Aber ihr meint ja, Kapitel 6 ist sehr kurz, ne? Habe keine Verwendung mehr dafür, nimm du es, bereite es als Souvenir, ja? Ja, ja, danke. Ah ja, Wayne kam den ganzen Weg von Revier hierher, um dich zu sehen. Hä? Ah ja. Ich bin draußen beim Geruch von Öl, wird mir leicht übel. Ich habe es gewusst, ich wusste, dass du es schaffen kannst. Als ich hörte, dass du das Ding in Stücke geschossen hast, musste ich hierher kommen. Jeder sagt jetzt, dass du Detective Nummer 1 in New York bist. Du bist ein Rockstar. Hey, was ist los? Du hast das Ding getötet. Bist du nicht glücklich? Ich nehme an, du hast einen Schock oder so, wie... Ja? Ey, du bist vermutlich auch müde. Ich nehme die Sachen, die dir im Weg sind und du rufst dich erstmal aus, hörst du? Wieso redet sie nicht, Chad? Ist sie wirklich unter Schock oder kommt gleich Plottwist? Sie ist gerade am Verwandeln oder so. Und sie muss gleich gegen sich selbst kämpfen. Hey, zur Feier des Tages graviere ich deinen Namen in deine Waffe und Rüstung. Ist doch ein tolles Souvenir. Wähle deine Waffe und Rüstung. Die gravierten Gegenstände werden in das X-Game übernommen. Wähle der halbe Weise. Ich kann jetzt die Waffe benennen. Boon. Boon. Oh, ich habe mich verklickt. Boon. Okay. Boon. 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 Schutz. Passt gar nicht. Es ist großartig auf diesem Marineschiff. Wie? Muss unbedingt meiner Mama davon erzählen. Gut gemacht. Ich habe etwas Nachschub von Admiral Williams erhalten. Bitte nehmen Sie, was immer Sie brauchen können. Ja. Ich will mehr. Gib mir Medizin 4. Das ist eine K-Heilung. Was haben wir? Knusprig-Heilung. Heil- und verhindert Verwirrung. Ach, Verwirrung. Nein, speichern. Speichern. Nicht rausgehen. Speichern. Nicht rausgehen. Speichern. Speichern. Bisschen wie Weihnachten, oder? Naja, es ist Weihnachten. Sorry, wir sind spät dran, Mann. Wir konnten uns der Kreatur ohne absolute Gewissheit, dass sie tot ist, nicht nähern. Sie ist nicht tot. Sie ist nicht tot. Ihr Hilfe wurde überaus geschätzt. Bitte ruhen Sie sich da drinnen aus. Also, okay, Text. Was ist hier los? Sie spürt ihre Präsenz. Was ist los? Ihr macht mir Angst. Diese riesige, schleimige Kreatur, welche die Mitochondrien erzeugt hatten. Oh nein, anscheinend konnten sie nicht die Gebärmutter für das ultimative Wesen sein. Wir werden alle sterben. Wir werden alle sterben. Rackengard. Krieg dich wieder ein, Maeda. Was zum Teufel ist das? Willst du mich auf den Arm nehmen? Was soll das heißen? Das ist das ultimative Wesen. Wir haben es nicht rechtzeitig geschafft. Was bedeutet diese Explosion? Die mitochondriale Energie des Wesens muss so mächtig sein, dass es diese Explosion verursachen kann. Ich wiederhole mich nur ungern, aber wir werden alle sterben. Niemand stirbt heute. Wir werden Sie mit dem Hubschrauber in Sicherheit bringen. Bitte folgen Sie mir schnell. Ich schätze, alles, was wir jetzt tun können, ist abhauen. Aya, ich glaub's nicht. Aya, geht's dir gut? Ey, ich muss erst aufhalten. Aya, spinnst du? Du hast die Explosion nicht gesehen? Mach dir um mich keine Sorgen, ich schaff das. Bitte beeilen Sie sich, diese Kreatur wird nicht auf uns warten. Mensch, halt die Klappe! Aya, bitte, nimm. Nun hör schon auf mit diesem Voodoo-Quatsch, wir haben keine Zeit zu verlieren. Nein, Daniel, bitte, das ist anders, es ist kein Voodoo-Quatsch. Beeilung jetzt! Ihr zwei solltet gehen, es gilt jetzt keine Zeit mehr zu verlieren. Aya, kommst du zurück? Du kommst zurück. Egal, was passiert, verstanden? Jetzt gib mir den letzten Glücksbringer. Antichrist-Baby. Junge, er klettert hier rein. Junge, das Gehirn. Klatsch. Ich dachte, das Ding ist riesig, das ist gar nicht so groß. Jetzt sind es nur noch du und ich. Es wird enden. Jetzt. Erstmal ein Baby abknallen. Kick the Baby! Boah, fast dreistellig. Und, jetzt soll ich nach vorne sterben, Das war viel Damage. Geh jetzt, ich gönne mir ne Barriere, wenn die Scheiße nochmal kommt. Ich hoffe nicht, dass ich gleich noch ein Rhythmusspiel machen muss. Uiih, es entwickelt sich. Ist es am wachsen, was passiert hier? Da kommt doppelt, dreifach aus, vierfach. Ich hab nicht gespeichert, ne? Ich hab nicht gespeichert. Ich hab nicht gespeichert. Ja, was soll ich denn machen? Ich bleib einfach stehen. Das mach ich. Ich hab nicht gespeichert. 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 Er slappt mich. Okay, okay. Stunlock. Bleib stehen, du Frechdachs. Moment, wann darf ich den schießen? Oh, diese scheiß komischen Welle. Nein, ich hasse die. Ja, einfach. Ja, okay, okay. Tja, meine Mana-Regeneration ist zu langsam. Die ist wieder irgendwie so verlangsamt. Nervt das Spiel nicht die ganze Zeit? Ab einem Punkt steigt die Mana kaum. Anfang steigt die immer voll schnell und danach... Und danach irgendwie gar nicht mehr. Ja, okay, scheiß, ich renne komplett rein. Ich bin ich in der Sonnenwum. Ich bin dasselge. Ich bin ich in der Sonne. Ich bin ich in der Sonne. Ich bin ich auf dem Summe. Davon und nachzuhalten. Eben. Teufel waren sehr schwer. Wie viele Ziele sind. Oh nein, der Emulator stirbt. Wieso stirbt der Emulator jetzt? Ich hasse Emulatoren. Dies, dies muss die erwachsene Form des Wesens sein. Meine Mana steigt wieder normal. Das wird nix schaffen. Fick dich und deine Barriere. Geh mir nicht auf den Sack mit deiner Barriere. Ähm. 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 Das war's für heute. Das ist eine fürchterliche Phase. 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 Okay, jetzt spammt er die Müllscheiße aber auch. Das ist eine fürchterliche Phase. Das wäre weird, wenn das ein Problem von meinem Dator wäre. Das ist eine fürchterliche Phase. Ich habe keine Items verbraucht in der Phase. Das ist eine fürchterliche Phase. Ich kann den letzten Handluft nicht benutzen. Der ist immer ausgegraut. Das ist eine fürchterliche Phase. Ja, okay. Was ist das für ein Start? Seine Moves checke ich halt noch gar nicht. Das ist eine fürchterliche Phase. Jetzt habe ich volle Mana. Jetzt geht's. Das ist eine fürchterliche Phase. 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 Ich schenke nicht, wie ich die Kugeln botschen soll. Völlige Genesung ist keine Heilung? Ich habe keine Heilung mehr. Die letzte Phase ist bestimmt komplett free, oder? Oh naja, Elben-Biest, ja die Musik, es wächst immer noch, nein warte, es verändert sich. Wo habe ich denn vorhin gespeichert? Ich mache mal auf 8. Ich brauche bestimmt hier jetzt die Verwandlung, oder muss ich die Kugeln anschießen? Nein. Ja, Ripp, ich mache trotzdem 1 Damage. Ich habe jetzt meine ganze Mana verbraucht, die hätte ich für Heilen benutzen können. Ich habe bestimmt nur dodgen müssen, bis zu einer bestimmten Zeit. Wow. Ich schieße mich direkt ab. 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 Letzte Phase auf einmal Rätsel. Die habe ich, bin amym, war ich. Es ist schwierig. Ich schieße mich, wie Sie, die haben wir видим. Mit mir ist das, was ich vermutlich nicht hierare. Ich bin ein動 eyerarten wollen. Aber das schon mal Bal отличiert wird nicht. Ich hoffe, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Daniel, das muss von Maeda sein. Oh, Kino! Das war aber ein cooler Bosskampf. Das war wirklich ein cooler Endboss. War? Ich glaube doch, es war noch nicht. Oh mein Gott! Es muss doch etwas auf diesem Schiff geben, um das aufzuhalten. Hier wird gespeichert. So ein geiler Fight. Ja, halt wirklich. Der ganze Bild ab, die letzte Phase mit dieser Musik. Das war schon sehr cool. Der Maschinenraum. Catchen lassen für eine coole Katzi. Wo ist der Lurch? Der Arschloch. Ich hab's dir abgekauft. So ein mieses Schwein. Spiel Teil 2 auch mal schauen. Erstmal den ersten. Und dann mal gucken. Ich will mir das sagen. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Wenn der Kesseldruck in die Höhe schießt, dann kann ich das Schiff damit in Stücke sprengen. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich schick dich direkt in die Hölle! Besteigen! Besteigen! Ich bin gespawnt, habe eine Richtung kurz gedrückt, sie ist automatisch zu der Tür gelaufen. Ich bin gespawnt, ich bin gespawnt. So ein Banger der Song. Dauerschleife ab jetzt. Wird glaube ich mein neuer Song sein fürs Arbeiten, wenn ich arbeite nebenbei. Ich bin gespawnt. 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 Das Loch auch oben hier ist so mit diesem grünschlein volles. Wenn das der One-Liner ist, dann ist das ein langweiliger One-Liner. Ich hoffe, da kommt noch ein coolerer. Aber einfach nicht. Ich schick dich in die Hölle! Das ist keiner uncool. Ich vermisse den Song. Der läuft immer noch in meinem Kopf. Du 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 du. Der läuft auf ner Hand. Junge, ist das stressig. Ist das stressig. Der ist jetzt überlegen. Wo ist Daniel? Jetzt kommt die letzte Phase. Die Frischphase. Die Frischphase. Daniel lebt wirklich noch. Bisschen angekokelt. Aber ansonsten nicht mal die Klamotten verbrannt. Alles gut. Endlich ist es vorbei. Ich verstehe es nicht. Warum habe ich diese Kraft? Es ist, weil Maya ist auch ein Teil von dir, Aya. Und jetzt sagt Aya. Nein. Maya ist ein Teil von uns allen. Als deine Mutter und deine Schwester starben, bekamst du einen Teil deiner Schwester transplantiert. Oh lol. Ich dachte einfach nur, dass sie die Kräfte hat. Liegt es einfach daran, dass es wegen der Mutter ist? In mich? Ja. Als du sieben warst. Erinnerst du dich? Vermutlich nicht daran. Aber da wurde es mit einem Defekt in deinem rechten Auge geboren. Daraufhin wurde Mayas Hornhaut in dein rechtes Auge transplantiert. Ein rechtes Auge? Demnach war das, was ich sah, als ich Yves berührte? Man sagt, wenn man eine extremer Erfahrung macht, wird das, was du siehst, auf deine Hornhaut gebrannt. Aber es wurde wissenschaftlich bisher nicht bewiesen. Das war Mayas letzte Erinnerung? Das war das Letzte, was sie gesehen hat? Was die Mitochondrien in deinem Körper angeht. Ich denke, sie unterzogen sich einem anderen evolutionären Wandel als jene von Yves. Du hast zwar einen Teil von Yves Kräften erhalten, dennoch entwickelten sich deine Mitochondrien bis zu einem bestimmten Punkt. Bis zu dem Punkt, an dem sie in Symbiose mit dem menschlichen Zellkern leben konnten. Ich und Maya, unsere Mitochondriale Kraft. Beginnend mit dem Zwischenfall in Japan und mit dem, was jetzt hier geschah. Ich frage mich, ob dies eine Botschaft an die gesamte Menschheit war. Botschaft? Was für eine Botschaft? Wie kann ich das erklären? Wenn die Erde ein einzelner Mensch wäre, wären wir Menschen wie außer Kontrolle geratene Viren, die in die Erde eindringen. Im Wissenschaftlichen würden wir das natürlich Gleichgewicht des Körpers durcheinander bringen. Schlimmer noch, ihn schädigen. Dies bedeutet auf jeden Fall völlige Zerstörung. Wir zerstören uns, indem wir unseren Wirt, die Erde, zerstören. Die Botschaft lautet daher, ihr seid nur Gast hier. Zerstört nicht euch, indem ihr diesen Planeten zerstört. Boah, Gänsehoden. Nein, nicht alle Menschen sind wie diese zerstörerische Viren. Das mag sein, aber im Wesentlichen sind wir alle nur Parasiten. Wir sollten daher lernen, Symbiose mit unserem Wirt der Erde zu leben. Ihr seid alles Viren, Schett. Ihr seid alles Parasiten. Aya hat bewiesen, dass so eine Symbiose möglich ist. Nur so können wir auch in Zukunft wieder den nächsten Tag erleben. Seht nur, die Sonne geht auf. Boah, mit Sonnenaufgang. Ende mit Sonnenaufgang. Dachte, wir sind Spermien. Nee, nee, Dr. Clamp hat die perfekten Spermien erschaffen. Ich bin Parasiten und stolz. Ich bin Parasiten und stolz. Klingel. Komm schon, Aya. Hier, nimm meine Hand. Danke dir, Ben. Digga, ich würde nie wieder in diese Oper gehen. Trauma fürs Leben. Ich würde nie wieder hingehen. Ich erhebe es nicht so mit diesen gesellschaftlichen Anlässen. Wir müssen Heiligabend noch nachholen. Ja klar, die ganze Stadt ist traumatisiert, aber sie war die Einzige, die mitbekommen hat, wie alle um sie einfach brennend sterben. Sie ist die Einzige, die mitbekommen hat, wie alle um sie herum zu Schleim verwandelt werden. Was? Nein, daran liegt es nicht ganz. Was? Was? Es fängt an. Sollen wir? Der Text war zu schnell. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass der Auto läuft. Ich hoffe, diesmal brennt nicht mein Date ab. Ja, Daniel und Ben sind spät dran, nicht wahr? Sie sollten sich besser... Ey, die Toilette muss wirklich überfüllt sein, ja? Daran wird es wohl liegen. Was ist los? Du wirkst so angespannt. Ähm, nun, ähm, ja, also... Wie meinst du das? Äh, naja, ich... Morgen zurück nach Japan reisen. Ah, er wollte ihr sagen, dass er sie liebt, bevor er fährt. Wirk mal zur Seite, Maeda. Entschuldigt die Verspätung. Sogar derselbe Song. Die Junge. Dass sie sogar hier hingeht, ey. Sich die Scheiße nochmal gibt. Ja, das Spiel wird wahrscheinlich jedes Jahr gespielt, zu Weihnachten. Vater, bitte erlaubt mir, Eva zu heiraten. Jo, Arin, gute Nacht. Ich verbiete es. Ah, jetzt passiert das einfach nochmal, ja. Du weißt ganz genau, was passiert, wenn du sie heiratest. Diejenigen, die ihre Schönheit erliegen, sterben alle auf großem Weide. Weil... Ihr versteht nicht, Vater. Sie ist diejenige, die nach all den Todesfällen gelitten hat. Sie ist das Böse. Er greift sie Wachen. Und verbrennt sie auf dem Scheiteraufen. Das Spiel ist ein ewiger Loop. Oh no. Wird Panik geschoben, weil da Feuer kommt. Vater, eure Majestät. Wenn ihr sie zum Tode verurteilt, dann nehmt mein Leben mit ihren zusammen. Edward! Zu schauen, ähm, können sie was? Tut mir leid. Jetzt stellt euch nicht so an, Leute. Cooler Joke am Ende noch. Sie kriegt aber keine Cutscene. Keine vorgerinnerte Cutscene. Jetzt kommt der Ambros runter. Hotong! Oh, sie kriegt doch... Aber Chad. Yves kann gar nicht tot sein. Ja, ich wollte schon sagen. Es muss ja noch einen zweiten Teil geben. Also, es gibt ja einen zweiten Teil. Aber ich wusste nicht, dass die das jetzt noch teasen hier. Ja, jeder hat halt Mitochondrien, ne? Ja, jeder hat halt Mitochondrien, ne? Nur Eva ist halt die Ur-Mitochondrien, aber quasi in jedem sind Mitochondrien drin, deshalb muss da noch irgendwas sein, ne? Und in unserer Aya ist ja noch, sind ja noch die Eva-Mitochondrien drin. Deshalb, ja. War ein cooles Spiel. War schon ein sehr cooles Spiel. Also, es gab, es gab diesen einen Downer und das ist halt das Museum, das war ein sehr großer Downer. Wir haben gleich noch True-Ending-Chat, ne? Ähm, das gucken wir uns gleich noch auf YouTube schnell an. Ähm, Museum war ein kleiner Downer, aber ansonsten war das von vorne bis hinten eigentlich ziemlich geil. Ne? Nur halt dieser Scheiß, wenn dieser Museum wenigstens kürzer oder so wäre. Weil da war das Pacing irgendwie komplett für den Arsch. Ich meine, ja, das Gameplay ist jetzt nicht so krass deep. Die Gegner wiederholen sich alle, äh, ständig. Aber für das, was es ist, war es eigentlich ganz cool. Und es hat schon sehr viel Spaß gemacht. Ich mochte die dumme Story. Das war wirklich so ein bisschen Resident Evil-like, aber die wollten noch ein bisschen tiefer gehen. Weil Resident Evil ist nochmal eine Stufe stumpfer. Aber das war sehr cool. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, gibt es noch eine After-Credits-Scene? Also ich habe auf jeden Fall Bock auf den zweiten Teil. Ich weiß nicht wann wir ihn spielen, aber wir werden wahrscheinlich den zweiten auch nur ballern. Ich denke mal der zweite ist um einiges größer, oder? Resident Evil 2, How Long To Beat. Zwölf Stunden lat How Long To Beat. Also wahrscheinlich da dann eher drei Streams. Ja, ich mochte auch generell, die Grafik war nice, die Musik war nice. Die Präsentation mit den ganzen Cutscenes und so. Das war schon sehr cool. Das war schon sehr, sehr fun game. Ich glaube der zweite sollte genauso lang sein. Okay, warte ich mach mal How Long To Beat für den ersten. Der erste ist How Long To Beat? Neun Stunden. Der zweite ist zwölf Stunden. So, ich guck mal kurz nach dem True Ending auf YouTube. Weil jetzt schaltet man das New Game frei. Und im New Game gibt es wohl am Ende noch ein True Ending. Kann sein, dass wir jetzt diese Theaterszene am Ende jetzt nochmal erweitert bekommen. ein norberturan zu sein. Secret final boss. Original Eve and true Ending. Alternate Ending. Ja, was ist das für eine wilde Scheiße. Ich weiß halt nicht, ob da jetzt noch was kommt. Ich lasse es mal hier so laufen. Im Hintergrund vielleicht kommt da gleich etwas Wichtiges noch. Und dieses Scheiß-Museum wieder. Das ist wahrscheinlich dieser Chrysler-Dungeon oder so? I guess. Alles 99. Aber Paul, das spielt doch niemand laut Square. Das will doch keiner spielen. Die Leute wollen eine Live-Service-Games spielen. Mit AI einhalten. Das ist gar keine Ahnung von Videospielen, okay? Das scheint mir dieser Chrysler-Dungeon wahrscheinlich zu sein. Ja, hier steht Chrysler-Building. Und da kommt jetzt einfach eine kleine Maya raus. My eyes. No, I really am here. What you're seeing isn't an illusion. Schaut, wir gehen mal hier hin. You are Maya, aren't you? Ha ha ha. You are wrong again. I'm the original Eve. Original Eve? What do you mean? The mitochondria of Melissa was transplanted from this young body. Hans Klamp gave my cornea to you and after giving the kidney to original me. Huh? As Melissa's body was giving birth to the ultimate being, I made my, just in case Melissa or the ultimate being failed, at least a purebred. Okay. Then your body's, this body belongs to your sister. It's been cultured from the real thing. No, that's not true. No. 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 Also quasi in diesem Chrysler Building, äh, guck mal, Credits laufen noch. In diesem Chrysler Building ist quasi, äh, hat quasi dieser Eva wohl noch so ein Stück zurückgelassen und aus diesem Stück ist quasi nochmal die Maya, nochmal von neu auf geboren und hochgezüchtet wurden. In diesem, diesem komischen Ding. Who are you? It's me. Maya, it's me. How do you know my name? Where is mom and dad? There's Aria. Alle tot. Also Aria. Are you really Maya? I was in the car with mom and then my body got really hot. Oh, no. Where am I? I have to go home. I have to. Maya's waiting for me. I'm here, Maya. It's, it's getting hot again. Oh, man. Sorry to break up the reunion. Eve. Did you have a nice time? Remember when I sent, sing? Jetzt ist es mal ihre kleine Schwester abknallen. You're challenging me? A pure bread? Just remember. The body belongs to your sister. Oh, guck mal, die sieht genauso aus. Wie Aria, wenn sich Aria verwandelt. Yo, nice stats, alter. Hat hängt die easy weg. Was ist das mit den Credits? Okay. Ich krieg da noch Erfahrungspunkte. Wie es aussieht, krieg ich noch was. Der macht ein bisschen mehr Damage. In der Verwandlung, als ich. Okay. Yo, was passiert da? Da fliegen ganz viele Mayas. Okay. Die hat ja ultra viel Leben. Die macht schon so ultra viel Damage. Und trotzdem dauert der Kampf so lange. Chrysalid Building ist dann so ein 30-Etagen-Dungeon. Oh, man. Das klingt fürchterlich. Das klingt fürchterlich. Das klingt fürchterlich. Nein, nicht fürchterlich. Es ist gut. Und... Ich habe wakert. Was ist diese Musik? Es kommt von mir aus dem Körper. Alle zehn Etagen kommt da noch ein Boss. Oh, man. The time has finally arrived. No, you can't be. In dem Museum waren nur vier Etagen. Zum Glück. Until a while ago, Maya's body had the most evolutionary form of mitochondria. But now your mitochondria has surpassed Mayas. Wow, okay, chill. I am now the highest form of mitochondria I ever present. They are competing? That's what evolution is all about. Survival of the fittest, huh? Humans are the same. All knowledge and technology, you see, it's all about competition. In war, you use that knowledge and technology to their mind, who will survive. Is that the same in the animal kingdom, where they tear their prey apart? Stop it. Impossible. We have survived war. The time has come for us to be released. Stop. Don't interfere. What? Are there others other than you and I? Maya. This place belongs to me and I. Urg. You are not going to interfere. I won't let you. Maya wehrt sich? The evolution of your nucleus is, go home. I have to go. I suppose I had no Maya. I need to go home. Okay. So it seems she's waiting. I'm losing consciousness. Haya is waiting. She's waiting for me. Er hat gerade irgendwie in ihrem Körper. Aya, Maya, Eve, alle sind hier gerade in ihrem Körper drin. Die Matschgeräusche. I've been waiting. I've always been waiting for you to come home with mom. And I've always been looking for the other me. But you have always been with me, haven't you? Always. All this time. Let's go home, Maya. Let's go back for good. Ja, ohne Sila. Gute Nacht, Cha-Cha. Ja, ich finde das jetzt auch nicht so... Was? Das zwei? Also, der Kampf war jetzt nicht so geil wie im richtigen Ending. Dass es jetzt irgendwie so noch eine richtige Maya gibt. Ist irgendwie weird. Das jetzt ein... Okay, das war's. Das in Aya jetzt irgendwie etwas erweckt, was stärker ist als Eve. Nomura? Nomura hat die Charaktere designt? Lol. Nomura war damals überall. Er hat alle Charaktere gemacht. Ja gut, er hat zu der Zeit die Final Fantasy-Spiele auch die Charaktere alle gemacht. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt... Inwiefern ist das jetzt das True-Ende? I mean, man wird dann im zweiten Teil dann irgendwie sehen, inwiefern das jetzt das True... Also, ob... Wie... Was das jetzt einen Einfluss hat auf die eigentliche Story. Ob das überhaupt jetzt True-Ending ist. Ob das einfach nur ein alternatives Secret-Ending ist. Ah, fühle ich nicht. Unser Ending war cooler. Unser Ending war cooler. Okay, eben da unten steht schon. Erster Kommentar unten stand schon. Spoiler. Bezüglich dem zweiten Teil. War ein nicer Stream. Ja, war sehr nice. Beide Streams waren sehr cool. Hab's nicht gesehen. Ja, es war jetzt auch kein richtiger Spoiler. Da stand sowas wie, äh... Das erklärt jetzt, wieso Blablabla in Parasite Eve 2 ist oder so. Ja, jetzt brauchen wir das nicht spielen, ja. Ich bin wieder Level 1. Nein! Neuneinhalb Stunden hab ich gebraucht. Oha! Auf How Long to Beat steht neuneinhalb Stunden. Ich hab neun Stunden 39 Minuten gebraucht. Ich war voll in time. Ne, Speedrunner spielen normalerweise die Spiele schneller durch als vorgegeben. Ich hab's nicht geschafft, schneller durchzuspielen. Aber ja, das war sehr, sehr nice, Chat. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir müssen auf jeden Fall, auf jeden Fall irgendwann mal den zweiten Teil auch spielen. Und generell halt einige PS1-Spieler nochmal nachholen für den Freitag, die ich bisher immer wieder aufgeschoben habe. Vielen Dank.